in rocky beach geht es dieser tage auf halloween zu auch das gebrauchtbaren center t jonas nicht schlecht kann sich dem fröhlich schaurigen reiz der zeit nicht entziehen wie durchgeknallt ist das denn hier und da ein gruseliges etwas um kundschaft anzulocken geht für mich in ordnung aber dass das klar ist justus weder dein onkel noch ich werden uns als etwas furchterregendes verkleiden und ihr seid längst aus dem alter raus von haus zu haus zu ziehen um süßigkeiten einzufordern bis zur nacht in der angeblich die grenze zwischen der welt der lebenden und jener der toten fließend ist bleibt dir noch zeit für einen sinneswandel vielleicht verkleidet sich onkel titus ja als dich sei nicht so frech zu deiner tante justus so furchteinflößend ist sie nun auch wieder nicht und du bob hast du auch ein nettes kompliment für mich ich werde in der angelegenheit meine zunge hüten andernfalls sollen mich die trolle holen trolle sagt doch sowas nicht trolle haben mein bruder fort gelockt hallo kleine suchst du deine eltern nein ich suche die drei detektive die mit den fragezeichen guckt mal die meine ich meine mama hat mir schon lesen beigebracht die karte habe ich in einem buch aus der bibliothek gefunden als lesezeichen wisst ihr ich heiße elenja seid ihr justice peter und bord mein name spricht sich justus aus und ja wir sind bekannt als die drei fragezeichen können wir dir helfen müsste das nicht sowieso hier steht wir übernehmen jeden fall oder nicht was liegt denn an elenja du glaubst doch nicht wirklich an trolle schließlich gibt es keine oder ob just nun mal der reihe nach du hast also den verdacht jemand hätte deinen bruder entführt am besten wir begleiten dich nach hause und schenken dir und deiner familie unsere volle aufmerksamkeit herrschaftszeiten was ist denn davon los titus warum schließt du das tor reporter hier scharen von reportern sie fallen ein wie heuschrecken macht dass ihr ins haus kommt ich versuche das hier zu klären kommt jungs und nehmt das mädchen mit du brauchst keine angst haben elenja wir passen gut auf dich auf wirklich aber mit troll zauber ist nicht zu spaßen trolle können sich verwandeln ich glaube ich höre schön ein krächzen keine frage die detektive geleiten die kleine elenja nunmehr ihre klientin rasch ins wohnhaus der jonas für justus peter und bob stellt sich die frage warum das gebrauchtwarencenter plötzlich im fokus der medien steht auch elenja ist es etwas bange was wenn die trolle nun auch hinter ihr her sind dieser krach ist nicht zum aushalten kaum gehe ich ran melden sich wildfremde leute und bedrängen mich wie es mir gehe was ich nun vor hätte ob ich spenden wolle aggressive telefonakquise alle handys spielen verrückt sogar unsere und das von onkel titus er hat es hier liegen lassen sollten wir ihm nicht am tor beistehen vielleicht weiß er schon was die leute von euch wollen lasst uns erst einmal die handys bändigen elenja hat keine angst wir klemmen uns dahinter ich mag das nicht keine sorge elenja gleich kehrt ruhe ein nicht wahr jungs sie sie ah ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Entweder alle oder keiner. Ich entscheide jetzt einfach mal keiner. Alle scheinen im Bilde zu sein, außer uns. Warum weiß mein Engelchen etwas, das wir nicht wissen? Wo Licht ist, ist auch Schatten. Da stelle ich mich lieber eine Weile tot. Eine Nachricht von Morten. Man könnte glatt meinen, wir hätten eine Anfrage gestartet. Aber statt Informationen hagelt es kryptische Anspielungen. Lieber erst einmal so, als unter einer nicht von uns autorisierten Telefonlawine begraben zu werden. Die Telefone gehen mir gehörig auf die Nerven. Wir wollen keins mehr hören. Mrs. Kretschmer gratuliert dir zu deinem freudigen Ereignis. Bekomme ich einen Cousin oder eine Cousine? Im Moment weiß ich nicht mal, ob du je wieder ein Stück von meinem Kirschkuchen bekommst. Nun schalte schon aus. Du hast recht. Wir sollten kein Risiko eingehen. Ich wusste gar nicht, dass Mrs. Kretschmer auch digital unterwegs ist. Wenn keine Antwort kommt, schickt sie bestimmt eine Brieftaube. Patrick und Kenneth sind in Norwegen? Das wusste ich gar nicht. Das letzte Mal haben wir sie in Arizona gesehen. Zumindest von Patrick hätte ich angenommen, dass er wieder in Irland weilt. Der Fall Puppenmacher hatte Kenneth viel zu denken gegeben. Und ein gebürtiger Ihre wie er, dauerhaft in einem verschlafenen Wüstenort wie Deep Spring? Naja, wo die Liebe hinfällt. Wir kennen den aktuellen Stand nicht. Und etwas Distanz tut auch mal gut. Ich meine, keiner von uns hat Geschwister, die einen bei Beziehungsfragen wieder aufbauen, oder? Dafür haben wir ja uns Kollegen. Europa ist eine Abenteuerreise wert, auch wenn wir noch nicht in Skandinavien waren. Und im dunklen Norwegen ist man besser über unsere jetzige Situation informiert als wir. Was war denn in dem Päckchen, Justus? Keine Ahnung. Also, mich hat noch nichts erreicht. Onkel Titus wird sein Handy sicher schon vermissen. Der Lärm war schon für uns stressig. Ihr könnt euch ausmalen, wie sich die kleine Ellen ja gefühlt haben muss. Da ist es auch besser, wenn die Handys ausbleiben. Allerdings haben wir eine Chance verspielt, uns durch einen Anruf oder eine Mitteilung aufklären zu lassen, was sich eigentlich zugetragen hat. Mag sein. Aber wie es aussieht, schüren wir damit nur weitere Nachfragen, für die wir nicht gewappnet sind. Also Kollegen, wir sollten zu Onkel Titus ans Tor gehen und herausfinden, ob er bereits die Ursache des Ansturms kennt und wie wir uns dessen erwehren können. Ich bin skeptisch, ob uns das auf Anhieb gelingt. Mindestens ebenso wichtig ist die Herausforderung, Ellenjas Eltern zu verständigen. Denkt dran, wir haben dem Mädchen Geleit und Hilfe versprochen. Stimmt. Wir wissen so rein gar nichts über Ellen ja. Von ihrem Verdacht liegen dreister Trolle abgesehen. Gut, dann machen wir uns schlau und geben Acht, dass wir heimlichen Beobachtern nicht auffallen. So lange niemand aufs Gelände gelangt, behalten wir die Kontrolle. Nutzen wir das Zeitfenster. Sollen wir dich mal langsam nach Hause begleiten? Kennst du denn die Adresse? Oder hast du die Telefonnummer deiner Eltern bei dir? Ja. Nein, leider nicht. Keine Sorge. Ellenja und ich geben gut aufeinander Acht. Vielen Dank. Nein. Vielen Dank. Wartet, Kollegen. Erst muss sich Tante Mathilda noch etwas zeigen. Keine Sorge. Elenia und ich geben gut aufeinander acht. Auf Onkel Titos Handy war eine Nachricht von Patrick und Kenneth. Sie erwähnten ein Päckchen von einer Reise durch Norwegen. Weißt du mal wieder Näheres, ohne mir davon erzählt zu haben? Das Päckchen war an dich adressiert. Also habe ich es auf dein Zimmer gebracht. Es freut mich, dass die Orion-Brüder weiterhin füreinander da sind. Ach ja, ich sehe uns alle noch beim Square Dance in diesem Wüstenkaff. Kollegen, ich bin gleich wieder da. Dann wollen wir mal sehen. Ich bin gespannt, was Patrick und Kenneth mir geschickt haben. Das sieht mir sehr nordisch aus. Ah, da liegt auch ein Brief bei. Wie es Patrick und Kenneth wohl zuletzt ergangen ist. Schade, dass sie sich gleich wieder rar gemacht haben. Ich sollte den Brief im Beisein meiner Kollegen, Tante Mathilda, zeigen. Das sieht schon ein bisschen ganz sicher. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gerade Canis musste wohl mal raus. Und doch, wie kommt man nur auf die Idee, zu dieser Jahreszeit nach Nordeuropa zu reisen? Zu dunkel und zu kalt. Die Polarnacht beginnt Anfang Dezember. Ein Troll. Nicht alle sind böse, müsst ihr wissen. Manche sind nur tollpatschig. Sie ärgern gern Menschen und nutzen böse Zauber. Sie meiden das Licht und trommeln. Und wenn sie an einer Kuh vorbeiziehen, wird ihre Milch schlecht. Donnerwetter. Du bist ja eine richtige Expertin. Und einer von der eher bösen Sorte hat deinen Bruder entführt? Nein, er hat ihn herbeigelockt. Die Trolle lauern gerne im Schatten. Wo ich wohne, gibt es eine große Uhr aus Blumen. Ich glaube, sie verstecken sich hinter den Stunden und beobachten uns alle heimlich. Was Peter meint, wir Detektive brauchen mehr Informationen. Was machen denn Mama und Papa so? Wie sieht es in deiner Wohngegend aus? Würdest du uns hinführen können? Mama macht Kunst und Papa sucht Arbeit. Die Häuser sind mal hier mal da. Vielleicht sind sie schon woanders wegen der Trolle. Und ich kann sie nicht wiederfinden. Keine Sorge. Kann es sein, dass eure Häuser Räder unten dran haben? Und ein bisschen was von großen Autos haben? Ja, genau. Fast alle haben Räder. Wir wohnen in den Wagen. Mama sagt, dass es nur vorübergehend ist. Elenia ist ein schöner Name. Wie heißt denn deine Familie weiter? Elenia bedeutet Sterntag. Mama heißt Audrey. Papa heißt Milo. Mein Einerbruder Jaden. Dann sind noch Cole und Paige. Wir sind die Skerrits. Mit den gesammelten Anhaltspunkten sollten wir Elenias Adresse herausfinden. Ich bin für kurze Wege. Gehen wir gleich an Justus Rechner. Das ist gerade ungünstig. Da läuft ein gründlicher, wahnsinnig zeitaufwendiger Festplattencheck, dem ich höchst ungern in die Quere kommen möchte. Wann bringt er mich denn nach Hause? Wir müssen erst noch ein wenig recherchieren. Ihr habt mir was versprochen. Justus, Peter und Bob sind Detektive. Die lassen keinen im Stich. Versprochen. Hört sich nach einem größeren Aufgebot an. Da wir als geschlossenes Bollwerk unterwegs sind, stellt sich die Frage, umsehen oder Elenia befragen? Das wäre es auch ein wenig, wenn wir als Geschenk rangehen. Die lassen können wir als Geschenk rangehen. Da wir als Geschenk rangehen. Das wäre ein wenig, wenn wir als Geschenk rangehen. Da wir als Geschenk rangehen. In der confirmingen Szenario kommen. Deróstliche Teil hat dieses Gerät. Armer, Blackie. Armer, Krake. Armer, Krake. Mein Onkel hatte es eilig. Tante Mathilda findet, Onkel Titus sollte mehr Rote-Bete-Saft trinken, um Eisenmangel vorzubeugen. Onkel Titus war vor kurzem in Las Vegas, aber nach seiner Rückkehr nicht eben gesprächig. Naja, du weißt doch, was in Las Vegas geschieht, bleibt in Las Vegas. Entweder verspieltes Geld oder eine frisch angetraute aus einer Blitzhochzeit. Das fehlte gerade noch. Eine zweite Mrs. Jonas. Das Haupttor ist geschlossen. Ob Onkel Titus es halten kann? Hallo Jungs. Meine Bemühungen, die Menge zu beruhigen, haben nicht gefruchtet. Alle wollen Tante Mathilda interviewen. Ja, und wer ist halb? Es scheint um viel Geld zu gehen. Als säßen wir auf einem großen Schatz. Ich würde ja nachfragen, aber kaum öffne ich das Tor einen Spalt weit, brandet der reinste Wahnsinn auf. Wir haben sämtliche Telefone ausgeschaltet, Onkel Titus. Der Ansturm war auch übers Netz unerträglich. Doch frage ich mich, ob wir nicht die Polizei einschalten sollten. Danke, Justus. Ich schwanke noch, denn das hieße, weitaus mehr Aufmerksamkeit zu schaffen. Und ich verstehe kaum mein eigenes Wort. Von unserer Zentrale aus wäre die Verständigung sicher besser. Oder, Kollegen? Euer Horrorclown hat es ja faustdick hinter den Ohren mit seiner Spritzblume. Drück mal auf den Beutel. Oh, bloß Wasser. Euer Horrorclown hat es ja faustdick hinter den Ohren mit seiner Spritzblume. Erst einen Blick auf die Meute, dann sehen wir weiter. Erst einen Blick auf die Meute, dann sehen wir weiter. Brenda ist doch die Frage, was sich hinterm Haupttor abspielt. Und wenn es Onkel Titus zunächst mit Diplomatie versucht? Brenda ist doch die Frage, was sich hinterm Haupttor abspielt. Erst einen Blick auf die Meute, dann sehen wir weiter. Erst einen Blick auf die Meute. Und wenn es Onkel Titus zunächst mit Diplomatie versucht? Und erst ein Blick auf die Meute. Sieht ein Blick auf zu zeigen. thee Sieht deck ist doch 70 nette, das nicht wie니 auf das ist. Sieht sister in eine Haaren titular, ist ja ein Blick auf das ist. Wie denn sollst du denn? Ränder ist doch die Und wenn es Onkel Titus z Und wenn es Onkel Titus zunächst mit Diplomatie versucht? Dann sind wir hier auf dem Gelände gefangen, bis die Menge wieder abzieht? Einer hat schon versucht, über den Zaun zu klettern. Ich hoffe, es gibt keine Schwachstellen. Falls ja, haltet was dagegen. Ich traue mich hier nicht weg. Nun, sieh sich das einer an! Das Gebrauchtwarencenter hat geschlossen. Bitte respektieren Sie unsere Privatsphäre! Gegen diese Übermacht haben wir keine Chance. Also pfeifen wir auf die Diplomatie. Überzeugt euch, dass der Zaun rundum intakt ist. Nun, sieh sich das einer an! Das Gebrauchtwarencenter hat geschlossen. Gegen diese Übermacht haben wir keine Chance. Können wir von hier aus mit Ellen ja entwischen? Himmel! Ist denn das zu fassen? Na, der sollte sich mal die Fingernägel schneiden lassen. Das ist Nosferatu. Ein grausiger Filmvampir aus der deutschen Stummfilmzeit. Ihr wisst schon, viel Licht und Schatten. Na, der sollte sich mal die Finger nehmen. Das ist Nosferatu. Ob wir hier die Fliege machen können? Die Dame heißt Morticia und trägt wie der Rest ihrer schaurigen Familie den Nachnamen ihres Zeichners, Charles Adams. Der schwarze Humor seiner Cartoons findet sich auch in den darauf basierenden TV-Serien und Kinospielfilmen. Checken wir das rote Tor. Geschäftiges Treiben. Hoffentlich hat das niemand mitbekommen. Offenbar hat man auch versucht, uns in der Zentrale zu erreichen. Hören wir rein? Justus, hier Kotter. Ist bei euch alles in Ordnung? Ihr seid schwer zu erreichen. Sehe schon, schlechtes Timing. Die Einsatzzentrale. Wir sind mal wieder überlastet. Halloween. Ich frage mich, weshalb Inspektor Kotter uns sprechen wollte. Hier ist Jelena. Meldet euch. Keine Zeit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Versuchen wir unser Glück. Sämtliche Leitungen sind zurzeit belegt. Bitte haben sie Geduld. Sämtliche Leitungen sind zurzeit belegt. Bitte haben... Die Polizei, dein Freund und Warteschleifchen. Was geben wir in die Suchmaschine ein? Was geben wir in die Suchmaschine ein? Okay, da hätten wir Wohnwagen, Uhr, Blumen und Skerrits. Oder Campinganhänger, gepflanzte Uhr, Audrey. Oder Trailer-Park-Uhr-Familie. Kombiniert mit, ähm, mit Ausnahme um Rocky Beach. Seh mal, da, Audrey Skerrits. Das Foto wurde in einem Trailer-Park gemacht. Ja klar, der liegt am Stadtrand. Und die Uhr aus Blumen ist Teil der ursprünglichen Parkanlage. Als da noch ein reines Erholungsgebiet war. Ich drucke das Foto aus und Elenja kann uns dann sagen, ob sie alles wiedererkennt. Sicher ist sicher. Wir sollten hier keine Wurzeln schlagen. Hier drin möchte ich keine Reporter sehen. Sag mal Just, hast du einen Wintervorrat an Süßkram gehamstert? Oder willst du bloß vorbereitet sein, wenn sich verkleidete Kinder ans kalte Tor verirren? Das ist reine Nervennahrung. Bitte, bedient euch. Hört, hört. Hört, hört. Hm. Kommt, lasst uns mögliche Beobachter verwirren. Wie kämen wir dazu Nein zu sagen, wenn sich unser Chef sportlich betätigen will? Mann, hier sieht es aus wie bei Frankensteins. Das ist keine Werkstatt, sondern die reinste Folterkammer. Onkel Titus hat hier in den letzten Tagen an den gruseligen Figuren für unsere Halloween-Dekoration gebastelt. Wegen der Schwachstellen am Zaun, wie mag es hinterm Wohnhaus aussehen? Im Vergleich zur Vorderfront ist es hier geradezu friedlich. Hier ist alles ruhig. Und nun? Kein Reporter weit und breit. Und dann? Und dann? Und dann? Da geht es los. Und dann? Da geht es los. Im Weg der Fl inspector. Schau mal, Alenia, wohnst du an diesem Ort? Oh ja, und da ist auch meine Mama. Seid ihr sicher? Alenia, ist das nicht dieser berüchtigte Trailerpark, wo sich obdachlose Leute einquartieren? Eher eine Zwischenlösung in prekären Zwangslagen, wie sie jeden ereilen können, der in seinem Leben Pech hat. Dieser Trailerpark ist besser als sein Ruf. Wir haben kein Pech. Wir haben uns. Also, bringt ihr mich nach Hause? Okay, Alenia, da draußen sind zwar keine Trolle, aber viele neugierige Menschen. An denen müssen wir irgendwie vorbei. Bis zu deinem Zuhause ist es weit. Justus, es liegt doch auf der Hand, dass wir die Polizei einschalten sollten. Wir rufen jetzt die Polizei, oder? Die Polizei ist überlastet. Wir sind auf uns allein gestellt. Dann lasst euch etwas einfallen, Jungs. Ich vermisse meine Mama. Ich werde mich weiterhin um das Wohl von Alenia kümmern. Aber mein Geduldsfaden wird immer dünner. Also, unternehmt etwas. Also, ich bin ja der Meinung, Just, deine Tante sollte Onkel Titus ablösen. Sicher wird sie eher mit der Meute fertig als dein Onkel. Wer braucht da schon die Polizei? Dann müsste Onkel Titus aber auf Alenia achtgeben. Und was machen wir, wenn deine Tante auch nichts ausrichten kann? Lassen wir es erst einmal darauf ankommen. Also, nichts wie hin zum Haupttor. Ihr glaubt ja gar nicht, was sie da draußen für Szenen abspielen. Ich hab versucht, die Polizei zu erreichen. Pustekuchen. Unser sonst so heißer Draht zu Inspektor Kotter erwies sich diesmal leider als kalt. Sollten wir nicht Tante Mathilde auf die Reporter loslassen? Tatsächlich geht es ja auch um sie. Habt ihr bei all der Medienpräsenz mal daran gedacht, unseren Fernseher einzuschalten? Aber aufgepasst. Das wird deine Tante in Rage versetzen. Wenn ihr Mathilde auf die Menge loslassen wollt, schaltet den Fernseher an. Rasch! Die Fernbedienung! Aber, äh, 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 das, das bin ja ich. Titus, Titus, sieh doch nur. Ich soll 65 Millionen in der Lotterie gewonnen haben. Es heißt, sie hätten den Jackpot geknackt. Kein Wunder, dass sich alle auf sie stürzen. Sie sind reich, Mrs. Jonas. Unsinn! Ich habe überhaupt nicht gespielt. Na, die werden was von mir zu hören kriegen. So ein Rambazamba zu veranstalten. Was hast du vor, Mathilde? Mach den Fernseher aus. Ich will nicht, dass unser kleiner Gast Blutfließen sieht. Wow, das klang nach einer Kampfansage. Wir sollten Tante Mathilde nach, Onkel Titus. Bitte leiste so lange Ellen ja Gesellschaft. Sie ist unsere Klientin und wir wollen sie in Sicherheit bringen. Ein neuer Fall der drei Fragezeichen? Verstehe, um was geht's? Trolle! Ich hoffe, Mathilde redet sich nicht um Kopf und Kragen. Wenn ihr jetzt reich seid, gebt ihr uns bestimmt was ab. Tante Mathilde, ist alles in Ordnung? Das werden wir gleich sehen. Ihr seid meine Zeugen. Bereit? Dann baut euch hinter mir auf. Gut, gehen wir's an. Mrs. Jonas. Ganz genau. Mrs. Jonas. Und jetzt halten mal bitte alle die Luft an, damit ich eines klarstellen kann. Ich spiele kein Lotto. Ich habe nichts gewonnen. Ich gebe kein Interview zu etwas, das sich nicht ereignet hat. Sie sind einem Gerücht aufgesessen. Mrs. Jonas. Himmel. Es ist doch offensichtlich, dass sich alle von einem Halloween-Streich haben Blenden lassen. Halloween. Meinetwegen. Wer Halloween will, kann ja noch bleiben. Ich gebe Ihnen Halloween. Mrs. Jonas. Ha! Jetzt habe ich mich tatsächlich dazu verleiten lassen, den Mund vollzunehmen. Ich würde gerne Taten folgen lassen. Aber welche? Wir lassen uns einen fiesen Denkzettel einfallen, Tante Mathilda. Etwas, das zu Halloween passt. Ich sehe schon, Erster. Du gönnst uns heute keine Beratungspause. Dein Versuch einer Intervention in allen Ehren zweiter. Aber wir müssen jetzt glasklar festlegen, was zu tun ist. Auch wenn wir viele Baustellen haben. Dann verschaffe uns Durchblick, Just. Wir kümmern uns um das Rote, das Grüne und das Haupttor. An diesen strategisch wichtigen Punkten deponieren wir Onkel Titus Gruselgestalten. Und wir brauchen Blut, wie in Horrorfilmen. Also köcheln wir in der Zentrale die richtigen Zutaten zusammen, falls wir sie finden. Was immer du vorhast, soll also die Meute ablenken. Und wir machen inzwischen die Fliege. Aber wie? Unsere Fahrräder lehnen draußen am Zaun. Wir bauen ein eigenes Gefährt. Ein Lastenfahrrad oder eine Rikscha. Damit bringen wir Elinja fort. Aber doch nicht durchs Haupttor. Also über den Zaun hinterm Haus? Gut, ich fasse zusammen. Kunst, Blut, Mixen und mit fahrtüchtiger Bastelei nach Ablenkung am Haupttor Elinja rücklinks von hier fort zum Trailerpark bringen. Sammeln wir los. Und hepp. Hoch. Und hepp. Böser Mann. Und hepp. Rocky Beach Tea Party. Und hepp. Oh Gott. Böser Mann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach du meine Güte, Mr. Kretschmer, was machen Sie denn hier? Ach, es tut mir ja so leid. Und alles nur wegen der Medien, die einer Falschmeldung hinterherjagen. Es gibt keinen Lottogewinn. Leute, Leute, nun mäßigt euch mal. Mein Name ist John Kretschmer. Ich war gerade auf dem Weg vom Standesamt zu einer Kanzlei, die ich berate, als ich den Aufruhr mitbekam. Mrs. Jonas, glauben Sie mir in meiner Tätigkeit als Anwalt, wenn ich sage, ich werde dafür sorgen, dass man Sie ab sofort in Ruhe lässt. Jung, ich... sag doch auch mal was. Mr. Kretschmer, natürlich zahlen wir die Reinigung Ihres Anzugs. Es tut uns sehr leid, dass ausgerechnet Sie unseren Frust über die unangenehme Situation abbekommen haben. Ah, Justus, dafür habe ich vollstes Verständnis. Unglaublich, was eine Falschmeldung anzurichten vermag. Ich meine, man hört immer öfter davon. Natürlich nicht in diesem Ausmaß. Als Ausgleich für meine kleine Schmach würde ich einen Handel vorschlagen. Interessiert? Einen Handel? Was denn für einen Handel? Das wird uns Mr. Kretschmer sicher gleich erläutern, Peter. Peter, Bob, Justus, meine Frau Eudora. Also, Sie braucht dieser Tage dringend Unterstützung in Ihrem Frauenverein. Ich werde ihr sagen, dass sie auf einen von euch zählen kann. Ihr versteht? Natürlich, Mr. Kretschmer. Wollen Sie dann zur Tat schreiten? Sicherlich haben Sie dafür ein paar gute juristische Argumente. Auf jeden Fall. Aber es wird dauern, die Menge zu zerstreuen. Und Sie, Mrs. Jonas, gemeinsam sind wir dem gewachsen. Vielen Dank, Mr. Kretschmer. Das verspricht dir noch, ein aufregender Tag zu werden. Ich bin untröstlich. Das verspricht dir noch, ein aufregender Tag zu werden. Kollegen, die Ablenkung ist perfekt. Das heißt, Zeit für den Aufbruch. Und was ist mit unserem Versprechen? Einer muss sich opfern und zu Mrs. Kretschmer in den Frauenverein. Als hätten wir sonst nichts zu tun. Immerhin ist uns Ihr Mann dabei behilflich, die Belagerung aufzuheben. Das verpflichtet. Meine Hochachtung, Bob. Du hast es erfasst und wirst dein Bestes geben, wenn du Mrs. Kretschmer zur Hand gehst. Na, schönen Dank auch. Das, wo Mrs. Kretschmer mich nicht leiden kann. Falls es dich tröstet, sie kann niemanden leiden. Mr. Kretschmer hat eine Gelegenheit gewittert und sie wahrgenommen. So wie Justus eben. Kein Kommentar. Jetzt aber fix. Die Zeit drängt. Rasch holen die drei Fragezeichen, Ellen ja, und setzen sie in die Rikscha. Bob, der wegen des Versprechens gegenüber Mr. Kretschmer keine Zeit hat, selber mitzufahren, sorgt dafür, dass die Rampe nun auf die andere Seite des Zauns ausklappt. Damit steht der Flucht vor der neugierigen Menschenmenge nichts mehr im Weg. Justus steigt in die Pedale. Nicht schlapp machen. Ellen ja freut sich, bald ihre Mutter wiederzusehen. Mit zwei Detektiven im Schlepptau, von denen sie sich wünscht, dass sie ihren Bruder von den Trollen zurückholen. Justus Jonas und Peter Shaw, da habt ihr mir glatt die halbe Arbeit abgenommen. Mrs. Garrett war krank vor Sorge, wegen der kleinen Ellen ja. Hä? Wegen mir rufst du gleich die Polizei, Mama. Aber, dass Jaden von Trollen entführt wurde, ist dir egal? Darum habe ich doch die drei Detektive anga... engagiert. Die von der Visitenkarte. Eigentlich bin ich gekommen, weil dein großer Bruder vermisst wird. So wie weitere Teenager. Ich wollte deine Detektive e-fragen, ob sie von fehlenden Mitschülern oder Freunden gehört haben. Ach, deshalb haben sie uns erreichen wollen, Inspektor Kotter. Es ist Erkältungszeit. Natürlich fehlen hier und da Schüler. Kelly ist auch gerade etwas verschnupft und pausiert mit dem Segen ihrer Mutter. Aber Jaden wurde von Trollen entführt. Was guckt ihr alle so? Das ist ein sachdienlicher Hinweis. Was halten Sie von Elinjas Theorie, dass ihr Bruder von Trollen entführt wurde? Sollten wirklich Fabelwesen im Spiel sein, wäre der Fall in euren Händen besser aufgehoben als in meinen. Na, vielleicht sind Verkleidungen im Spiel. Wir kennen die näheren Umstände nicht. Hört mal, Jungs. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr Elinja nach Hause gebracht habt. Aber leider habe ich nicht die Mittel, euch zu entlohnen. Wir nehmen so gut wie nie was an. Von einem Meat Rolls Royce samt Chauffeur mal abgesehen. Materielle Güter stehen bei uns nicht so hoch im Kurs wie gute Rätsel und der Sinn für Gerechtigkeit. Im Übrigen tut es uns leid, dass ihre Familie eine Pechsträhne hat. Mama, haben wir gerade eine Pechsträhne? Du weißt doch, Schatz. Das hier ist nur vorübergehend, bis dein Papa einen Job hat. Und uns mehr zur Verfügung steht als das Klimpergeld, das ich mit meinen Kunstwerken verdiene. Mama macht was mit Kunst und Papa mit Bits und Bytes. Und Terra Giga Gaga. Wenn man ihn lässt. Aber man lässt ihn gerade nicht. Wenn ihr meint, ich hätte die richtigen Fragen nicht zu stellen gewusst, nur zu. Tut euch keinen Zwang an. Mutter und Schwester des Vermissten stehen direkt vor euch. Tut euch keinen Zwang an. Worüber wollt ihr sprechen? Wie alt ist Jayden? Er ist 15. Ein Teenager. Schlank, schwarzes Haar, Brillenträger. Hat Jayden eine Freundin? Oder einen Freund? Jayden ist ein ziemlicher Einzelgänger. Aber in dem Alter erzählt wohl niemand seinen Eltern, was gerade läuft. Geht Jayden gern zur Schule? Er lernt eifrig und kommt ohne Probleme mit. Wie groß ist Ihre Familie noch gleich? Also, da ist Papa, den Mama Milo nennt. Und Mama, zu der Papa Audrey sagt, weil das ist ihr richtiger Name. Dann sind da noch Jayden, Paige, Cole und ich, Elinja. Mag Jayden Sport? Welcher Junge in seinem Alter tut das nicht? Jayden ist also auf Draht. Aber Teamsport ist nicht so seins. Doch, doch. Aber er zieht sich gern zurück und büffelt. Obwohl er meinte, auch in Lerngruppen zu gehen. Er ist manchmal etwas maulfaul. Was büffelt Jayden denn? Er ist gut in Mathe und verbessert stetig seine Programmierkenntnisse. Was er erzählt, ist mir meistens zu hoch. Programmiert Jayden auch in seiner Freizeit? Er kann stundenlang am Rechner sitzen. Da kommt er ganz nach seinem Vater. Was ist Jaydens Vater von Beruf? Mein Mann Milo hat sich vor geraumer Zeit selbstständig gemacht. Als IT-Spezialist der Firmen beim Aufbau ihrer Internetpräsenz hilft. Zur Zeit ist Mr. Scarrett also auf Jobsuche? Wir haben eine schlimme Zeit hinter uns. Ein Karriere-Knick, der uns finanziell ruinierte. Wie groß ist Ihre Familie noch gleich? Also, da ist Papa. Den Mama Milo net. Und Mama? Der Frauenverein von Rocky Beach veranstaltet oft Spendenaktionen für Bedürftige. Glaube mir, Justus. Auch so etwas hat seinen Preis. Frauenverein. Die Zusammenarbeit mit Inspektor Kotter hat immer gut funktioniert. Das klingt nach einer Win-Win-Situation. Da hat der Elen ja wohl den richtigen Riecher. Ich finde es toll, dass Sie Elen ja zeitig das Lesen beibringen. Wir sind die reinsten Bücherwürmer. Ich stelle es mir schwer vor, mit allen hier auszukommen. An erster Stelle steht die Familie. Dann kommen die Nachbarn. Hier hilft jeder jedem. Oder man macht, dass man wegkommt. Wie lebt es sich als Dauercamper? Etwas beengt, aber wir sind wie die Einsiedlerkrebse. Sobald wir eine bessere Bleibe finden, schlüpfen wir dort unter. Ich denke, wir haben nun das Beste aus unserer Situation gemacht. Ich kann gar nicht sehen, in was für Zuständen hier viele leben. Dann mach die Augen auf, Peter. Wir alle wohnen hier. Stammen die Scarrots aus Rocky Beach? Mein Mann hat syrische Wurzeln, aber es hat ihn zeitig in die Staaten verschlagen. Mit all den Wirren der Bürokratie. Manchen Leuten sind wir einfach ein Dorn im Auge. Wie hat Jaden auf die neue Wohnsituation reagiert? Eigenbrötlerisch. Wortkarg. Er vermisst seinen Vater sehr. Welche Kunstrichtung bevorzugen Sie, Mrs. Garrett? Die Brotlose. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Stimmt's, Mama? Die Gegend hier hat sich ganz schön gewandelt. Das muss einmal ein schöner Park gewesen sein. Die Uhr aus Pflanzen und Blumen wird noch heute gepflegt. Von uns. Leidlich. Tut euch keinen Zwang an. Mutter und Schwester des Vermissten stehen direkt vor euch. Könnte Jaden bei seinem Vater sein? So habe ich mir das auch erklärt. Milo ist viel unterwegs. Klinkenputzen. Aber hätte Jaden sich bei ihm gemeldet, wäre ich informiert. Sollte man zumindest meinen. Was hat Sie stutzig gemacht, dass Sie nun die Polizei eingeschaltet haben? Es ist nicht Jadens Art, einfach zu verschwinden. Was sollte ihn dazu bewogen haben? Meinen Sie, Jaden könnte verunglückt sein? Oder er wurde entführt? Er ist bei den Trollen. Das sage ich doch die ganze Zeit. Die haben ihn gelockt und da behalten. Ach, Ellen, ja. Inspektor Cotter glaubt nun einmal nicht an Trolle, die Teenager verschleppen. Aber ich habe Beweise. Dann sage ich eben gar nichts mehr. So. Unser Fazit? Wir sollten uns damit befassen, welche Beweise vorliegen, dass Trolle Jaden entführt haben. Kannst du sie uns zeigen, Elinja? Na klar. Aber Mama darf nichts umräumen oder einkassieren. Sonst verwischt sie noch Spuren. Ich werde mich hüten, euch ermittlern, in die Quere zu kommen. Während die Kinder spielen, darf ich ihnen ein Sprudelwasser anbieten, Inspektor Cotter? Da muss ich leider passen. So kurz vor Halloween ruft die Pflicht. Öfter und lauter, als mir lieb ist. Also dann, Justus, Peter, ich trolle mich. Gut, ab hier übernehmen wir. Alles Gute, Inspektor Cotter. Inspektor Cotter hat die Vermisstenanzeige aufgenommen und räumt das Feld. Mrs. Garrett hat die Gewissheit, dass sich Justus und Peter um ihre Tochter kümmern und sie ein wenig zerstreuen. Immerhin haben die beiden Detektive auf Elinja einen besseren Eindruck gemacht, als der spröde Herr von der Polizei. Eine Formulierung, die der erste und der zweite Detektiv so natürlich nicht stehen lassen würden. Doch bei allem Respekt vor Inspektor Cotter. Eine heiße Spur drohte zu erkalten. Was also hatte es mit den Beweisen auf sich? Elinja ist in dem kleineren Wohnwagen verschwunden. Ob ihre Mutter uns tatsächlich die weiteren Ermittlungen überlässt? Sie schien mir nicht so aufgelöst, wie Inspektor Cotter es angedeutet hat. Ich fürchte, Mrs. Garrett sieht in uns eher willkommene Spielkameraden ihrer Tochter, die ihr Aufmerksamkeit schenken. Wie schätzt du die Situation ein? Ich glaube selber nicht, dass Märchentrolle ein paar Teenager entführen. Es kann aber gut sein, dass Elinja etwas entdeckt hat, das Aufschluss gibt. Über ein Motiv oder einen Aufenthaltsort. Ich gehe davon aus, dass Mrs. Garrett wegen Jaden etwas ahnt oder weiß, wovor sie seine Geschwister schützen möchte. Und die werden ihrer Mutter auch nicht alles auf die Nase binden. Auf begrenztem Raum ist es schwer, Privatsphäre zu schaffen. Es kommt selten vor, dass mir ein Ort wie dieser nicht behakt. Eben weil so viele Menschen um mich sind. Kein klassischer Fall von Bad in der Menge und kein Umfeld, mit dem sich für Rocky Beach werben lässt. Doch sollten wir uns davon nicht beirren lassen. Wir urteilen nicht, wir ermitteln. Ah, ich erkenne das Motiv vom Foto aus dem Internet. Todeszeitpunkt der Parkanlage, 10.22 Uhr. Das muss früher mal ein hübscher Ort gewesen sein. Das muss früher mal ein hübscher Ort gewesen sein. Wie schön, dass ihr euch um Elenia kümmert. Dank Inspektor Kotter habt ihr mein vollstes Vertrauen. Es kommt nicht selten vor, dass sich die Polizei hier blicken lässt. Danach steigt das Misstrauen gegen alle, die nicht hierher gehören. Möchtet ihr ein Kunstwerk erwerben? Ich mache euch auch einen Sonderpreis. Danke, aber wir haben genug Trödel im Gebrauchtwarencenter.t.jonas. Äh, Kunstwerke. Ich meine Kunstwerke. Mir ist klar, dass ich keine Werke schaffe, die einen Victor Eugenie auf dumme Gedanken bringen würden. Mir ist klar, dass ich keine Werke schaffe, die einen Victor Eugenie auf dumme Gedanken bringen würden. Was stellen Ihre Kunstwerke eigentlich dar? Den täglichen Überlebenskampf zwischen Sonnenauf- und Untergang. Ihr wisst schon, dass ich nur scherze, oder? Survival-Kunst ist so etwas von out. Ihr wisst schon, dass ich nur scherze, oder? Mir ist klar, dass ich keine Werke schaffe, die einen Victor Eugenie auf dumme Gedanken bringen würden. Ihr wisst schon, dass ich nur scherze, oder? Survival-Kunst ist so etwas von out. Ich habe schon eurem Kotter gezeigt, wie Jaden sich eingerichtet hat. Da erübrigt sich eine weitere Inspektion. Kümmert euch lieber um Elinia. Sie braucht euren Beistand. Bringt mir nichts durcheinander, ihr Detektive. Die ist gut. Egal, was wir anrühren, es kann nur ordentlicher werden. Sieh mal, Just. Offenbar hatte Mrs. Garrett Besuch von unserem liebsten Feldwebel. Stimmt, das könnte Mrs. Kretschmers Handschrift sein. Sollte es sie tatsächlich in dieser Gegend verschlagen haben? Hier wurde provisorisch der Raum getrennt. Jaden und seine Eltern leben damit Tür an Tür. Dem Alter nach die mittleren Kinder der Familie. Aber rothaarig? Mrs. Garrett und vermutlich ihr Ehemann Milo. Mrs. Garrett mit einem anderen Mann? Unverkennbar Elinia. Mit Mrs. Garrett und vermutlich ihr Ehemann Milo. Dem Alter nach die mittleren Kinder der Familie. Aber rothaarig? Mrs. Garrett mit einem anderen Mann? Das war's. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Dame, die mir den Wisch gab, hat ihre eigene Vorstellung von Hilfe und Moral. Ihr hättet ihr Gesicht sehen sollen, als ich eine Ansage machte. So schnell sehen wir die nicht wieder. Wenn ich eines nicht ausstehen kann, dann Menschen, die nachtreten, wenn sie meinen, einem aufzuhelfen. Wenn ich eines nicht ausstehen kann, dann kann ich das nicht ausstehen. Wenn wir hier anpacken, lösen wir wer weiß was aus. Wenn wir hier anpacken, lösen wir wer weiß was aus. Kümmert euch lieber um Elen... Interessant. Mrs. Garrett, kann es sein, dass es sich bei diesem Kunstwerk um ein Trollkreuz handelt? Ich meine, derlei auf einem Flohmarkt gesehen zu haben. Als Anhänger von Ketten. Handgeschmiedete Trollkreuze halten die fiesen Gesellen auf magische Weise von Haus, Hof und Mensch fern. Kaum hatten Elenia und ich darüber gelesen, war klar. Diesen Schutzzauber brauchen wir. Aber genützt hat er wohl kaum. Hätte er. Wenn es Trolle wirklich gäbe. Trautes Heim, Glück allein. Allerdings sind wir allesamt Einzelkinder. Mit dir und Bob bin ich nie ganz allein. Klopf, klopf. Keine Angst. Wir sind keine Trolle. Sonst wären wir auch nicht heil am Kreuz vorbeigekommen. Trolle haben Angst, sich magischen Kreuzens zu nähern. Weil dann der Blitz einschlägt. Und Gewitter können sie schon mal gar nicht leiden. Wir sind neugierig, Elenia. Wo finden wir den Beweis für deine Annahme, dein Bruder Jaden sei von Trollen gelockt worden? Du sagst die Sachen immer so lustig. Also, Jaden kann total gut mit Computern. Er hat für mich ein Spiel gemacht. Oder für andere. Weiß ich nicht genau. Kennt ihr auch Spiele? Klar. Vor allem die gruseligen Open-World-Adventures. Also nicht die, wo man Bild für Bild was suchen muss. Blümchen für die Nachbarskatze und so. Dann ist das Spiel also gar kein Spiel, sondern etwas Ernstes? Ich hab es beobachtet. Jaden fängt immer damit an und dann landet er woanders und sagt sowas wie Passt doch, ihr Trolle. Wir sehen uns. Konntest du noch etwas auf dem Bildschirm erkennen? So komische Zeichen. Erst grüne, dann wie abgebrochene Stöcke. Aus dem Land der Trolle. Mein Bruder versteht die Sprache der Trolle. Mein Bruder versteht die Sprache der Trolle. Du liest aber viel. Kommen in allen Büchern Trolle vor? Nö. Es gibt aber nicht nur böse Trolle. Manche sind auch lieb und lustig und spielen harmlose Streiche. In dem Buch entführen Trolle Kinder und tauschen sie gegen eigene aus. Aber keine Angst. Wenn ich ein Trollkind wäre, wüsste ich das. Wenn Trolle wütend werden, in dem Buch entführen Trolle Kinder und tauschen sie gegen eigene aus. Aber keine Angst. Wenn ich ein Trollkind wäre, wüsste ich das. Bei Paige, meiner Schwester, bin ich mir nicht so sicher. Wenn Trolle wütend werden, können sie fürchterlich anfangen zu streiten und zu fluchen. So wie mein Bruder Cole, wenn er nicht seinen Willen kriegt. Eine Geschichte war total gruselig. Ein ganz, ganz großer Troll hatte sich als Berg getarnt. Und als seine Beute kam, zeigte er sein wahres Gesicht. Manche Trolle sind so doof, dass sie sich überlisten lassen. Sonnenlicht lässt sie versteinern. Für den Rest ihres Lebens. Seid ihr schon mal morgens aufgewacht und eure Haare starten in alle Richtungen ab? Dann habt ihr zu Hause Trolle. Die harmlose Sorte. Kann man alles nachlesen. Alice im Wunderland, Mathilda, Puder Bär, der Zauberer von Oz. Wenn ich sie nicht zeitig zurückgebe, kommt der Bücherpolizist mich holen, sagt Cole. Alice im Wunderland, Mathilda. Mein Bruder feststeht die Sprache der Trolle. Mein Bruder feststeht die Sprache der Trolle. Mein Bruder feststeht die Sprache der Trolle. Sieh mal, Elinja, das sind Runen. Ein anderes Alphabet, als wir es kennen. Könnte sich Jaden solche Zeichen angesehen haben? Ja, so sahen die aus. Lehrt man die in der Schule? Nein, da lernt man wichtigere Sachen. Etwa, wie sich sogar mit Buchstaben rechnen lässt. Du hast also Zugang zu Jadens Computer? Man kann ihn auf- und zuklappen. Er gehört uns allen. Wer ihn hat, kann nur das angucken, was für ihn ist. Das Trollspiel hat mir Jaden erlaubt, als mir langweilig war. Es ist unschaffbar. Für Detektive stellt sich nun die Frage, ist der Computer mit Jaden verschwunden oder können wir ihn uns ansehen? Ich dachte, er wäre hier. Aber stimmt, Paige und Cole haben ihn mitgenommen. In die Schule. Wir müssen warten, bis sie wieder da sind. Mama sagt, bei Paige und Cole braucht man Nerven wie Drahtseile. Aber so ganz verstehe ich das nicht. Mama sagt, bei Paige und Cole braucht man Nerven wie Drahtseile. Wenn Paige und Cole kommen, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr ihn nicht auf die Pelle rückt. Am besten, ihr meldet euch durch die Fenster. Wenn Cole in seine Höhle gekrochen ist, könnt ihr euch dort dem Monster stellen. Wenn Cole in sein... Dahinter liegt Paiges Königreich. Ihre Majestät weilt noch in der Ferne. ... in den Georg nie auf Wenn ich eines nicht ausstehen kann. Das Gelände ist mir nicht geheuer. Einen Spielplatz für Kinder sucht man vergeblich. Wenigstens hat die Stadt dafür gesorgt, dass die Leute hier duschen können. So ein schlimmer Ort und doch riecht es nach Duschgel-Marke-Blumenwiese. So ein schlimmer Ort und Schrottplatz-Atmosphäre. Widerlich. Ich fühle mich hier nicht wohl. Da ist doch was. Justus, tu das bitte nicht. Justus, tu das bitte nicht. Justus, Justus, tu das. Mir wird schlecht. Hier ist niemand. Was hast du erwartet? Jaden macht Buh? Fallgelöst? Das gäbe eine dünne Akte. Macht mal einer Licht an? Ich sehe keine Relevanz. Mein Kompromiss? Flugmodus. Schade. Genau wie bei uns. Ich sehe keine Relevanz. Das einzige Positive, das ich über den Tisch sagen kann, ist der Umstand, dass er nicht wackelt. Wehe, uns klaut einer die Rikscha. Wenn ich eines nicht ausstehe. Das ist das Blöde an Schule. Sie dauert. Das ist das Blöde an Schule. Kümmert euch lieber um Elenia. Ich schätze mal, keine Immobilien, die Bobs Mum im Angebot hat. Früher ein adrettes Café in einem netten Park, heute Treffpunkt für Menschen, denen das Glück nicht holt war. Wie soll man da von Amts wegen erkennen, welcher Brief wohin kommt? Das ist das Blöde an Schule. Ich danke Ihnen, dass Sie in der Schule kommen. Ich danke Ihnen, dass Sie so viel Spaß haben. Ich danke Ihnen, dass Sie wieder nach Arbeit haben. Sie haben noch viele Arten und viele Arten, aber ich danke Ihnen. Das ist das Blöde an Schule. Sie dauert. Mein Kompromiss? Mrs. Garrett, dem Alter nach die mittleren Kinder der Familie, aber rothaarig? Das einzige Positive, das ich überein habe, ist das Blöde an Schule. Mir wird schlecht. Justus, tu das bitte nicht. Ich sehe keine Relevanz. Genau wie bei uns. Worauf warten wir noch? Cole und Paige sind aus der Schule zurück. Es wird etwas dauern, bis sie mit euch warm werden. Wenn ich eines nicht ausstehen kann. Paige? Cole? Wir sind Detektive, die nach eurem Bruder suchen. Würde es euch etwas ausmachen, herauszukommen? Zischt ab. Wir brauchen keine Detektive. Egal, was die Kleine sagt. Oder, Paige? Kann man nicht mal nach der Schule seine Ruhe haben? So läuft das hier. Die wollen einfach nicht auf mich hören. Die wollen einfach nicht auf mich hören. Cole, ich bin Peter Shaw und suche mit meinem Kollegen Justus nach Jaden. Die Pfeifen von der Visitenkarte, die Ellen ja gefunden hat. Wissen wir, wir sind nicht auf den Kopf gefallen. Ist das Buch da das mit der Story vom Bibliothekspolizisten, der auf grausamste Weise Versäumnisse ahndet? Nicht schlecht für einen alten Schinken, oder? Aber wehe, hier steckt das warm. Ich sag's ja immer. Wer Sport machen will, bei dem klappt es auch in der kleinsten Hütte. Hast du das gehört, Paige? Kein Wunder, dass es hier immer nach Zoo riecht. Ellen ja meinte, euer Laptop könnte Aufschluss über den Verbleib eures Bruders geben. Findest du nicht auch, Paige, dass unser Laptop nicht in fremde Hände gehört? Unglaublich, was sich Ellen ja dabei denkt, dahergelaufenen fremden Versprechungen zu machen. Hier kommt nichts weg ohne unser Okay, klar? Ist das Buch da das mit der Story? Nicht schlecht. Hier kommt nichts weg ohne... Hallo, Paige. Deine Schwester hat uns beauftragt, Jayden zu suchen. Dann stellt euch hinten an. Wir kommen nämlich sehr gut alleine klar. Unser dritter Mann, Bob, hat coole Kontakte zu Musikern und Bands. Und du? Zu einer Fast-Food-Kette? Meine Tante hat auch einen Kosmetiktisch. Dann nichts wie ran. Es kann nur besser werden. Meine Tante hat auch einen Kosmetiktisch. Dann nichts wie ran. Ich heiße Justus. Wir möchten für unsere Recherche den Familien-Laptop in Augenschein nehmen. Offenbar ist der Polizei ein Hinweis entgangen. Findest du nicht auch, Cole, dass sich Schnüffler nie in Familienangelegenheiten einmischen sollten? Na, Logo. Wenn jemand Jayden findet, dann wir. Ist das ein schräges Hobby von dir, Mädchen durch Fenster zu beobachten? Ist das ein schräges Hobby von dir? Unser dritter Mann, Bob, hat coole Kontakte zu Musikern und Bands. Und du? Meine Tante hat auch einen Kosmetik. Dann nichts wie ran. Die wollen einfach nicht auf mich hören. Wenn ich eines nicht ausstehen. Dem Alter nach die mittleren Kinder der Familie. Aber rothaarig? Wehe, uns klaut einer die Rikscha. Mir wird schlecht. Ich... Justus, tu das bitte nicht. Ich sehe keine Relevanz. Ich sehe keine Relevanz. Mein Kompromiss? Flugmodus. Was ist? Habt ihr Langeweile? Was ist? Habt ihr Langeweile? Okay, Kiddies, Klartext. Leit uns den Laptop für Detektivarbeit, die euren Bruder zurückbringt. Oder wir sehen uns genötigt, mit eurer Mutter über zweifelhafte Lektüre in Elinyas Nähe zu reden. Boah, ey, voll die Erpressung. Mom hat es schwer genug. Habt ihr ihre Kunstwerke gesehen? Wenn ihr gute Detektive wärt, wüsstet ihr, wie sehr sie von den Leuten hier geschätzt werden. Ruhig Blut. Und da wir gute Detektive sind, beweisen wir euch das auch. Nicht wahr, Justus? Wir sehen genauer hin und machen Fotos auf dem Gelände. Als Beweis. Danach überlasst ihr uns den Laptop. Eure Mutter halten wir raus. Deal? Deal? Deal, Deal, Deal! Na gut, ihr Nervensägen. Meinetwegen. Deal. Deal. Ich hoffe, Cole und Paige haben euch nicht gepiesackt. Sonst komm ich gleich mal rüber. Alles in Ordnung, Mrs. Scarrett. Wir haben uns gut verstanden. Zumindest halbwegs. Lass uns Ausschau halten, wo ihre Kunstwerke überall gelandet sind. Mein Handy war nie aus, Erster. Wenn mal bei meinen Jüngsten nicht was im Busch ist. Mit so etwas sollte man Mrs. Cratchmers Büro schmücken. Damit sie mal so richtig aus sich rauskommt. Diese Kunstwerke müssen sich erst noch verkaufen. Mit so etwas sollte man Mrs. Ich meine, mir sind Mrs. Scarretts Kunstwerke hier und da bereits aufgefallen. Was werden Sie rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das muss früher mal ein hübscher Ort geben. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kohl, kümmerst du dich mal drum? Wir haben alle Kunstwerke gesichtet. Hier der Beweis. Kannst du die Fotos erkennen? Soll ich nicht doch reinkommen? Nee, nee, passt schon. Ihr seht's ja. Die Nebenmams Kunst nicht für voll. Sind schon komische Leute hier. Wenigstens können wir auf uns selbst aufpassen. Apropos aufpassen. Gib den Laptop nicht einfach so weg. Ich traue den Vögel nicht. Dann gib ihn mir. Und ich gucke zu, was Justus und Peter damit machen. Na gut, Ellen, ja. Aber lass die Schnüffler nicht aus den Augen. Die gehören nicht zu uns. Ich weiß auch schon, wo wir gucken können. Na los, kommt. Kinder. Was ist? Habt ihr Langeweile? Wo ist Ellen ja denn hin? Keine Zeit. Ich lerne ganz viel Text für eine Aufführung. Wenn mal bei meinen Jüngsten nicht was im Busch ist. Willkommen an Bord des gestrandeten Wals. In dem es so stinkt, dass sich keiner sonst ins Innere wagt. Der Bordcomputer steht bereit. Als eure Assistentin habe ich alles vorbereitet. Als erstes müsst ihr den kleinen Trollen nach Hause bringen. Als eure Assistentin... Du hast gute Vorarbeit geleistet, Elinja. Das ist das Game, das dich dein Bruder hat spielen lassen? Ja, aber ich bin nie weit gekommen. Jaden konnte das im Schlaf. Dann bringen wir den kleinen Troll mal in Sicherheit. Dann bringen wir den kleinen Troll mal in Sicherheit. Ich sushe veio. Hier... Ich unwillingzuste, dann musste ich die Küche halten. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Oh, wie schön! Sieht so das Polarlicht von ganz nah aus? Ist das eine Programmiersprache? Ein Code? Das versteht doch kein Schwein! Lass mich mal was ausprobieren! Das war's? Und nun? Jayden hat immer erst! Also so, versteht ihr? Erst die, erst die, dann da und dann soll ich es vormachen? Das klappt ja tatsächlich! Jetzt hast du es, Justus, aber gezeigt! Was sehen wir da? Eine geheime Seite im Internet? Oder abseits davon? Lauter verschlüsselte Mitteilungen in Nachrichtenfenstern, darunter Runen? Wartet! Wartet! Ich erkenne einen interessanten Zeitstempel! Wusste ich's doch! Trolle! Einer von den Fiesen! Was will uns der Troll damit sagen? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dem König, dem Volk Was steht da? Komm zu uns, befolge jene Anweisung, wenn die Geister der Vergangenheit des Nachts fahrig um den Brückentroll ziehen. Du weißt schon wo. So, Elinja, wir Detektive halten uns an die Abmachung. Ihr könnt den Laptop zurückhaben. Danke, Justus. Ich mache mich gleich auf die Socken. Paige und Cole werden Augen machen. Da werdet ihr ihn erst wieder aufladen müssen. Dann erzähle ich ihm eben einfach alles. Bis gleich. Trolle? Nicht dein Ernst? Jaden hat sich Anweisungen geben lassen, wo und wann er welche trifft? Ich fasse mal zusammen. Alles dreht sich um einen Ort der Vergangenheit, den man nachts aufsuchen muss. Dort wartet ein Brückentroll. Und die Anweisung lautet, ihm, seinem König und dem ganzen Volk einen Dienst zu erweisen. Und was hat man davon? Wird man zum Obertroll gekürt, gebadet und verspeist? Ich tippe eher auf so ein bescheuertes Aufnahmeritual wie bei Studentenverbindungen oder Sekten. Keine schlechte Annahme, Peter. Nur sollten wir nicht mit der Tür ins Haus fallen, bevor wir Gewissheit haben. Was wir an Botschaften kennen, setzt Grundkenntnisse voraus, die wir nicht haben. Aber die Jaden hatte. Vielleicht finden sich ergänzende Hinweise bei seinem Hab und Gut. Mrs. Skerritt kann nicht wirklich etwas dagegen haben, oder? Auch in diesem Punkt stimme ich dir zu. Hoffentlich kommen uns Cole und Paige nicht in die Quere. Die Rotschöpfe haben ihren eigenen Willen. So viel steht fest. Ich telefoniere mal wieder in der Gegend herum. Aber meistens bleibt es dabei, dass ich eine Mailbox dran habe. Oder man hat Jaden nicht gesehen. Vielleicht taucht er bald von alleine auf. Viele vermisste Teenager tun das. Alles ist besser, als sich einfach nur hilflos zu fühlen. Hatte Jaden vielleicht bestimmte Lieblings- oder Rückzugsorte, die in Frage kommen? Das hat mich Inspektor Kotter auch gefragt. Aber an denen, die mir einfielen, suchte ich vergeblich. Sie sehen, unsere Methoden sind denen der Polizei ganz ähnlich. Allerdings übersieht der Inspektor manchmal etwas. Als Teenager haben wir einfach einen anderen Blick. Dann seht euch bei Jadens Sachen um. Vielleicht ist uns Erwachsenen wirklich etwas entgangen. Wir fühlen mit ihnen und werden nicht ruhen, bis wir Jaden gefunden haben. Wir fühlen mit ihnen und... Na, schönen Dank auch, dass wegen euch Heinz der Akku runter ist. Aber lasst mal. Wenn das Teil wieder läuft, dann sind wir ruckzuck auf dem neuesten Stand. Stellt euch mal vor, wir sind jetzt auch Detektive. Die drei Scarretts. Genau. So klug wie ihr sind wir schon lange. Und wir haben ein cooles Detektivbüro. In einem Trailer. Erwachsene müssen draußen bleiben. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Eigentlich könnt ihr nach Hause gehen. Elinja, verabschiede dich von den beiden Pappnasen. Können wir nicht alle zusammen nach Jaden suchen? Auch wenn deine neuen Freunde zufällig die Nase vorn haben. Hey da drüben. Wir sehen und hören alles. Hey, da drüben. Lass dich nicht beirren, Zweiter. Was die Scarretts antreibt, ist reines Wunschdenken. Romane der Weltliteratur und mir unbekannte syrische Autoren. Es gibt Dinge, in die selbst ein guter Detektiv nicht seine Nase stecken sollte. Lehrbücher. Obwohl Jaden jünger ist als wir, beschäftigt er sich mit Stoff, den wir noch gar nicht durchnehmen. Familie, Familie und noch mal Familie. Lauter Notizen für eine Erdkundearbeit. Amerikanische Städte und ihre Sehenswürdigkeiten. Jaden glänzt in Sport und in Naturwissenschaften. Da hat man viele Freunde. Oder keine. Wenn es Minigolf gibt, dann auch Minibasketball. Ein kleiner Ball für die Männchen. Aber eine große Herausforderung für Peter Shaw. Hey, hab mal ein bisschen Respekt vor anderer Leute Eigentum. Da hab ich wohl ordentlich eingeloggt. In dem Schuh steckt etwas. Eine Einlegesohle ist das nicht. Eine Zeichnung von einem Troll und einer Brücke. Der gesuchte Brückentroll? Oh Mann. Zeichnen kann Jaden auch noch. Brückentrolle und Wahrzeichen. Da klingelt was bei mir. Aber was hat das mit Rocky Beach zu tun? Die Frage leiten wir weiter. An Bob. Schon gut. Ich übernehme. Flugmodus aus. Und ab geht die Post. Künstlerisches Talent scheint in der Familie zu liegen. Jaden fertigt gerne Skizzen an. Bei dieser hat er sich wohl von Elinars Geschichten inspirieren lassen. Aber dass der Troll ein Auto zerquetscht, ist für Jaden nicht typisch. Wir fühlen mit ihnen und... Euer großer Bruder hatte tatsächlich ein Faible für Trolle. Cool, ist das nicht. Jaden hat einen Brückentroll gemalt. Die wollen immer was, wenn man an ihnen vorbei will. Sonst machen sie Rabatz. Genau, Paige. Der gute alte Brückentroll. Wer weiß, vielleicht sind wir euch bald den großen Schritt voraus. Wer weiß, vielleicht sind wir euch bald den großen Schritt voraus. Abgeblitzt. Hallo, Peter. Schön, dass ich dich erreiche. Ich habe die Zeichnung bekommen. Von wem stammt sie? Von Elinars verschwundenen Bruder, Jaden. Wir haben den Verdacht, dass er sich irgendwo aufhält, wo dieser Brückentroll eine Rolle spielt. Tja, das wäre dann zunächst mal in Seattle. Es handelt sich um eine Skulptur, die gerne von Touristen fotografiert wird. Um den Fremont-Troll. Sollte sich Jaden also im Staate Washington aufhalten? Nicht so voreilig. Das Original wurde 1990 um Halloween eingeweiht. Aber habt ihr gewusst, dass es in Rocky Beach eine Parkeisenbahn gab? Eine Kinderattraktion? Mit einer Kopie des Freeman-Trolls. Ich nicht. Jetzt dämmert es mir. Die Anlage war einmal eine Attraktion im Umland von Rocky Beach. Aber sie wurde nach einem Fahrgastunfall stillgelegt. Das nenne ich mal eine heiße Spur. Hallo, Justus. Hallo, Peter. Wolltet ihr gehen, ohne euch zu verabschieden? Bob, wir müssen Schluss machen. Die Scarret-Brut ist hier. Ich habe Infos über sie, aber gut, dann bei nächster Gelegenheit. Wir können gemeinsam das alte Bahngeländer erkunden, sobald ich mich von Mrs. Kretsch mal loseisen kann. Kommt und sagt auf Wiedersehen. Na komm, Just. So leicht lassen wir uns nicht abhängen. Erst uns heimlich belauschen und dann wegrennen? Nach Teamwork sieht mir das nicht aus. Also, worauf zielt ihr ab? Och, unser Teamwork klappt bestens. Nur, im Gegensatz zu euch, lassen wir uns nicht so leicht abhängen. Frieden. Mama möchte euch noch auf einen Snack einladen, bevor ihr leider, leider wieder gehen müsst. Ihr wollt sie doch nicht enttäuschen, oder? Au ja, dann sind wir schon sechs Detektive. Mit Mama sogar sieben. Ach, Ellen, ja. Wir drei reichen völlig aus. Wir finden Jaden schneller als die drei Fragezeichen. Wetten? Ihr seid doch noch Kinder. Überlasst die Detektivarbeit lieber uns Profis. Du, Just. So etwas Ähnliches hat man auch zu uns gesagt, kurz nachdem Bob unsere ersten Visitenkarten gedruckt hatte. Au, fein. Ich bin für beide Teams. Ja? Au, fein. Au, fein. Au, fein. Höflich nehmen der erste und der zweite Detektiv das Angebot eines Snacks an. Weder Justus und Peter noch Paige und Cole lassen sich in die Karten gucken. Dabei sitzen die Detektive wie auf heißen Kohlen. Wer löst als erster das Rätsel um die alte Eisenbahn? Inzwischen versucht Tante Mathilda, Justus zu erreichen. Vergebens. Dabei ist es Bob, der mehr über ihren angeblichen Lottogewinn in Erfahrung gebracht hat. Es hatte alles ganz harmlos begonnen. Mit Bobs Erschein in den vom Mrs. Eudora Kretschmer geführten Frauenverein. Natürlich holte der dritte Detektiv vor der Begegnung noch einmal tief Luft. Schließlich ahnte er, worauf er sich eingelassen hatte. Auch wenn ich Mrs. Kretschmer nicht gern warten lasse, ich sollte zuerst eine Rundmail starten, damit wir nicht mit Nachfragen zugemüllt werden. Mal sehen. Liebe Leute, aufgrund der zahlreichen Nachfragen wegen des angeblichen Lottogewinns von Mathilda Jonas kann ich versichern, dass es sich um eine Falschmeldung handelt. Klammer auf, Quelle, Doppelpunkt, Mrs. Jonas, Klammer zu. Bitte die Füße stillhalten und auch euren Freunden und Bekannten Bescheid sagen, damit wir in Ruhe ermitteln können. Bob Andrews von den drei Fragezeichen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir eine Telefonlawine starten, damit uns noch die Freunde unserer Freunde eine Weile in Ruhe lassen. Hoffentlich nehmen sie uns das nicht krumm. Zum Glück hat die Meute vor dem Gebrauchtwarencenter mein Fahrrad verschont und es erspart mir die lästige Parkplatzsuche. Mrs. Kretschmers Kombi. Ich kenne niemanden, der es wagen würde, ihr den Parkplatz streitig zu machen. Poliert mit der strahlender Geht's nicht-Formel. Poliert mit der strahlender Geht's nicht-Formel. Die Gemeindehäuser von Rocky Beach sind recht unterschiedlich. Ich mag die modernere Variante. Ich glaube nicht, dass man sich hier für den Umgang mit Mrs. Kretschmer beraten lassen kann. Sei gerade wie das. Entschuldigung der job geht zu funcionieren. Oh, Backe! Äh, Bob Andrews? You, Dora Kretschmer, ich wollte dich höflichst daran erinnern, dass man sich im Falle einer Verspätung meldet und persönliche Nachfragen weder auf eine Mailbox auflaufen lässt, noch sie mit schnöden Rundmails abtut. Und deshalb, Mrs. Kretschmer, widme ich Ihnen nun meine ganze Aufmerksamkeit. Gerade habe ich mein Fahrrad vorm Gemeindehaus angeschlossen. In diesen Zeiten geht Sicherheit vor. Ach, wem sagst du das? Nun gut, dann bis gleich. Puh, Schreckschrauben-Alarm beendet. Ich muss die Kretschmer samt Frauenverein unbedingt in Adressbuch 3 verschieben. Der Frauenverein scheint ein halbherziges Verhältnis zu Halloween zu haben. Wer hat sich denn diese Schnitze erlaubt? Ich hoffe, hier wurde dem Tier wohl ein Denkmal gesetzt und nicht im Einsatz von Delfinen im Seekrieg und beim Drogenhandel. Mexikanische Kacheln, die müssen schon vorhanden gewesen sein, bevor Mrs. Kretschmer das Kommando übernahm. Solche Springbrunnen beruhigen ungemein. Jetzt haben meine Nerven auch bitter nötig. Biblische Pixelkunst. Natürlich rein analog. Ich gehe nicht davon aus, dass es beim letzten Abendmahl Kürbis gab. Ich spute mich besser, bevor mich Mrs. Kretschmer vor lauter Nächstenliebe holen kommt. Ich spute mich. Du meine Güte, das sieht aus, als hätte Titus Jonas eine Filiale eröffnet. Wollten die Leute spenden oder nur ihren Ramm schloss werden? Wollten die Leute spenden oder nur ihren Ramm... Geordnete Verhältnisse sehen anders aus. Dieses Kretschmer ist nie zu beschäftigt, um nicht doch einen mahnenden Blick schweifen zu lassen. Retro-Look oder nur eine Teeküche, die in die Jahre gekommen ist. Mrs. Kretschmer ist nie... Mrs. Kretschmer ist nie... Mrs. Kretschmer? Sie ist in ihrer Arbeit vertieft. Egal ob Werbefigur oder Karikatur, dieser Onkel Sam muss einem über kurz oder lang auf den Wecker gehen. Nerven behalten. Nerven behalten. Du, du meine Güte! Was schleißt du dich so heran? Bob Andrews, nach dem Malheur mit dem Kunstblut, das meinen Gatten teuer zu stehen kam, erbitte ich mir etwas mehr Einfühlungsvermögen. Verzeihung, Mrs. Kretschmer. Ich bewundere, wie konzentriert sie sich ihrer Arbeit widmen. Was also kann ich für sie tun? Da du allein kommst, musst du leider für drei arbeiten. Schöne Freunde hast du. Sich einfach zu drücken. Du bist über unseren Bazar im Bilde? Ein Schmuckstück, nicht wahr? Manchmal werde ich ganz leckisch und nutze das alte Ding für erste Entwürfe. Zu schade, dass Mrs. Jonas nun doch keinen Beitrag leisten wird, um unsere Vereinsspenden aufzustocken. Auch im Gottesdienst hat sich die Gute lange nicht blicken lassen. Sie ist die reinste Perle, wenn sie meine Anweisungen auf ihrem Notebook befolgt. Zumindest die offiziellen. Handys sind heutzutage unverzichtbar. Aber das hat man von Faxgeräten auch einmal behauptet. Mein Mann ist ein vorbildlicher Familienvater. Charity und Chesity himmeln ihn geradezu an. Ist nicht ein Bazar wie jeder andere? Du solltest an deiner Wertschätzung arbeiten. Offensichtlich ist dir unsere Ankündigung entgangen oder es haben sich mehr Buchstaben verabschiedet als verträglich. Prüfe das. Ist nicht ein Bazar wie jeder andere? Du solltest an deiner Wertschätzung arbeiten. Ein Schmuckstück nicht. Mit Hummeln im Hintern kommst du nicht weit im Leben? Ist nicht ein Bazar wie jeder andere? Du solltest an deiner Wertschätzung arbeiten. Wollten die Leute spenden? Wollten die Leute spenden? Robustes Holz für robuste Reden. Als eifrige Kirchgängerin ist Mrs. Kretschmer auch im Verein bestens gewappnet. Als eifrige Kirchgängerin ist Mrs. Kretschmer auch im Verein bestens gewappnet. Wollten die Leute spenden? Wollten die Leute spenden? Mir muss etwas auf dem Weg ins Gebäude entgangen sein. Poliert mit der strahlender Geht's nicht-Formel. Steckbuchstaben scheinen in einigen Kreisen nie aus der Mode zu kommen. Offensichtlich sind die drei Fragezeichen nicht die einzigen, die Bewohnern des Trailerparks ihre Hilfe zugesagt haben. Tu Gutes und sprich darüber. Tu Gutes und sprich darüber. Tu Gutes Tu Gutes und sprich darüber. Okay, 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 nope, nope, okay, okay, okay. Hier weiß man sich zu behelfen, ob mit oder ohne Unterstützung. Hier muss ein Gärtner immer hinterher sein oder beschäftigt der Verein ausschließlich Frauen. Auch wenn es immer mehr Tiere in die Stadt zieht, hier dürfte sich ein Mensch bedient haben. Vorsätzlich. Den Spuren nach haben Kids einen Ball ins Beet gedonnert und ihn sich zurückgeholt. Nicht auszudenken, wenn sie eine Fensterscheibe des Frauenvereins erwischt hätten. Kinder. Kinder. So schweigsam kennt man Delfine eigentlich nicht. Ich spute mich besser, bevor mich... Ich habe mich informiert. Der Frauenverein plant einen Halloween-Bazaar zugunsten der Menschen im Trailerpark. Meine Kollegen sind dort gerade im Einsatz. Eine Brutstätte des Verbrechens, nicht wahr? Sollen die Kinder dort rabauken werden? Du hast doch vor unserem Vereinshaus gesehen, was falsche Erziehung alles anrichten kann. Oder nicht? Es ist wirklich schade um die Blumenbeete. Vielleicht kann man das mit ein paar Kürbissen kaschieren. Untersteh dich, die Taten dieser Lümmel zu verschleiern. Stichwort Kürbisse. Marci Bronkowicz hat unsere als Dekoration verteilt. Dabei war meine Anweisung, sie einzig für die Zubereitung einer Suppe zu beschaffen. Sie konnte sie nur. Und das zu Halloween. Eben, eine Speisung zeugt von Nächstenliebe. Heidnischer Firlefanz hingegen nicht. Die geschnitzten Kürbisse sind unbrauchbar. Die anderen jedoch, die gehören in unsere kleine, aber feine Suppenküche. Ich werde mich also überall nach Kürbissen umsehen. Schon auf der Treppe dürften Marci einige aus dem Rolli gekullert sein. Schwache Arme. Von der Aktenkammer abgesehen, hatte Marci viel Muse, um Zierer zu verteilen. Naturbelassen oder entstellt. Ich werde mich also überall nach Kürbissen umsehen. Bei Karteikästen juckt es mich immer in den Fingern. Ich lasse meine Hände lieber bei mir. Ein handlicher Aktenvernichter. In Krimis sind diese Shredder immer in Aktion, wenn eine Razzia naht. Diese Enzyklopädie hat es mit Ach und Krach ins 21. Jahrhundert geschafft und dürfte veraltet sein. Solche alten Aktenkammern kenne ich von den Redaktionen der Rocky Beach Today und der L.A. Post. Abgeschlossen. 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 Solange ich die Suppe nicht selber kochen muss, werde ich Mrs. Quetsch mal in Sachen Kürbisse zufriedenstellen. Wenn sie mir gewogen ist, kann ich sie wegen des Trailerparks ausquetschen. Abgeschlossen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wollten die Leute spenden oder nur ihren Ramsch loswerden? ZDF, 2020 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 Na bitte, wir sind hier schließlich nicht bei den Wackerbunten von Trailerpark. Das riecht gut. Ist die Suppe für Hunger leider gedacht oder für Leute, die spenden? Jeder nimmt, was ihm die Not gebietet. Jeder gibt, so gut er kann. Und ein himmlischer Geruch lockert die Bersen. Das kenne ich von meiner Mom. Die backt bei Hausbesichtigungen immer Plätzchen. Halter Maklertrick. Das Schicksal der Trailerleute muss sie besonders berührt haben. Waren sie mal vor Ort? Oh ja, da war diese eine Familie mit zahlreichen Kindern gesegnet. Skerritt heißt sie. Sie hat Unterstützung bitter nötig. Aber ihr Stolz macht es fraglich, ob sie die Hilfe des Frauenvereins überhaupt annimmt. Es heißt, einer der Skerritts Söhne sei verschwunden. Ich beteilige mich nicht an Klatsch. Aber wenn du mich fragst, Mrs. Skerritt, die Mutter, sollte sich ein paar Manieren zulegen und sie an ihre Sprösslinge weitergeben. Noch betrachte ich sie nicht als verloren. Dann kennen Sie die Skerritts näher? Was können Sie mir noch erzählen? Ich kann dir erzählen, dass ich ungehalten werde, wenn du dich um Arbeit drückst. Kümmere dich um die Spenden. Wir benötigen Vermerke, wer was gesammelt hat. Und kein heilloses Durcheinander. Wenn ich hier fertig bin, muss ich noch Telefonate erledigen. Also kein Grund, Wurzeln zu schlagen. Wenn ich hier fertig bin... Mrs. Quetschmer scheint mehr über die Familie Skerritt zu wissen, als sie zugeben will. Was verschweigt sie mir? Vielleicht bin ich sogar näher an unserem Fall dran als Justus und Peter. Mrs. Quetschmer, auf den Kartons befinden sich lediglich Zahlen. Die Karteikarten aktueller Spender... Da fehlt noch was. Sind mit einer roten Büroklammer markiert. Du musst dich also... Ah, etwas Salz... In unser Büro bemühen. Ich brauche also zwölf bestimmte Karteikarten für zwölf Kartons. Nannu? Nannu? Die Karteikarten für zwölf Kartons açt. Ja, karteikarten für zwölf Karton. Bis dahin vor膽默 Punkt hochatu. Bis dahin diagnosed. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. bet Wentkäple diesen Tajin... Bis dahin. Ich brauche also zwölf bestimmte Karteikarten für... Ich brauche also zwölf bestimmte Karteikarten für... Ich kann dir die Lektüre uneingeschränkt empfehlen. Ich brauche also zwölf bestimmte Karteikarten für zwölf Kartons. Ein Ausreißer. Sieh an. Unsere Visitenkarte? Merkwürdig. Und wo bekommt man heutzutage noch Farbbänder her? Farbbänder verraten, was getippt wurde. Allerdings bin ich kein Leinwandspion, der noch bei schmutzigsten Missionen saubere Finger behält. Farbbänder verraten, was getippt wurde. Allerdings bin ich kein Leinwandspion, der noch bei schmutzigsten... Ich bin mir ziemlich sicher, Mrs. Kretschmer weiß nicht einmal, wie man ein Notebook anschaltet. Lass dich nicht stören, Bob. Auch ich habe eine Menge zu tun. Marcy Liebes, geht es dir inzwischen besser? Ich sollte nebenbei ein Uhr drauf haben, mit wem alles Mrs. Kretschmer telefoniert. Diese Enzyklopädie hat es mit Ach und Krach ins... Ich werde 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 mit Ach und Krach ins... Na gut, Marcy, dann hoffe ich, dass dich keine angeblichen Verehrer mehr beheligen und du dich wieder traust, das Haus zu verlassen. Ich fand diese Internetliebeleien schon immer fragwürdig. Sie ist in ihrer Arbeit vertieft. Sie ist in ihrer Arbeit vertieft. Mord, du als Vize-Vorsitzende des Frauenvereins solltest energisch dagegen vorgehen. Wer sollte in deinem Namen all die Dinge geordert haben? Ich sag's ja, der Versandhandel ist nicht mehr, was er mal war. Sie ist in ihrer Arbeit vertieft. Nikolas, gerade habe ich mit deiner Mutter telefoniert. Hausarrest? Deine Noten im Schulnetz manipuliert? Aber wenn es nicht zu deinen Gunsten war, sieh es ihr nach. Sie ist ziemlich durch den Wind. Ich habe vollstes Verständnis, wenn sie in dieser Gemütslage keinen Dienst beim Bazar schieben können, Mrs. Field. Ihr Klapprad hat auf dem Dach nichts zu suchen. Auch nicht das Vermächtnis ihres Mannes. Ach Gott, hab ihn selig. Sie ist in ihrer Arbeit vertieft. Ich spute mich besser. Das Ende einer großen Kürbisschlacht. Frische Suppe. Für morgen. Das Ende einer großen Kürbisschlacht. Biomüll. Ich hoffe, ihr lockt keine Fliegen an. Sie ist in ihrer Arbeit vertieft. Sie ist in ihrer Arbeit vertieft. Ich gehe alphabetisch vor. Daisy Adams. Schwarze Frauenkleidung. Gothic-Stil. Fragezeichen. Elisha Dietrich. Ein Akkordeon. Intakt. Ausrufezeichen. Inklusive Notenblätter. Heather Fortescue. Heather Fortescue. Schlipse und Krawatten in allen modischen Varianten. Leine Goodwin. Cowboy und Indianer. Zubehör samt Handschellen. Gebrauch fragwürdig. Orbit Ingalls. Dekorationen für Thanksgiving. Jeanne Morberhan. Wasen- und Aschenbecher. Wasen- und Aschenbecher. George M. Peterson. Modellbausätze, in Klammern militärisch, unvollendet und komplett. Sex Sandler. Na, das ist keine Überraschung. Schallplatten, Kassetten und CDs, die er durchaus missen möchte. Mario Taburi, Kakteen. Konstanz Tacker. Ungelesene Science-Fiction-Klassiker und Lehrbücher der Physik. Teils mit Widmungen an eine Granny. Fanny Windermere. Theaterrequisiten und Kostüme. Nun auch für heimische Dramen geeignet. Na, sieh mal einer an. Ethan Weil, der Mann, der mit seinem Vermögen Waisenkinder unterstützt, spendet. Spielzeug, in Klammern, Neuware. Spielzeug, in Klammern, Neuware. Jetzt können sich die Spenden sehen lassen. Wie bedauerlich, Mrs. Jonas. Sie sollten Anzeige gegen Unbekannt erstatten und über Maßnahmen nachdenken, die unserer Heimatsicherheit förderlich sind. Spielzeug, in Klammern, Neuware. Auch Ihnen einen guten Tag, Mrs. Jonas. Bob, bist du fertig? Ich habe alle Spenden zuordnen können, Mrs. Kretschmer. Äh, Mrs. Kretschmer? Das muss eine Prüfung sein. Das muss eine Prüfung sein. Mrs. Kretschmer? Das muss eine Prüfung sein. Mrs. Kretschmer? Ihre Telefonate scheinen Sie sehr mitgenommen zu haben. Schlechte Nachrichten? Wo man auch hinhört. Straftaten, die unsere Polizei als Bagatellen abtut. Halloween-Streiche. Da führt man einen Verein und ist ganz auf sich allein gestellt. Sie haben ja noch mich. Was genau ist denn alles vorgefallen? Das tut jetzt nichts zur Sache. Ich werde mich von den Früchten deiner Arbeit überzeugen. Inzwischen kannst du die Tür zur Aktenkammer reparieren. Ich komme trotz Schlüssel nicht hinein. Na, wird das heute noch mal was? Du öffnest die Tür und überlässt alles Weitere ausschließlich mir. Haben wir uns verstanden? Selbstverständlich, Mrs. Kretschmer. Na, bitte. Manchmal frage ich mich, was in Mrs. Kretschmer gefahren ist, dass sie keinem Recht vertraut. Die Akten vom Frauenverein können mir doch egal sein. Oder? Da klemmt etwas. Ach, wenn ich rabiat werde, zieht mir Mrs. Kretschmer die Ohren lang. Ohne Werkzeug ist da nichts zu machen. Offenbar teile ich mit Mrs. Kretschmer ein reges Interesse. Wenn auch aus unterschiedlichen Motiven. Ich bin mir ziemlich sicher, Mrs. Kretschmer weiß nicht... Farbbänder verraten, was getippt wurde. Farbbänder verraten... Nie benutzt. Oder ständig geleert. Ach, läuft ja nicht gerade wie geschmiert. Ach, hier ist kein Durchkommen. Ein Ölkännchen. Igitt! Meinen Erfolg sollte ich Mrs. Kretschmer nicht gleich auf die Nase binden. Der Frauenverein verfügt wirklich über eine Unmenge Schriftverkehr. Vermutlich ist Mrs. Kretschmer die Einzige, die das Ablagesystem pflegt. Nach ihrem Gutdünken, versteht sich. So weit, so gut. 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 Wenn ich Mrs. Kretschmer wäre, wo würde ich die gelb markierten Notizen abheften? Eine meiner leichtesten Übungen. Sichten, kopieren und aussortieren. So weit, so gut. So weit, so gut. So weit, so gut. bebische Gebü Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ganze Ordner mit Einblicken in das Leben und Wirken von Leuten aus Rocky Beach Und obenauf die Akte Scarrett Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mag sein, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut, dann bei nächster Gelegenheit. Wir können gemeinsam das alte Bahngelände erkunden, sobald ich mich von Mrs. Kretschmer loseisen kann. Okay, dann noch schnell verabschiedet und... Oh, ungeschickt lässt grüßen. Ich hoffe, Mrs. Kretschmer hat es nicht mitbekommen. Offensichtlich wurde doch ein Dokument vernichtet. Dabei archiviert Mrs. Kretschmer sonst alles. Ob sich die Streifen zusammenfügen lassen? Vorderseite, Rückseite. Mit etwas Geschick sollte ich das Dokument wiederherstellen können. ? ? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe noch weitere Namen guter Bürger angeführt. Ich gebe zu, ich wollte Eindruck schenden. Wissen Sie eigentlich, was Sie da losgetreten haben? Das ist Rufmord. Diese sonderbaren Vorfälle in Ihrem Umfeld widerfuhren Leuten, die Sie im Schreiben genannt haben. Dererlei Anklagen verbitte ich mir. Mein Mann ist Anwalt. Also überleg dir gut, was du mir an den Kopf wirfst. Ich denke, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Ich brauche dringend frische Luft. Diese Frau schafft mich. Aber gut, ich habe meinen Kollegen einiges zu berichten. Mal sehen, ob auch Justus sein Handy wieder auf Empfang hat. Mensch, Bob. Da hast du dir einen schönen Zeitpunkt ausgesucht, um dich zu melden. Ja, das klingt ja gar nicht gut. Dabei habe ich gerade herausgefunden, dass deine Tante wohl Opfer eines Streiches wurde, der auf Mrs. Quetschmas Mist gewachsen ist. Also, nicht direkt, aber es gibt eine unheilvolle Namensliste. Stehen wir auch drauf? Also, die drei Fragezeichen? Dann hätte ich schon mal den Ansatz für eine Erklärung, was mit unserer Zentrale los ist. Justus, du machst mir Angst. Apropos, ähm, was ist mit Peter? Seid ihr noch bei den Skarrids? Ich habe Peter allein zu diesem Eisenbahngelände geschickt, weil mich Tante Mathilda dringlich nach Hause beordert hat. Hätte ich dich nur gleich angerufen, damit du unseren zweiten begleitest. Peter ist weniger Angsthase, als er vorgibt zu sein. Um dich mache ich mir gerade mehr Sorgen. Ich schwinge mich auf mein Rad und bin ihm nur auf dem Schrottplatz, okay? Bob Andrews sorgte sich um seine Freunde. Gerade verdaut er die neuen, wichtigen Informationen, als die jüngsten Umstände die drei Fragezeichen zum Handeln zwingen. Zum Glück hat es Bob nicht weit. Der dritte Detektiv fragt sich, was mit der Zentrale geschehen sein kann. Ein weiterer Streich, den Mrs. Kretschmer auf noch zu klärende Weise mitzuverantworten hat? So wie den angeblichen Lottogewinn? Beherzt zieht Peter alleine los, um das ehemalige Eisenbahngelände zu erkunden. In der Hoffnung, dass sich zu Halloween nicht auch noch untote Trolle ihren Weg in die Welt der lebenden Bahnen. Du packst das schon alleine, Peter. Ich kümmere mich mit Bob um unsere Zentrale, Peter. Wir zählen auf dich. Schwupps fuhr er mit dem Lastenfahrrad fort und ich durfte hierher joggen. Na gut. Vor mir liegt also das Gelände einer Parkeisenbahn, die der Besitzer vor Jahren aufgegeben hat. Sieht aus wie eine Festung. Und dahinter? Der Berg eines Trolls? Mein Handy ist an und kann geortet werden. Akku sieht gut aus. Merkspruch notiert. Puls leicht erhöht. Auftrag stell dir vor, du wärst Jaden und folgst dem Lockruf der Trolle. , du wärst ihr, das Viktor hat. Der damalige Eingang zum Gelände. Unüberwindbar. Zumindest erkenne ich keine Schwachstelle, die Jaden genutzt haben könnte. Hatte sich auf dem Gelände nicht ein verheerender Unfall zugetragen? Ob das ein Zeugnis davon ist? So richtig erkennen kann ich nichts. Was für ein Hingucker. Der Drache aus der Mauer stützt das Gleis und bewahrt den Waggon vorm Absturz. Die dramatische Szene ist also Show. Leider hilft mir das weder weiter noch höher. Das Gebüsch ist teils niedergetrampelt. Ich bin nicht der Erste, der hier in letzter Zeit sein Unwesen treibt. Zwei benutzte Spraydosen. Blau und weiß. Wie lange gammeln die hier wohl schon vor sich hin? Kein Loch in der Mauer. Vermutlich eine angebrachte Zeichnung, um Parkbesucher willkommen zu heißen. Falls da Steine locker sind, braucht es die Kraft einer ganzen Kompanie. Zu dumm, dass ich meinen Rambock nicht dabei habe. Oder die gescheiten Köpfe meiner Kollegen. Ich könnte versuchen, an den Ranken hochzuklettern, aber sie reichen nicht weit genug hinauf. Kein Ort für Elenja. Es gibt hier einfach zu viele Trolle der garstigen Sorte. Mal ehrlich, wer würde dem oder seinem Gegenüber huldigen wollen. Die gehen bestimmt noch in den Trollkindergarten. Da passt nicht mal ein Flohzirkus drunter durch. Kommung! 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 Da endet ein Gleis. Ob sich Jaden irgendwie daran hochgezogen hat? Bei aller Liebe, ein erfahrener Free-Climber ist er meines Wissens nicht. Genauso wenig wie ich. Was besagt der kleine Trampelpfad? Bis hierhin und nicht weiter? Eine Schleiereule. Der Waggon ist intakt. Die Eule scheint auf etwas zu hocken, das im Waggon liegt. Vielleicht achtet sie bloß auf ihr Handgepäck. Jaden wird über das schwebende Gleis aufs Gelände gelangt sein. Er hatte wohl kaum einen Enderhaken dabei. Er war ein Trollzauber. Und ein glückliches Händchen im Spiel. Wo könnte sich ein Mechanismus verbergen? Wo könnte sich ein Mechanismus verbergen? Das erinnert mich ein bisschen an Tarnvorrichtungen beim Militär. Aber warum künstlich verbergen, was im Lauf der Zeit eh völlig zugewachsen sein müsste? Ah, hier waren also Graffiti-Sprayer am Werk. Vielleicht ein Rätsel für Newcomer wie Jaden. Und mich? Mal sehen, was sich machen lässt. Die Fehler in der Spiegelung scheinen mir Absicht zu sein. Zu welchem Zweck? Unheimlich. Das war verkehrt. Das war verkehrt. Das war verkehrt. Tadá! Ist da wer? Huhu! Absurd! Waghalsig geht es die Strickleiter hinauf zum schwebenden Gleis. Zum Glück erweist sich die Konstruktion als stabil. Dennoch lässt Peter große Vorsicht walten. Der zweite Detektiv staunt nicht schlecht, was die geheimnisvollen Trolle ausgetüftelt haben. Schließlich gelangt er über das Gleis auf die eigentliche Anlage der einstigen Kindereisenbahn. Ob Peters Ankunft unbemerkt geblieben ist? So langsam haben sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Und da befindet sich auch schon der Brückentroll. Wie Jaden ihm wohl gehuldigt hat. Wie weitläufig das Gelände ist. Wow, das kann sich sehen lassen. Wenn es bloß nicht so zugig wäre. Na, die können alle ewig auf den nächsten Zug warten. Ich vermute mal, dass diesem Schaffner keine Trillerpfeife fehlt. Huldigen. Mit Geld kann ich nicht dienen. Worauf steht ein Brückentroll sonst so? Hilfe bei der Buchhaltung? Na, da bin ich ja der Richtige. Ziemlich materiell eingestellt, der olle Troll. Aber meinen MG bekommt er nicht. Puh. 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 Ich vermute mal, dass dies, ich vermute, sehr majestätisch. Das ist dann wohl der Bergkönig mit seinem Hofstaat. Hauptsache einer, der weiß, wohin die Reise geht. Der steht auf meiner Liste. Der steht auf meiner Liste. Der Typ liest allen was vor. Was verkündet der bloß? Da steht, drei Hörner, jedes einzig gar, schwanden in der Hörnerschar. Fischt sie heraus, hebt sie empor. Glück auf, mein Herr, und auf das Tor. Ich sehe keine Möglichkeit, die Truhe zu öffnen. Der steht auf meiner Liste. Das kleine Volk, wie es leigt und lebt. Bestimmt arbeitet es auch unter Tage. Und wohin geht es hier? Zum Pausenraum für Lokhörer? Fehlplanung oder Inszenierung? Fehlplanung? Mit einem Sesam öffne dich, ist das wohl nicht getan. Ich hoffe, zwischen all den Leutchen versteckt sich kein heimlicher Beobachter aus Fleisch und Blut. Menschenfleisch soll bei Trollen hoch im Kurs stehen. Das einzige Lebhafte ist wohl meine Fantasie. Das einzige Lebhafte ist wohl meine Fantasie. Ich könnte jetzt gemütlich in meinem Bett liegen, aber nein. Ich könnte jetzt gemütlich in meinem Bett liegen. Das einzige Lebhafte ist wohl meine Fantasie. Huldige dem Troll, dem König, dem Volk. Na dann ist ja alles klar. Dahinter geht es noch weiter. Hörner und Stollen, Glück auf, Tor auf. Hm. Der steht auf meiner Liste. Der steht auf meiner Liste. Seltsame Haltung, wie bei einem Trinkspruch. Und Matsu. Shaut 4-3-3-3-4-3-3-3-4-5-6-10-3-4-5-6-7-7. bastard hat sie alle sagen. Ziemlich materiell eingestellter Olle-Troll. Puh, Puh, Puh. Puh, Puh, Puh. Puh, 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 Puh. Puh, Puh, Puh. Puh, Puh, Puh. Puh, 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 Puh. Puh, Puh, Puh. Puh, Puh, Puh. Puh, Puh, Puh. Puh, 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 Puh. Puh, 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 Puh. Puh, Puh, Puh. Puh, 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 Puh. Puh, 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 Puh. Puh, 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 Puh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 dampf eine da eine wenn sich etwas auf dem gelände regt ich vermute mal ich vermute mal dass diesem schaffner bis zum nächsten mal und ich werde Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Na bitte Na bitte Na bitte Der Brückentroll gibt grünes Licht Aber wofür? Vielleicht ein Brückenschlag zur nächsten Aufgabe der Rätselbotschaft Unheimlich, wie er vor sich hin starrt Stolperfallen im Dunkeln Stolperfallen im Dunkeln kann ich jetzt Ich vermute mal Die Kuh hat ein Horn Eine Dampflok Wenn sich etwas auf dem Gelände Nur drei Hörner gibt es einmal Das ist ein guter Hinweis, um mich durchzuwurschteln Welche Hörner sind nicht einzigartig? Ich vermute mal was mit dem Ge aquestes Ich nehme an als Jungen Ich nehme an die Indienz Du hast ihn zerstört, das ist ein guter Hinweis Ich nehme an die Indienz Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Das sieht gut aus Etwas hat sich getan Entweder als Fortschritt meiner Aufnahmeprüfung als Stollentroll Oder ich mache die Bekanntschaft mit einem Wachdienst Wie hat Jaden nun dem Volk gehuldigt? Durch Arbeit im Stollen? Was gibt es hier zu tun? Eine Lore? Hoffentlich nicht für eine Flotte Rutschpartie unter Tage Hier endet ein Gleis, das aus der Wand führt Schabernack? Oder sollen das Edelsteine sein? Was es wohl in der Tiefe des Berges zu holen gibt? Kristalle, 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 Kristalle oder sollen das Edelsteine sein? Was ist wohl in der Stollen? Was ist wohl in der Tiefe des Berges? Der Stollen verliert der Stollen, der Stollen Die Lore So ganz ohne Trollflair riecht mir das nach Was war zuerst da? Schiene oder Berg? Dieses Gleis ergibt einfach keinen Sinn Das einzige Lebhafte ist wohl meine Fantasie Menschenfleisch soll bei Trollen hoch im Kurs stehen Na, ist der Herr zufrieden? Na, ist der Herr zufrieden? Hörner sollten bleiben, wo sie gewachsen sind Na, 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 ist der Herr zufrieden? Eine Dampflok Elektrisch betrieben? Wenn sich etwas auf dem Gelände regt Lebt es? Spukt es? Oder steht unter Strom? Wenn sich etwas Eine Dampflok Eine Dampf Hier komme ich nicht Hier komme ich nicht Und Unheimlich Unheimlich Fehlplanung So ganz ohne So ganz ohne Eigenartig Antwortet da jemand im Tunnel mit einem Signal? Jetzt ist er fort Und Und wenn ich einer Bande auf den Leim gehe Die Jugendliche anlockt und verschleppt Ich wünschte Justus und Bob wären hier Und wenn ich einer Bande auf den Leim gehe Die Jugendliche Hier endet ein Und wenn ich einer Bande auf den Leim gehe Und wenn ich einer Bande auf den Leim gehe Die Jugendliche anlockt und verschleppt Uh, Peter Peter Shaw Uns gelüstet nach Menschenfleisch Was? Was soll das? Ich habe bisher doch alles gemacht Wie es vorgeschrieben war Sollst uns knusprig geraten Und uns munten Läuft es darauf hinaus? Ich soll dem Volk Als Mahlzeit dienen? Na wartet Das könnte euch so passen Zeigt euch Trolle Wo steckt ihr? Was habt ihr Jaden und den anderen Teenagern angetan? Ich habe keine Angst Das solltest du aber, Menschlein Wir machen dir Beine Ganz knusprig und zart Das kam von draußen Wenn sie glauben, dass ich kneife Pech gehabt Oh Mann Ich sehe kaum meine Hand vor Augen Dafür aber Geister Peter, komm Wo bleibst du denn? Oder gibst du auf? Ich weiß nicht, was mich mehr beunruhigt Der Nebel Oder die Gewissheit Zurück Oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Baena! Untertitelung des ZDF, 2020 Beinahe! Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's? Untertitelung des ZDF, 2020 Ich passe! Vielleicht war Jaden einfach schlauer oder dümmer, wie man's nimmt. Ich bin auf dem Lösungsweg falsch abgebogen. So viel steht fest. Ach, kommt Leute, nun ist genug. Erst mal runter vom Gelände. Ein Lebenszeichen zu senden, macht nur Sinn, wenn man tatsächlich noch atmet. Ich hoffe, mein Handy hat noch Saft. Handyempfang! Hallo, Peter, konntest du herausfinden, wohin es Jaden verschlagen hat? Leider nicht. Es ist schwierig, auf das Gelände zu gelangen. Da hat sich jemand Mühe gegeben, die Eisenbahn für seine Zwecke einzuspannen. Ab einem bestimmten Punkt war leider Sense. Hi, Peter. War's bei dir auch so neblig? Wo steckst du gerade? Der Nebel. Genau. Ich musste seinetwegen die Segel streichen und werde jetzt nach Hause joggen. Ich bin erledigt. Und hätte gern mit dir getauscht, Bob. Lieber Mrs. Kretschmer als Trolle. Ach, schlaf dich erst mal aus. Wir treffen uns morgen nach der Schule im Gebrauchtwarencenter. Ach ja, was war denn nun mit unserer Zentrale? Ich hoffe, sie steht noch. Sie steht noch, aber nicht zur Verfügung. Alles weitere morgen. Wir werden für weitere Ermittlungen improvisieren müssen. Da ist mir einfach wohler, wenn wir zu dritt sind. Du glaubst gar nicht, wie gern ich das höre. Träumt schön und lasst euch nicht von Bettwanzen beißen. Just? Bob? Weggedrückt. Das mit den Bettwanzen, das sagt man doch nur so. Wie komme ich am schnellsten nach Hause, ohne mich zu verirren? Mein Bedarf ist für heute gedeckt. Wir müssen hier definitiv als Trio ermitteln. Das Gelände ist mir nicht geheuer. Wir müssen hier definitiv als Trio ermitteln. Das Gelände ist vom Reich der Trolle direkt in mein Haierbett. Bitte. Obwohl sich Peter nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, ist er heilfroh, schnurstracks nach Hause zu kommen, um als erstes eine heiße Schokolade zu trinken. Mit Marshmallows und bunten Streuseln. So ein Weichei, der schlürft bestimmt gleich eine heiße Schokolade mit Marshmallows und bunten Streuseln. Peter ahnt nicht, wer ihn zum Narren gehalten hat. Doch wie groß ist die Rolle, die Paige und Cole spielen? Auch wenn bezüglich der Familie Skerritt noch viele Fragen offen sind, so heißt es zunächst einmal Schadensbegrenzung im engsten Umfeld. Denn was wären die drei Fragezeichen ohne ihre Zentrale? Tja, war wohl nichts mit Unterricht. Hätten sich Justus und Bob in dem Gewusel nicht bei meiner Mathelehrerin festgequatscht, hätte ich auf die beiden gewartet. Wenigstens kennen sie nun meine Abenteuer. Und ich bin über Mrs. Kretschmer informiert. Aber was war das nun für ein Drama um unsere Zentrale? Zu mehr als, das musst du mit eigenen Augen gesehen haben, hat es nicht mehr gereicht. Und was sehen meine eigenen Augen? Dann mache ich mir eben selbst ein Bild davon, was hier vorgefallen ist. Wenigstens hat der Schrottplatz geöffnet. Also nix wie rein. Fußspuren? Ich hoffe, ich muss mich nicht auf einen passenden Tatort gefasst machen. Bin ich der Einzige, der keine Ruhe bewahren möchte? Typisches Casting-Opfer. Na, vielleicht klappt's beim Recall. Unsere Zentrale unter einem Haufen Trödel. Verschluckt von einem Monster. Auf diese Steigerung hätte ich gut verzichten können. Waren Schild zu verkaufen, oder? Es scheint zu atmen. Ich sehe kein Schlupfloch im Monster. Hier geht es auf keinen Fall in unsere Zentrale. Unsere Zentrale im Schlummer-Modus. Unsere Zentrale im Schlummer-Modus. Typisches Casting-Opfer. Na, vielleicht klappt's beim Recall. Hallo, Peter. Na nun, ist die Schule schon aus? Das war heute eine ganz komische Stimmung in den Klassen. Einige Pauker glänzten durch Abwesenheit oder waren durch den Wind. Fluraufsicht, Fehlanzeige. Da haben sie uns glatt nach Hause geschickt. Justus müsste auch bald antanzen. Dann kann er etwas Schlaf nachholen. Was wir gestern gemeistert haben, hat uns alle geschlaucht. Die Halloween-Dekoration nenne ich mal gelungen. Aber fanden Justus und Bob nicht, dass gehe für uns Detektive zu weit? Die beiden waren eifrig bei der Sache, sich etwas einfallen zu lassen und haben mit Hand angelegt. Der Kundschaft scheint es zu gefallen. Du siehst entgeistert aus, Peter. Alles in Ordnung? Mir fehlt nichts, Mr. Jonas. Schön, dass meine Kollegen gestern noch so viel Spaß hatten. Du siehst entgeistert aus, Peter. Alles in Ordnung? Mir fehlt nichts. Dann sind die blutigen Fußspuren Ihr Werk, Mr. Jonas? Ich habe aus der Not eine Tugend gemacht. Ablenkung ist alles. Krass. Krass. Hm. Wenn es unter den jetzigen Umständen ungefährlich wäre, den Geheimgang zu nutzen, hätten es Justus und Bob sicher schon getan. Hallo, Mrs. Jonas. Wie ich sehe, hat sich der Wirbel um den angeblichen Lottogewinn gelegt. Endlich wieder normale Kundschaft. Ja, aber Justus und Bob meinten, ihr seid am Ball, um derlei Vorfälle aufzuklären. Zumal sie sich wohl in ganz Rocky Beach häufen. Wem sagen sie das? Heute haben sich in der Schule zwei Lehrer in die Wolle gekriegt, weil jeder über den anderen was Fieses gepostet haben soll. Das Monster ist ja meine Wucht. Als Justus und Bob davon sprachen, dachte ich, es gäbe bei ihnen gleich das nächste Mordsproblem. An Einfallsreichtum hat es Titus und deinen Kollegen noch nie gemangelt. Dafür ist hinter mir Schluss. Ich will rund ums Haus weder Fremde sehen noch Gruselzeug und wehe. Ich stelle mich gern zur Verfügung, ihre Halloween-Süßigkeiten zu probieren. Da sind dir Justus und Bob zuvorgekommen. Haha, zum Glück weiß ich, dass ihr alles miteinander teilt. Ich stelle mich gern zur Verfügung, ihre... Da sind... Da sind... Da sind... Ach du dickes Ei. Das Ungetüm hat sich ganz schön breit gemacht. Da quetscht sich niemand durch. Mit dem Ding zur Schule zu fahren, hat sich Justus wohl nicht getraut. Das Gebilde ragt über den Zaun. Mit Blick auf den Hinweis am Eingang, ein klarer Fall von Kundenfang. Warnschild zu verkaufen, unsere Zentrale im Schlummer-Modus. Mr. Jonas, Sie sprachen von einer Ablenkung. Das klingt so, als wollten Sie etwas vertuschen. Weinen Sie mich ein? Du musst wissen, dieses Objekt, unser Monster, das haben uns Unbekannte eingebrockt. Keine schöne Geschichte. Mathilda kann dir von einem sonderbaren Dokument berichten, das sie unter die Lupe genommen hat. Sobald sich der Trubel um Halloween gelegt hat, wird sich alles als harmlos erweisen. Da bin ich mir sicher. Justus und Bob sind noch nicht dazu gekommen, mir zu schildern, was es mit dem neuen Monster auf sich hat. Mr. Jonas deutete etwas an von wegen Dokument. Tja, wie sich herausstellte, ist das Dokument eine plumpe Fälschung. Leider nicht ohne Konsequenzen für uns. Aber der Reihe nach. Nachdem sich gestern die Lage entspannt hatte, konzentrierte ich mich auf zahlreiche Telefonate, um Gott und die Welt zu beschwichtigen. Titus hatte die Aufgabe, entbehrlichen Halloween-Kram auszusortieren. Er begann hinterm Haus und blieb zunächst auch dort. Das brauchte seine Zeit. Als ich prüfte, ob das Tor geschlossen war, tauten wir unseren Augen kaum. Das angebrachte Schreiben eines Kammerjägers erläuterte Maßnahmen aufgrund einer Rattenplage. Das Nest wäre gefunden und nun würden die Biester ausgeräuchert, betreten, verboten. Die aufgeblasene Kuppel könnte also ein giftiges Innenleben haben. Doch besagte Firma gibt es gar nicht. Und bis wir uns vorwagen, wollen wir die Kundschaft nicht vergraulen. Justus meinte, wir sollten sie, ganz im Gegenteil, sogar angraulen. Das Resultat siehst du nun. Das ist heftig. Wenn der Streich harmlos ist, sollte es das Gas unter der Kuppel auch sein. Bloß, nichts Genaues weiß man nicht. Natürlich haben wir keine Ratten. Justus und Bob meinten, der Streich richte sich gegen euch, Detektive. Da möchte ich doch gleich ein viertes Fragezeichen anfügen. Natürlich haben wir keine. Sobald sich der Trubel um Halloween gelegt. Mit dem Ding zur Schule zu fahren, hat sich Justus... Das trifft wirklich alles zu. Aber die Sache mit der scheinbaren Atmung will mir noch immer nicht einleuchten. Vielleicht hat Titus eine Erklärung dafür. Mrs. Jonas kann sich nicht erklären, warum das Monster zu atmen scheint. Das hat es doch schon vor dem Anstrich. Oder war das eine Gemeinschaftsarbeit? Die Ehre gebührt keinem von uns. Was immer sich unterhalb der Kuppel regt, scheint die Luft darin umzuwälzen. Zumindest will uns der Kammerjäger das weiß machen. Oh, oh, da kommt Kundschaft. Tag auf. Ist das echtes Blut? Und guck mal, das Monster da? Nun sei mal kein Angsthase, Elenia. Wir folgen der Fußspur und da ist doch schon die nette Dame, wie du sie uns beschrieben hast. Na, das kleine Mädchen kennen wir doch. Hallo, Elenia! Ich glaube, Elenia hat euch Detektive ins Herz geschlossen. Die Skerritt-Kinder haben uns noch gefehlt. Was wollen sie von Tante Mathilda? Sieh mal, Peter. Da hat Elenia heute ihre Geschwister in die Schule begleiten dürfen. Und dann fiel prompt der Unterricht aus. Da kamen sie zu uns. Was machen denn die Ermittlungen wegen Jäden? Ja, Zweiter, erzähl doch mal. Was machen eure Ermittlungen? Gab es Fortschritte oder hast du dich damit begnügt, die Beine in die Hand zu nehmen? Juhu! Also, wir kommen voran, auch wenn... Hey, worauf spielst du an, Cole? Du und Paige. Seid ihr mir gestern gefolgt? Wir Skerritts ermitteln völlig unabhängig und meiden Sackgassen, in die andere stolpern. Mrs. Jonas wird sicher nichts dagegen haben, wenn wir sie zu ihrer Sicht der Dinge befragen. Nein, durchaus nicht. Das erinnert mich, wie Justus, Peter und Bob noch jünger waren und aus ihrem Rätselklub eine... Man glaubt es kaum, eine Detektei gemacht haben. Eigene Ermittlungen, ja? Dann mal heraus mit der Wahrheit. Habt ihr Jaden inzwischen gefunden? Nein, aber wir geben nicht auf. Glaubt ihr tatsächlich, dass Trolle im Spiel sind? Bei unseren Ermittlungen schließen wir keine Möglichkeit aus. Also könnte Jaden tatsächlich von Trollen entführt worden sein. Wir haben bislang keine Hinweise, dass Gewalt im Spiel war. Wer ist bei euch für Recherchen und Archiv zuständig? Alle, die lesen und schreiben können. Hä? Hä? Das ist doch Quatsch! Welche Spur verfolgt ihr gerade? Die Bremsspur in deiner Unterhose. Wenn das mal nicht gelogen ist! Habt ihr ein Versteck vor den Erwachsenen? Das ist nicht nötig. Die Erwachsenen verstecken sich vor uns. Stimmt doch gar nicht! Seid ihr zu Fuß von zu Hause weg? Sonst nehmen wir immer unseren Rolls Royce. Das kauft euch Peter ganz bestimmt nicht ab. Wollt ihr Süßkram abstauben? Wir verkleiden uns nie und machen uns schon gar nichts aus Süßigkeiten. Stimmt doch gar nicht! Ihr habt ja gar keine Ausrüstung bei euch. Wir haben einen scharfen Verstand. Mehr braucht ein Detektiv nicht. Wenn das mal nicht gelogen ist! Wollt ihr uns jetzt andauernd nachstellen? Tze, als würde uns interessieren, was ihr macht. Das kauft euch Peter ganz bestimmt nicht ab. Warum seid ihr auf den Schrottplatz gekommen? Na, weil wir von den Besten lernen wollen. Den Drei-Frage-Zeichen. Das kauft euch Peter ganz bestimmt nicht ab. Ach, nun habt dich nicht so, Peter. Kinder sind nun mal nicht dermaßen verbohrt wie Erwachsene. War das nicht früher das Credo von euch Küken? Weiß eure Mutter, dass ihr hier seid? Sie wollte sogar, dass wir Mrs. Jonas Kuchen und Wein bringen. Hä? Das ist doch Quatsch! Wie wäre es mit einer Zusammenarbeit? Ihr habt uns nichts zu bieten. Hey! Wir sollen nicht schwindeln! Und? Wie viele Fälle habt ihr schon gelöst? Dutzende. Wir holen locker auf. Das kauft euch Peter ganz bestimmt nicht ab. Hat sich die Polizei nochmal bei euch gemeldet? Klar. Wir arbeiten doch mit ihr zusammen. Wenn das mal nicht gelogen ist! Hat sich euer Bruder einer Sekte angeschlossen? Du spinnst! Jayden ist nicht so verpeilt. Also ist euer Bruder ausgerissen, oder? Jayden würde uns nie einfach im Stich lassen. Habt ihr eine Vermutung, wo sich Jayden befinden könnte? Hatten wir. Unwahrscheinlich. Welche Spur verfolgt ihr gerade? Die Bremsspuren deiner Unterhol... Hä? Das ist doch Quatsch! Verratet ihr mir, wo Jayden sich befinden könnte? Du kennst den Ort. Fehlanzeige! Ihr seid mir also tatsächlich gestern Abend gefolgt. Du hast die nicht gefunden und wir auch nicht. Da haben wir uns einen Spaß erlaubt. Ihr habt eure Gespensterverkleidung doch nicht rein zufällig dabei gehabt. Stimmt! Wir konnten ja nicht ahnen, dass du aufs Gelände wolltest. Unerschrocken, wie wir sind, sind wir hinterher. Wisst ihr überhaupt, was Jayden mit dem Eisenbahngelände verbindet? Du meinst deine Zeichnung von Brückentroll? Na und? Hat für Elinja auch Hoppelhäschen gemalt. Kennt ihr die Botschaften, die Jayden aufs Gelände locken wollten? Elinja hat uns verraten, was der Laptop so alles hergibt. Aber das war doch Spielerei, keine Botschaft. Weiß eure Mutter mehr, als sie euch verrät? Komm, lenk nicht ab. Was genau hast du mit Botschaften gemeint? Da waren doch nur ein Spiel und doofe Rätsel. Wo genau steckt euer Vater doch gleich? Paps ist auf Achse und schwer zu erreichen. Kommt zum Punkt. Die Botschaften! Ach, das mit den Botschaften habe ich mir nur ausgedacht. Ihr seid nicht die Einzigen, die einen gerne auf die falsche Fährte locken. Echt? Also jetzt kapiere ich gar nichts mehr. Ja, ja, Peter. Ich habe genau verfolgt, wie sich unsere kleinen Detektive zu behaupten wissen. Führ sie doch herum. Vielleicht finden sie was Spannendes unter all dem Trödel und den Dekorationen. Erzähl ihnen von euren Anfängen. Mrs. Jonas, die Lage ist ernst. Jaden ist noch immer verschwunden. Und diese Streiche nehmen Überhand. Das würden Justus und Bob auch so sehen. Ach, Spielverderber. Tante Mathilda soll uns noch mehr von den drei Detektiven erzählen, als sie noch klein waren. Ui, das sind eine Menge Informationen, Peter. Aber es klingt ein wenig so, als wolltest du die Skerritt-Kinder schlecht machen. Ivo, aber wenn sie sich austoben wollen, sollen sie auf einen Spielplatz gehen. Sie rücken uns ein bisschen zu sehr auf die Pelle. Es sind Kinder. Und wenn sie uns den Bauch löchern wollen, sollen sie. Das klingt nach Bobs Fahrrad. Ich sollte ihn vorwarnen. Justus! Bob! Ich muss euch warnen. Die Skerritt-Kids treiben sich auf dem Schrottplatz herum und haben ihre Lauscher gespitzt. Äh, warum kommt ihr erst jetzt? Bob und ich auf einem Rad? Das war keine gute Idee. Also lief ich nebenher. Ja, warum warst du so schnell weg, als wir uns mit Miss Blunt unterhalten haben? Ist dein Kopfgeld auf dich ausgesetzt? Wir sollten keine alten Geschichten aufwärmen, wo so viele neue köcheln. Wie ich Peter kenne, ist er unserem Monster längst von allein auf die Schliche gekommen. Ach, dachte ich's mir. Und nun? Diese Streiche betreffen nicht allein Personen, die Mrs. Kretschmer in ihrem Schmähbrief über Milo Skerritt angeführt hat. Es sei denn, sie hat ein Telefonduch abgeschrieben. Folgen wir also der falschen Fährte? Alle reden von Jadens Verschwinden, spielen aber die Abwesenheit des Vaters herunter. Die Kinder ermitteln. Oder wollen sie uns ablenken? Mr. und Mrs. Jonas scheinen an ihnen einen Narren gefressen zu haben. Elinja würde ich da ausnehmen. Sie hält sowohl auf uns, als auch auf ihre Geschwister große Stücke. In der Schule hat sich erwiesen, dass diese Streiche auf großes Interesse im Internet stoßen und dort teils ihre Wurzeln haben. Aber geht es hier um Elinjas Trolle? Wir sollten uns damit genauer befassen und unseren Rechner hochfahren. Ach nein, die Zentrale fällt ja vorerst aus. Und dein Rechner, Wirst? Mein Onkel, meine Tante, die Skerritts. Das ermöglicht kein konzentriertes Arbeiten. Aber wenn die Kleinen hier Ablenkung finden, tauchen wir im Gegenzug in ihrem Trailerpark unter. Da vermuten sie uns nie. Untertauchen? Samt Computerausstattung? Und das Eisenbahngelände? Ohne euch wollte ich nicht nochmal dahin. Alles zu seiner Zeit. Ein Zugang in die Zentrale ließe sich nutzen. Und da ist mir wohler, wenn wir zu dritt sind. Natürlich bestens ausgerüstet. Also, keine falsche Müdigkeit vorschützen. Gut, dass wir einen Stauraum eingeplant hatten. Ah, mir blutet das Herz, ihn da so liegen zu sehen. Ah, mir blutet das Herz. Keine Chance, da heranzukommen. Keine Chance, da heranzukommen. Wovon brauchen wir noch etwas? Atemschutz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Stammte der Schrank nicht aus einer Kaserne? 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 Gut, dass wir ein Stauraum eingeplant hatten. Kollegen, wir sollten uns unverzüglich in die Freiluftwerkstatt begeben. Die schaurigsten Halloween-Kostüme aller Zeiten. Ich bin bereit. Und ihr? Roger. Alles klar. Nun macht aber auch hin. Wie in einer fremden Welt. Was für ein Aufwand, um uns das Leben schwer zu machen. Holen wir uns, was wir brauchen und dann nichts wie raus. Du hast recht, Bob. Ich wünschte nur, wir könnten andere Prioritäten setzen. Und wo sind nun die Schädlinge, die bekämpft werden sollten? Ich sehe kaum meine Hand vor Augen. Das Zeug kommt von draußen. Prost, Mahlzeit. Wenn die Kuppel über der Zentrale auch nur an einer Stelle undicht ist, könnten Schadstoffe entweichen. Mir kam sie sehr robust vor. Mich erinnert der Spuk auch eher an die harmlose Nebelmaschine, wie sie dein Vater beim Film einsetzt. So oder so. Wir sollten die Luke schließen. Kollegen, Räuberleiter. Ich hab's. Gleich. Schon besser. Aber die Masken sollten wir aufbehalten. Die weiteren Aussichten unbehaglich. Hätten wir uns vorher bloß noch mal ordentlich bedient. Das können wir demnächst alles entsorgen. Nur Peter hat recht. Wir sollten nicht mehr berühren als notwendig. Sehen wir es positiv. Die Pizzareste beginnen nun doch nicht zu leben. Das bisschen Licht macht unsere Spukzentrale auch nicht gemütlicher. Wenigstens ist nichts explodiert. Sieh nicht hin, Peter, aber ich glaube, unsere Hausspinne hat sich verabschiedet. Schnappt euch unser Computer-Equipment. Denkt auch an die Stromversorgung und an Verpackungsmaterial. Das bleibt hier. Kollegen, wir sollten die Kontamination mit diesen Dunstartigkeiten unbedingt vermeiden. Wartet. Habt ihr gesehen, was da zu unseren Füßen lag? Hier machen einige unserer Fallakten ihrem Namen alle Ehre, Bob. Ich hoffe, die Schwaden setzen Ihnen nicht zu. Lass sie uns wenigstens wieder ins Regal stellen. So weit, so gut. Ach ja. Ach, hier steckt unser Ausweis. Lang ist's her. Lang ist's her. Puh. Es geht doch nichts über frische Luft. Schwingt keine Reden, meine Arme werden immer länger. Gut, dass wir das Lastenfahrrad haben. Da ist genug Platz für unsere Ausrüstung. Den Pick-up hat ja Onkel Titus in Beschlag genommen. Du hast vergessen, dass wir zu dritt sind, Just. Da Bob und ich mit dem Fahrrad hier sind, gebührt dir die Ehre, die Rikscha zu fahren. Wir geben dir Geleitschutz, Mr. President Sir. Ja, dann los. Je eher wir unser Ziel erreichen, umso besser. Also, keine Umwege. Gut, dass wir ein Stauraum haben. eingeplant hatten. Tritt in die Pedale, Just. Wir folgen dir. nach dem Zeit geplant habe, das genau zur Ausrüstung wirft und Hitler ab。 Wir tieren Bilder. um geh schon ran justus peter hallo und du bist ob nämlich an ganz recht unser mann für recherchen und archiv falls sie ihre drei jüngsten suchen die schauen sich nach der schule ein bisschen bei onkel titus und tante matilda um wir reellen detektive hingegen was justus sagen will mrs scarrett audrey richtig nun wir können nicht ausschließen dass ihrem jaden wie so vielen zur zeit ein übler streich gespielt wurde und gehen dem nach ein streich aber jaden hat doch niemandem etwas getan entschuldigt aber ich versuche endlich meinen mann zu erreichen wenigstens ist mrs scarrett vor ort und würde alarm schlagen wenn hier wer lange finger macht und was ist nun mit unserem plan entschuldigung mrs scarrett wir würden für heute gerne eine basis im alten camping anhänger einrichten wissen sie ob er strom hat möglich die alte schmökerker bier hat sich da einquartiert klaut tagsüber bücher trägt eine steckdosenlampe am hosenbund nachts hat sie licht brennen und liest und lacht und brabbelt vor sich hin vom regen in die traufe eigentlich wollte ich mich hier nie wieder blicken lassen na dann willkommen bob das kann doch nicht euer ernst sein mit einem laptop hätten wir in ein gemütliches café gehen können es ist ja bald weihnachten vielleicht finden wir neue ausrüstung in unseren strümpfen wenn wir bis dahin brav sind ich garantiere euch sobald der bewegt wird ist seine stabilität geschichte oh mann als hätte man eine düstere vision von unserer zukunft fehlt nur noch ein sabbernder geier statt blackie den anblick hätten wir dir gerne erspart bob biografien und abhandlungen zu fragen der politik diese lektüre hätte ich von einer schmöker kirby nicht erwartet noch einen schritt näher und ich sorge für frische spuren lasst uns das vor augen halten wenn wir mal wieder darum streiten wer mit dem abwasch dran ist fakt ist dass wir hier kein licht machen können und der raum sehr beengt ist und wenn du es noch hundertmal versuchst bob unsere information zur licht situation basierte auf den fakten unserer bisherigen erfahrung ist da nun strom drauf oder nicht alles heil geblieben ja aber bei tageslicht sieht unsere technik ganz schön alt aus ist da nun strom drauf oder nicht eine morsche leiter zu einer durchgerosteten dachluke und fertig ist der haushaltsunfall ich garantiere euch sobald das verlängerungskabel erinnert mich an ein lasso gehen wir auf strom fangen reicht Wir brauchen ein Netz. Die öffentlichen Zugänge sind nicht ganz ungefährlich. Der Empfang ist mäßig. Wir sollten uns über die lokalen Erfahrungswerte schlau machen. Hm. Hm. Wir brauchen ein Netz. Da habt ihr was Schönes angerichtet. Seit gestern spielen meine Kinder auch Detektiv. Ich hoffe, Inspektor Kotter findet meinen Jaden bald. Ma'am, ich befürchte, Sie unterschätzen sowohl unsere Fähigkeiten als auch unsere Befugnisse. Die Früchte unserer Arbeit können sich durchaus sehen lassen. Ma'am, ich muss noch einmal in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass wir das Verschwinden Ihres Sohnes und unserer Arbeit durchaus ernst nehmen. Die örtliche Polizei weiß und fördert das. Ich habe euch in dem Punkt wohl unterschätzt. Dann könnt ihr den Leuten im Trailerpark richtig Zunder geben, wenn sie etwas verbergen, oder? Wir arbeiten in der Regel mit Köpfchen, nicht mit Drohungen. Ich wollte nur meiner Annahme betonen, dass wir alle das gleiche Ziel verfolgen. Sorry, Putz und Waschdack. Sorry, Putz und Waschdack. Kein guter Zeitpunkt für einen Spaziergang. Kein guter Zeitpunkt für einen Spaziergang. Sorry, Putz und Waschdack. Und jährlich werden es mehr. Und jährlich werden es mehr. Und jährlich werden es mehr. Allzeit bereit. Es geht auch mal ohne. Die rühre ich nicht an. Die rühre ich nicht an. Noch einen Schritt näher und ich... Ich sorge für frische Spuren. Und jährlich werden es... Hier ist ganz schön was los. Hier ist ganz schön was los. Audrey, kennen Sie das Rundschreiben, mit dem Mrs. Quetchmer vom Frauenverein ihren Mann bloßstellen wollte? Was? Lass mich sehen. Aber das... Ist ja ungeheuerlich. Ich hatte bei der Dame gleich so ein ungutes Gefühl. Wenn sich mein Mann deswegen etwas... Nein, das würde nicht zu ihm passen. Dieses Rätsel hat Jaden vor seinem Verschwinden beschäftigt. Wie Sie sehen, wird darin ein Troll erwähnt. Kennen Sie das stillgelegte Gelände der Parkeisenbahn? Ach, mit dem Fantasy-Kram lagen mir Cole und Pitch auch schon in den Ohren. Keines meiner Kinder hat etwas auf einem Privatgelände verloren. Apropos Fähigkeiten und Befugnisse, welche Internetverbindung empfiehlt sich hier? Zugegeben, wir haben bei der Nutzung ihres Familien-Laptops nicht darauf geachtet. Den Laptop haben gerade Cole und Paige. Wir nutzen das hier gängige WLAN Stray Dogs Inn. Einmal in der Woche ändern unsere Wohltäter das Passwort. Ach ja, heute. Kleiner Tipp, man muss ein Streuner sein, um dahinter zu kommen. Danke, Mrs. Garrett. Wir halten nach dem Passwort Ausschau. Der tägliche Kampf ums Wasser Der tägliche Kampf ums Wasser Der tägliche Kampf ums Wasser Mysterieös Der tägliche Kampf ums Wasser Ohne schreiende Wegfunktion, will ich hoffen. Sorry, Putz- und Waschtag Wenn ich meine Kinder nicht hätte Und mein Mann Ich mache mir große Sorgen Wenn ich meine Kinder nicht hätte Und mein Mann So viele Nachrichten Und keine einzige verweist auf das neue Passwort So viele Nachrichten Und keine einzige verweist auf das neue Passwort Und keine einzige verweist auf das neue Passwort Ich gehe jetzt in die primeira Passwort Und keine einzige verweist auf das neue Passwort Und keine einzige verweist auf das neue Passwort Untertitelung des ZDF, 2020 So viel Nach... Na bitte! Der tägliche Kampf ums Wasser. Alles notiert, Bob? Oh Mann, das aktuelle Passwort lautet Snailshell oder Snailshell. Man beachte die Großbuchstaben. Unterstrich on air for you. Zusammen. Groß und klein. Buchstabenkürzel. Das kann sich doch kein Schwein merken. Nicht mal Justus. Just? Oh, Justus knetet seine Unterlippe. Wenn ich meine Kinder nicht hätte. Mrs. Garrett, wir haben hier das neue Passwort für Ihr Netzwerk. Vielen Dank, Jungs. Ich werde es weiterleiten. Nicht sie an den Rechner, bevor Schmöker Kirby in der Tür steht und mit ihrer Leselampe auf uns eintrischt. Kollegen, wir sind online. Äh, Bob, wird das heute noch mal was? Wir haben unseren Rechner doch nicht vor giftigen Gasen gerettet, damit du ihn in Grund und Boden recherchierst. Wonach suchst du überhaupt? Wonach sieht es denn aus? Das Ganze war doch eine Schnapsidee. Ach, wie es hier stinkt. Vorschlag zur Güte. Wir schnappen erst einmal frische Luft und beruhigen uns wieder. Bob. 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 Boock. Bob. 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 Boock. Milo, endlich. Was ist denn los? Weißt du, dass Jaden verschwunden ist? Ich bin krank vor Sorge. Kollegen, spitz die Ohren. Ist das dein Ernst? Wie? Sorry, die Verbindung ist mies. Alle suchen nach Jaden. Auch drei junge Detektive mit dem Segen der Polizei, die ich nur zu deiner Information gerufen habe. Ich weiß, dass deine Jobsuche nicht gut läuft. Eine Mrs. Kretschmer hat dich schlecht gemacht. Hallo? Bist du noch dran? Gut, also? Verstehe. Du weißt, ich bin ganz schlecht im Lügen. Keine Selbstjustiz, Schatz. Überlass das den Profis, die finden ihn schon. Grizzle, hey? Du weißt doch, ich bin kein Fan von sozialen Netzwerken. Ich... Weg ist er. Ob ich ihn nochmal erreiche? Sie wirken erleichtert, Mrs. Gerrit. War das Ihr Mann? Gibt es gute Nachrichten? Ja, aber er war schwer zu verstehen. Jenseits der Großstädte ist die Netzabdeckung schlecht. Ich... Ich kann euch nichts vormachen. Er ist hinter einem Kerl her, der Jaden... Wie soll ich es ausdrücken? Nachgestellt haben soll. Das ist ja furchtbar. Wer ist dieser Kerl? Will Ihr Mann ihn auf eigene Faust aufspüren? Er ist ein Troll. Er muss sich hier herumgeschlichen haben. Das also hat Elinja unbewusst zu ihrer Geschichte verarbeitet. Der Mistkerl, sagt mein Mann, ist von einem Blitzschlag gezeichnet. Das heißt, dieser Troll hat überlebt, ist nun aber von einer Lichtenbergfigur gezeichnet. Benannt nach dem deutschen Physiker Georg Christoph Lichtenberg, der im Zeitalter der Aufklärung ebenso experimentierfreudig wie geistreich war. Bei dieser Figur handelt es sich um ein Muster als Folge der Entladung von elektrischer Hochspannung. Es erinnert an das filigrane Wachstum von Fahnen. Gut erklärt, Justus. Genauso muss man sich das vorstellen. So ein deutliches Mal prägt und lässt sich kaum auf Dauer verstecken. Findet diesen Troll und ihr findet Jaden. Ich versuche inzwischen, meinen Mann von seiner Verfolgung abzubringen. Nicht, dass die Polizei falsche Rückschlüsse zieht. Hand drauf. Wir wenden uns erst wieder an Inspektor Kotter, wenn wir definitiv auf der richtigen Fährte sind. Wir würden uns dann auch mal so langsam verabschieden. Bitte sagt meinen Kindern nichts von unserem Verdacht. Mir ist lieber, sie hängen sich an euch oder an mich, als dass sie schutzlos diesem Troll ausgeliefert sind. Bitte sagt meinen Kindern nichts. Mir wird jetzt klar, dass wir das Internet nicht durchstöbern können, ohne uns um die Rolle der sozialen Netzwerke zu kümmern. Hat Mrs. Garrett nicht eins im Telefonat mit ihrem Mann erwähnt? Das ist mir auch aufgefallen. Die Rede war von Grizzle Hay. Ihr wisst schon, das Gewäse um Selbstdarsteller im Zeichen von Bär und Grille. Kelly will immer, dass ich da mitmische. Ich bin mit ihr lieber real verbunden. Aber wenn Milo's Garrett auf das Netzwerk verweist, bringt uns das vielleicht zu dem einen oder anderen Troll, den wir suchen. Na dann, bei allem, was hier stinkt, Nase zu und selbiger nach. Ich bin mit ihm. Wie lautet noch gleich das Passwort? Kollegen, wir sind online. Da keiner von uns bei diesem Netzwerk ist, schlage ich vor, jeder legt sich ein Profil an. Inkognito, versteht sich. Jeder denkt sich ein Profil aus. Ich gehe mit gutem Beispiel voran. Da lacht mich nichts von an. 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 Da schlage ich noch. Da schlage ich noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eins ist schon mal ganz ordentlich. 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 Zwei Elemente passen gut zueinander. 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 Eins ist schon mal ganz ordentlich. 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 Zwei Elemente passen gut zueinander. 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 Zwei Elemente passen nicht so recht. Noch eine kleine Änderung. Noch eine kleine Änderung. Meines Erachtens kann sich mein falsches Ego so sehen lassen. Okay, lasst mich mal. Vier schicke ich wieder vom Platz. In der Auswahl haben sich zwei qualifiziert. In der Auswahl haben sich zwei qualifiziert. In der Auswahl haben sich zwei gute Entscheidungen zu schlechten. Gute Entscheidungen zu schlechten. Wenn der letzte auch noch sitzt. Und die Menge jubelt. Was ihr könnt, kann ich schon lange. So stelle ich mir mein anderes Ich nicht vor. So stelle ich mir mein anderes Ich nicht vor. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Zwei behalte ich im Auge. Der Rest kann weg. Zwei behalte ich im Auge. Der Rest kann weg. Zwei behalte ich im Auge. Bei einer Sache bin ich mir. Bei einer Sache bin ich bereit, um auf die digitale Menschheit losgelassen zu werden. Euch ist schon klar, dass wir uns gerade in Trolle verwandelt haben? Internet-Trolle. Treffen kommentiert, Soccer-Lady. Freundschaftsanfragen an Sagittarius Maximus darfst du gerne knicken. Und deine Wahl, Ernest Janet Junior. In Anlehnung an eine historische Persönlichkeit der Kriminalgeschichte. Den deutschen Kommissar Ernst Gennert, der als Erfinder der Mordinspektion gilt und gängige Ermittlungsmethoden revolutionierte. Er war von stattlicher Leibeshülle, die er vor allem seiner Vorliebe für Kuchen und Torten verdankte. Ganoven nannten ihn der volle Ernst. Aber ein Spitzname gefiel ihm sogar. Der Buddha von Berlin. Er arbeitete in der Roten Burg. Oh ja, auch das berühmte Polizeipräsidium der Reichshauptstadt hatte einen Spitznamen. Aber das alles ist rund 100 Jahre her und deshalb sei mir diese Anleihe verziehen. Na, das frage ich auch. Hm. Meine Soccer-Lady kommt gut an. Ein bisschen zu gut. Aber seht mal da. Offene Gruppen zu Rocky Beach, Halloween und die besten Streiche inklusive Lottogewinn. Ich schleuse mich ein und frag mal nach. Da sind schon Kommentare. Aha. Der Schrottplatz wird erwähnt. Der hier macht sich lustig. Da feixt jemand über seinen Lehrer. Und da. Lehrer gegen Lehrer. Da geht's hoch her. Okay. Keine Argumente, aber gegen mein Profilbild wettern. Anzeichen von Übelkeit, Exkremente, geschenkt. Ist das ein Stinkefinger? Ah, hier brüsten sich einige mit einem Klapprad auf einem Dach. So viele Streiche, Helden und Opfer und immer Unbekannte, die die Taten bejubeln. Manche klingen, als wäre die Idee auf ihrem Mist gewachsen. Es sind einfach zu viele. Stopp. Seht doch mal. Erkennt ihr sie nicht? Shanghai Hai? Hä? Ist das nicht unser größter Fan? Heidi Kattler. Shanghai ist uns etliche Stunden voraus, oder? Ob sie immer noch dort tätig ist? Justus, willst du ihr etwas schreiben? Äh, Justus, dir ist schon klar, dass du auf deine Deckung achten solltest? Hä? Himmel! Na, hab ich doch richtig kombiniert. Justus, Peter und Bob. Ihr in diesem Netzwerk? Undercover? Oh, wie ich hinter euch sehe, hat das angebliche Gas eurer Zentrale ganz schön zugesetzt. Seid ihr okay? Hallo Heidi. Du hast vollkommen recht. Wir ermitteln in einem Fall und diesmal auch in eigener Sache. Es ist verzwickt. Ich wundere mich, dass du so rasch anklingeln konntest. Anklingeln? Willkommen im einundzwanzigsten Jahrhundert. Hättest du mal die wenigen Daten abgeschottet, bei denen du der Wahrheit verpflichtet warst? Ich hab mitbekommen, was in der Gerüchteküche von Rocky Beach brodelt und vermute, wer wen zu welchen Streichen angestiftet hat. Alles nur Fake-Profile. Ich schicke euch gerne eine Liste aufs Handy. Danke, Heidi. Wir vermuten, dass die Streiche letztendlich auf eine einzige Person zurückgehen. Vielleicht hilft deine Liste IT-Spezialisten weiter, den oder die große Unbekannte zu finden. Das ist auch besser so. Und nun raus aus dem Netz. Und auch raus aus der Rostbüchse, ehe euch die Trolle auffressen. Moin zu, Peter. Bussi zum Schlussi. Eine Liste mit Trollen? Das ist doch ein Fortschritt, oder nicht? Und unsere Zentrale muss nur ordentlich durchgelüftet werden. Gut, meinetwegen nach Halloween. Packen wir ein? Wir überlassen das Feld wieder, Schmöke, Kirby. Wir überlassen das Feld wieder, Schmöke. Ich freue mich schon auf die nächste warme Dusche. Man soll die Dusche nicht vor der Halloween-Nacht herbeiwünschen. Kommt, wir verstauen erst einmal unseren Computer. Bitte sagt meinen Kindern nichts von unserem Verdacht. Mir ist lieber, sie hängen sich an euch oder an mich, als dass sie Schutzlo... Das zögert ihr. Fahren wir nun zum Schrottplatz zurück, oder nicht? Bei den vielen Pferden? Wir bekommen eine Liste von Verdächtigen, die sich im Internet tummeln? Dann ist da der vom Blitz getroffene, mutmaßliche Entführer. Und natürlich alles, was um dieses Eisenbahngelände kreist. Eine Gemeinsamkeit besteht. Alle Pferden haben mit Trollen zu tun. Allein kommen wir nicht weiter. Aber das ist doch nicht nötig. Also, die Telefonlawine oder wieder ins Netz. Der Cyberspace ist eine Nummer zu groß für uns. Nicht umsonst gibt es dazu bei der Polizei spezielle Abteilungen. Wir selber sollten uns bedeckt halten und die Zentrale wieder herrichten. Die Liste, die uns Heidi geschickt hat, ist Ellen Lang und verrät keine der wahren Identitäten. Offenbar hat sie sich schon Notizen gemacht, bevor sie uns kontaktierte. Vielleicht kann Inspektor Kotter damit etwas anfangen. Ein Versuch ist es wert. Eine Fährte abgegeben. Bleiben noch zwei. Und die Zentrale. Mr. Kretschmer? Äh, was kann ich für Sie tun? Hallo Bob. Nochmal danke für deine gestrige Mithilfe. Gerade erhielt ich eine sonderbare Nachricht von meiner Frau auf dem Handy. Aber praktisch unlesbar, wie in Not verschickt. In Not? Wie meinen Sie das? Sieh mal, wenn meine Frau in Rage ist, sei es aus dem Handy. Aus Wut oder Angst beherrscht sie weder die Eingabe noch automatische Korrekturen oder Sonderzeichen. Sie ist nirgends zu erreichen. Müsste Ihre Frau nicht im Verein sein oder daheim? Wie lautet denn die Nachricht? Ach, das braucht man. Ich komme sofort. Später. Ich habe eine Trauung. Bitte schau bei Udara vorbei, ja? Korrigiere. Zwei Pferden, die Zentrale und eine lästige Pflicht. Keine Sorge, Bob. Wir lassen dich nicht allein. Bob und ich, die Räder. Justus, die Rikscha. Und diesmal nehmen wir die Ratspur auf der Straße. Falls wir angehalten werden, wedeln wir mit Inspektor Kotters Du kommst aus dem Gefängnisfreikarte. Während Mr. Kretschmer seinen täglichen Spagat macht, tagsüber Standesamt, abends eine Kanzlei und sowohl mit Eheschließungen als auch mit dem Scheidungsrecht dienen kann, ist es für die drei Fragezeichen Ehrensache, für ihn nach Mrs. Kretschmer zu schauen. Bei einem Zwischenstopp auf dem Schrottplatz gibt Justus wegen der Rattenplage und der Giftkuppel Entwarnung und lässt die Rikscha auf dem Gelände stehen. Die Skerritt-Kinder, so Tante Mathilda, seien auf dem Heimweg, um sich für Halloween zu verkleiden. Natürlich sind sie bei all dem Trödel fündig geworden und brennen darauf, ihre Kostüme zu testen. Ob eine Verfolgung dazu gehört? Mit Justus als Geleit sollten Peter und Bob nicht schwer einzuholen sein. So, unsere Räder sind angeschlossen. Sag mal Zweiter, wo ist denn Justus abgeblieben? Keine Ahnung. Ah, gerade schleppt er sich ins Ziel. Hallo, Kollegen, da bin ich. Da möchte ich beiläufig anmerken, Justus zu Fuß und der Tag ist gelaufen. Warum hast du nicht dein Rat dabei, Erster? Wir hätten doch auf dich gewartet. Justus wollte sein Rad vor geraumer Zeit umspritzen und hat es mit der weißen Farbe übertrieben. Kaum war es eine Weile nahe einer belebten Kreuzung angekettet, wurde es zum Geisterrad. Geisterrad? Ach, du meinst die Mahnmale an Unfallstellen für die Biker unter den Verkehrsopfern. Da werden Blumen abgelegt und Lichter angezündet. Das stimmt mich immer traurig. Eben, es wiederzuholen wäre trotz des wahren Umstands reichlich pietätlos gewesen. Aber nun lasst uns nach Mrs. Kretschmer Ausschau halten. Im Frauenverein ist Tag der offenen Tür. Da hat eine Eudora Kretschmer keine Zeit, Fremdproduktionen zu bespitzeln. Ich glaube kaum, dass sich Mrs. Kretschmer für Glamour inklusive Brusttoupets und Paillettenkleider begeistert. Eine Benefizveranstaltung zu Thanksgiving. Kein Wunder, dass Mrs. Kretschmer den Gemeindesaal nicht für ihren Bazar buchen konnte. Große Shows in engen Räumen brauchen eine Menge Vorlaufzeit. Ach, weißt du noch, Peter, das Fiasko unserer Aufführung im Gemeindesaal? Weihnachten? Vor zehn, elf Jahren? Als aus Mrs. Kretschmers Krippenspiel ein Magen-Darm-Grippenspiel wurde. Sie hat Kotztütchen verteilt und deine Mutter abgehalten, dich frühzeitig von der Bühne zu tragen. Und ich, der standhafte Engel, kämpfte gegen die Panik im Publikum an. Fürchtet euch nicht! Kaum konnten sie sprechen, hat Mrs. Kretschmer sämtliche Hauptrollen ihren Töchtern zugeschanzt. Macht Sinn. Bei Zwillingen ist die Zweitbesetzung inklusive. Mich wollte sie wegen meiner Spielerfahrung. Ich habe mich geweigert. Im Frauenverein ist Tag der offenen Tür. Da hat eine Eudora Kretschmer... Hallo? Sie da? Überfordert, wie der tapsige Brokkoli ist, tippe ich auf Marcy Bronkowicz. Ob sie in dem Kostüm überhaupt etwas sieht oder hört? Tick... 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 Oh... Mrs. Kretschmer? Nein, Peter, das ist eindeutig Mrs. Aspenson, die wir nicht behelligen wollen. Sorry. Das ist auf keinen Fall Mrs. Kretschmer. Komisch. Es riecht köstlich nach Kürbissuppe, sieht aber nicht so aus. Sie wird doch nicht verdorben sein. Vermutlich Lebensmittelfarbe. Ein umstrittener Zusatz, der wohl kaum von Mrs. Kretschmer genehmigt wurde. Lust auf eine Leckerei? Mrs. Kretschmer würde so viele Leute doch eine anständige Schlange bilden lassen, oder? Ganz schöner Andrang. Nicht grummeln, Justus. So schlecht machst du dich auf Schuster's Rappen nun auch wieder nicht. Nicht grummeln, Justus. So schlecht machst du dich auf Schuster's Rappen nun auch wieder nicht. Entweder Mrs. Kretschmer hat ihren Wagen völlig woanders abgestellt, oder sie leiht sich neuerdings E-Roller. Eine Benefizver- Im Frauen- Im Frauenvereinestag der- Ich- Ich glaube kaum da- Ganz schöner Andrang. Ganz schöner Andrang. Ganz schöner Andrang. Ganz schöner Andrang. Mrs. Kretschmer und Glücksspiel? Hat sie das erlaubt? Oder eher ihre rechte Hand? Letzteres. Das und die Tatsache, dass der Stand rasch improvisiert wirkt, spräche für Mrs. Kretschmers Abwesenheit. Kollegen, Mrs. Kretschmer ist unauffindbar. Es sei denn, eine Nachricht. Lies vor, Bob. Bob kann meine Frau nicht erreichen. Habe nächste Trauung. Hier ihre sonderbare Nachricht an mich. Also ich werde daraus nicht schlau. Hat sie keine Sprachnachricht schicken können? Ein klarer Fall von Tippen unter Stress. Anfang und Ende können wir abhaken. Aber steht da nicht was von einem Troll? Dann Scheusale? Verschanzen und sie kommen? Der Rest ist wie eine Buchstabensuppe. Frisch aus dem Mixer. Rätselhaft. Eine Angstattacke wegen der vielen Besucher? Da bleibt uns wohl nichts übrig, als uns einen Weg ins Gebäude zu bahnen. Ebenhaft. Ja? Ja? Da kommen wir nie durch. Hallo, hören Sie uns alle bitte kurz zu. Dein Typ wird verlangt, Just. Heidi, mit dir habe ich jetzt nicht gerechnet. Mach es kurz, wir ermitteln gerade. Wie wär's mit, danke Heidi, dass du deinen Schönheitsschlaf opferst, um nach Internetaktivitäten zu stöbern, die unser geliebtes Rocky Beach gefährden. Ist unsere Stadt in ernster Gefahr? Wer weiß, da gab es bei euch doch mal eine nervige Frau. Da gab es schon mehrere. Stell dich hinten an und komm zum Punkt. Blutige Bilder, Spur des Spielers, Netz der Lügen, Eudora Kretschmer. Okay, Shang, hi, hi, Lady. Wir beißen an. Denn wir wollen gerade den Frauenverein nach ihr abklappern. Nein, da steckt sie nicht. In den Niederungen des Netzes verdichten sich Hinweise, dass auch ihr ein fieser Streich gespielt wird. Er betrifft wohl ihr Haus. Da müsst ihr hin. Und ich muss ins Bett. Bussi zum Schlussi. Los, Bob, schwingen wir uns auf die Räder. Das Haus der Kretschmers liegt nicht um die Ecke. Und du, Erster? Wartest du darauf, dass ein fliegender Teppich vorbeikommt? Und du, Erster? Wartest du darauf, dass ein... Mensch, Just, bis du dich entschieden hast, sind wir meilenweit voraus. Den Vorsprung mache ich locker wett. Und du, Erster? Wartest du darauf, dass ein fliegender Teppich vorbeikommt? Noch eben den Roller freigeschaltet? Keine Schäden zu vermelden. Der Akkustand ist okay. Worauf wartet ihr also, ihr lahmen Enten? Okay, Just. Aber die Kosten deckst du nicht aus unserer Gemeinschaftskasse. Die drei Detektive folgen Heidi Kattlers Hinweis und lassen das Vereinsgelände zügig hinter sich. Sollte ihr größter Fan recht behalten, könnte eine geboten sein. Auch die Konkurrenz schläft nicht. Paige, Cole und Elinja wissen ihrerseits, das Internet zu nutzen und kommen zu ganz eigenen Ergebnissen. Haben die drei Fragezeichen den richtigen Riecher, wenn es um ihren verschwundenen Bruder geht? Und was ist Mrs. Kretschmer widerfahren? Justus, Peter und Bob machen sich darauf gefasst, einer bedrängten Eudora zu Hilfe zu eilen, ungeachtet der Widrigkeiten, mit denen die drei Detektive besser rechnen sollten. Nun sieh sich das eine an. Das schöne Grundstück unserer Bilderbuchfamilie. Meint ihr, die Täter sind noch da? Vermutlich nicht. Auf Angriffe dieser Art folgt gewöhnlich Feigheit. Viel wichtiger scheint mir die Frage, ob Mrs. Kretschmer zu Schaden kam. Wir sind uns einig, dass uns ihr Wohl trotz ihres Wesens am Herzen liegt. Das steht außer Frage, Bob. Kollegen, diese scheußlichen Arrangements sind auch mir nicht geheuer. Mir scheint, wir haben es tatsächlich mit einem Rachefeldzug zu tun. Macht euch die Ruhe auch so nervös? Also, was ist dir vorgefallen? Und wo steckt Mrs. Kretschmer? Mrs. Kretschmer? Die Abdrücke stammen eindeutig von den Schuhen einer Frau. Auto verlassen, hastiger Gang, unentschlossen am Eingang, zielstrebig wieder davon weg. Danach verliert sich die Spur. Nach einer rasanten Fahrt kam der Wagen hier zum Stehen. Die offene Tür, das sieht nach Flucht aus. Eine Regentonne? Wisst ihr noch, wie wir vor der Oscar-Verleihung beinahe Land unter hatten? Was ist denn jetzt los? In Deckung! Da hatten wir bisher aber Schwein. Was ist das für eine fiese Bastelei? Saures zu Halloween 2.0? Wir sind erst in Sicherheit, wenn die Kanone ihre Munition, äh, vereipulvert hat. Freiwillige vor? Da hatte es jemand sehr eilig. Da hatte es jemand sehr eilig. Der Deckel der Tonne kommt wie gerufen. Hier kommt eine Sportskanone. Die Gute Arbeit, Peter. Die Kanone hat ihren Geist aufgegeben. Die Gartentruhe blockierte den Carport. Mrs. Kretschmer muss das noch rechtzeitig erkannt haben. Das reinste Hindernis. Das reinste Hindernis. Mrs. Kretschmer dürfte im Nu unter Beschuss gewesen sein. Darauf ist kein Autofahrer gefasst. Finger weg! Taktik ist alles. Taktik ist alles. Da hatte es jemand sehr eilig. Das Wort Hexe gleich in vier Sprachen und korrekt geschrieben. Die Täter hatten was im Köpfchen. Eine spontane Aktion war das nicht. Da Mr. Kretschmer auf dem Standesamt ist, müsste die Garage leer sein. Schade, dass sie keine Fenster hat. Puh. Diese Fratze sollte auf Mrs. Kretschmer wohl wie ein Blick in den Spiegel wirken. Da hätte ich an ihrer Stelle gleich wieder kehrt gemacht. Da Mr. Kretschmer auf dem Standesamt ist, ist er abgeschlossen. Seht mal, da oben. Was denn, Peter? Ich sehe nichts. Na da, am Fenster. Seid ihr blind? Die Kretschmer-Zöllinge. Stimmt, da regt sich was. Oder ist es nur eine Spiegelung? Sorry, ich muss Tomaten auf den Augen haben. Ich schwöre euch, ich habe Charity und Chastity gesehen. Wer immer auch wer war. Wenn die Kretschmer-Zwillinge keinen Hauslehrer haben, nehme ich an, dass sie um diese Zeit in einer Privatschule büffeln. Wenn die Kretschmer... Eine spontane Aktion war das nicht. Mrs. Kretschmer muss die Einfahrt mit erhöhter Geschwindigkeit genommen haben. Vermutlich war sie da bereits in großer Sorge. Hoffentlich kehren die Täter nicht zurück. Hoffentlich kehren die Täter nicht zurück. Dieser Anblick muss jeden abschrecken, der unvermittelt ins Haus will und merkt, dass er eine Zielscheibe abgibt. Ich nehme sie ab. Wartet. Fällt euch was auf? Die Türen und Fenster sind nicht nur geschlossen, sondern auch alarmgesichert. Nach allem, was wir gesichtet haben, sage ich euch, sowohl Mrs. Kretschmer als auch ihre Töchter befinden sich im Haus. Die Frage ist, ob sie sich verstecken oder jemand sie bedrängt. Und was schlägst du vor, Peter? Die Alarmanlage mag aktiv sein, aber wir kennen eine Schwachstelle. Das Schiebefenster im oberen Stockwerk. Dort können wir einsteigen. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube dir, Peter. Darum kletterst du hinauf und ins Haus, um unbemerkt die Alarmanlage auszuschalten. Dann kommen Bob und ich als Verstärkung. Natürlich durch die Eingangstür. Natürlich. Mein zweiter Vorname ist schließlich Himmelfahrtskommando. Also schön. Dann hieft mich aufs Garagendach. Keine Ahnung, worauf das hinausläuft. Oh Mann, wo soll ich da Halt finden? Nun bleib doch mal still. Nein, das andere Bein. Guckt mal, wir sind gerade rechtzeitig zu einer Zirkusvorstellung gekommen. Sollen wir eine Drehorgel holen? Hier gefällt es mir nicht. Was ist denn passiert? Wir haben Justus, Peter und Bob dabei ertappt, wie sie ohne Erlaubnis in ein Haus einsteigen wollten. Und als gute Detektive, die wir sind, geben wir ihnen die Gelegenheit, das zu erklären. Abbruch, Kollegen. Wir müssen erst etwas klarstellen. Elenia, du musst nicht immer machen, was deine Geschwister sagen. Dieser Tatort ist nichts für kleine Mädchen. Cole, Paige, ihr macht als Detektive ja schwer was her. Was sucht ihr hier? Wie habt ihr uns gefunden? Da ihr die Suche nach Jaden wenig professionell angeht, waren wir so frei, euch abzuchecken. Tante Mathilda hat uns eure Handynummern verraten. Peter war leicht zu orten. Mama hat Tante Mathilda angerufen und von Paps und dem Troll erzählt. Gibt es wirklich einen Kerl, der so aussieht? Wir meinen ja. Damit haben wir ihn Verdächtigen. Wo steckt er? Hier im Haus? Wir sind einem Notruf gefolgt. In dem Haus ängstigten sich zwei Mädchen und die Mutter. Ihre Nachricht ist rätselhafter Natur. Und die ist unser Metier. Ach, meinst du? Ich glaube, du blöfst. Es geht um die Nachricht weiter unten. Ah, ich sehe schon. Anfang und Ende. Geschenkt. Das sind automatische Vorschläge. Also, ich lese da folgendes. John, unsere Töchter sind in Gefahr. Erst dieser komische Troll vor dem Verein. Jetzt belästigen uns Scheusale. Werden uns notfalls verschanzen. Sie kommen. Ruf die Polizei. Na also, jetzt macht es Sinn. Und dieser Troll? Jede Wette, das ist unser Mann. Der vom Blitz gezeichnete Donnerwetter. Ihr seid auf Draht. Worauf soll das hier hinauslaufen? Ihr bleibt gefälligst hier, während wir uns weiter umsehen. Du bist nicht dieser Inspektor Kotter. Lass mich sehen. Was steht da? Was steht da? Da steht Rocky Beach Polizei, bla bla, Junior Assistent, bla bla, Justus, Peter und Bob haben recht. Bla bla. Und wir dürfen nichts. Zufrieden, Herzchen? Es geht mir nur um eure Sicherheit. Versprecht ihr hier zu warten, bis wir Entwarnung geben? Mit Trollen ist nicht zu spaßen. Nicht wahr, Elenia? Stimmt. Paige, Cole, wir sind trotzdem Detektive. Wir observieren. Sicher. Immerhin werden Justus, Peter und Bob bestimmt schon versucht haben, die Mutter auf ihrem Handy zu erreichen. Nicht wahr? Ja, mir war schon klar, dass ihr nicht von allein drauf gekommen seid. Das scheint aus der Garage zu kommen. Oder aus dem Haus. Es geht niemand ran. Ich bin beschäftigt und rufe bei passender Gelegenheit zurück. Also schön, damit hätten wir die längst erbrachte Schlussfolgerung untermauert, dass sich Mrs. Kretschmer im Haus befindet. Befand? Befindet. Okay, jetzt kennen wir alle den Namen der Dame und den Aufenthaltsort ihres Handys. Wer ist diese Frau überhaupt? Ich meine, ich habe den Namen schon mal gehört. Nein, Justus, das ist vertraulich. Dein Wunschzettel für den Weihnachtsmann? Nein, Justus, das ist vertraulich. Nein, Justus, das ist vertraulich. Beim Thema Heimatsicherheit ist Mrs. Kretschmer ganz vorn dabei. Keine Ahnung, worauf das hinausläuft. Ich finde hier einfach keinen Halt. Ich wünschte, wir hätten eine Kletterwand. Ich denke, dein Wunsch lässt sich erfüllen. Seht euch doch nur mal um. Ich denke, dein Wunsch lässt sich erfüllen. Abgeschlossen. Spielt ihr jetzt Möbelpacker? Spielt ihr jetzt Möbelpacker? Spielt ihr jetzt Möbelpacker? Kommt, Kollegen, wir wollen hoch hinaus. Spielt ihr jetzt Möbelpacker? Spielt ihr jetzt Möbelpacker? Spielt ihr jetzt Möbelpacker? Dann Untertitelung des ZDF, 2020 Wir wollen hoch hinaus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ob das hält? Leute, das ist eine ganz schön wackelige Angelegenheit. Abstand, Kollegen! Die drei Detektive haben Glück. Niemand wurde verletzt. Und so sind Justus und Bob erleichtert, als Peter flink wie eine Katze das Schiebefenster erreicht und sich leise ins Haus der Kretschmas stiehlt. Ganz schön dunkel. Bin ich allein? Wohl kaum. Freund oder Feind, ich sollte zielstrebig für Verstärkung sorgen. Die Steuerung für die Alarmanlage müsste unten sein. Die Stille macht mich fertig. Liegt jemand auf der Lauer? Wo ist denn nun die Station für den Hausalarm? Moment. Da! In der Küche! Hm. 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 Das Display für die Alarmanlage. Und eine Schublade mit Kindersicherung? Kaulruck. Na bitte. Zwei identische Handys. Vermutlich die der Zwillinge, die auf mütterliche Zuteilung warten. Hm. Schade. Ich dachte, hier ließe sich ein Zettel mit einem Zahlencode herausfischen. Ohne den Code zu kennen, bin ich aufgeschmissen. Ich kann gerade nicht das ganze Haus auf den Kopf stellen. Ohne den Code zu kennen, bin ich aufgeschmissen. Hm. 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 Notiert. Dann wollen wir mal sehen. Na also. Dann mal nichts wie raus. Hallo, zweiter Detektiv Peter Shaw. Hast du die Hexe gesehen? Denn das steht da am Haus. Die anderen Wörter kenne ich nicht. Böse Menschen haben Mrs. Kretschmer als Hexe beschimpft. Aber ich versichere dir, sie ist keine. Jedenfalls keine aus einem Märchen. Das ist nicht hilfreich, Peter. Wie ist die Lage? Hast du jemanden gesehen? Können wir hinein? Meinen Weg kreuzten nur stumme Zeugen. In einem Aquarium. Ich sollte die Alarmanlage ausschalten. Und das habe ich getan. Wir können also gemeinsam das Haus durchstöbern. Erlenia. Ich habe eine wichtige Aufgabe für dich. Pass auf, dass uns niemand folgt. Auch nicht deine Geschwister. Habe ich dein Ehrenwort? Ich gebe gut auf Paige und Cole acht. Die Skarrets halten die Stellung. Keine Sorne. Notfalls holen wir Erwachsene, die euch retten. Ins Haus sind die Vandalen wohl nicht gelangt. Wir sehen uns in den Räumlichkeiten um. Irgendwo müssen doch die Kretschmers stecken. Mrs. Kretschmer? Oder wir rennen brüllend durchs Haus und hören nur unser eigenes Geschrei. Seht mal den Tisch. Also doch Vandalen im Haus? John Kretschmer, Fürsprecher der Herzen bei Tag, lockerer Sportfan bei Nacht. Da hast du deinen Vandalen, Bob. Wieso John Kretschmer? Er könnte seine holde Gattin ebenfalls Liebes nennen. Der Nachbar scheint nichts mitbekommen zu haben. Seelenruhig, wie er seinen Rasen mäht. Wenn ich mir mit Rasen mähen was verdiene, geht das nicht ohne Mucke. Da könnte neben mir ein Android einschlagen und ich würde nichts merken. Du meinst sicher Asteroid. Aber auch das wäre nicht korrekt, weil... Aber lassen wir das. Fest steht, als Zeuge scheidet der Nachbar aus. Ich kann mir denken, was da an der Scheibe steht. Hallo, Entwarnung, wir sind's, die drei Detektive. Erkennt ihr was? Ach, so stelle ich mir unser Detektivbüro der Zukunft vor. Stilvoll, elegant mit Klienten, die Schlange stehen. Ach, so stelle ich mir unser Detektiv... Charity? Chastity? Wenn sie nicht gleich durch die Wände schweben, würde ich sagen, sie sind nicht da. Da will wohl jemand beim Servietten-Faltwettbewerb gewinnen. Da will wohl jemand beim Servietten-Faltwettbewerb... Entweder haben die Zwillinge Erdbeben gespielt, sich gestritten, oder das Puppenhaus bei einem hastigen Aufbruch unglücklich gestreift. Das Versteck kam für die Zwillinge wohl nicht in Frage. Das Versteck kam für die Zwillinge wohl nicht in Frage. Als ich auf der Grundschule war, habe ich beim Nachhausekommen auch immer als erstes mein Zeug in die Ecke geworfen. Als ich auf der Grundschule war, habe ich beim Nachhausekommen auch immer als erstes mein Zeug in die Ecke geworfen. Da will wohl jemand beim Servietten-Faltwettbewerb gewinnen. Entweder haben die Zwillinge Erdbeben gespielt, sich gestritten, oder... Das stille Örtchen macht seinem Namen alle Ehre. Das stille Örtchen macht seinem Namen alle Ehre. Mrs. Kretschmer? Mann, Peter, da rollt sich ja die Tapete von den Wänden. Wenn die Quetschmasse durch den Wandschrank nach Narnia geflohen sind, passe ich. Wir sind uns wohl einig, dass niemand unterm Bett steckt. Wir sind uns wohl einig, dass niemand... Wenigstens blutet das Bild nicht, obwohl das gut zu Halloween gepasst hätte. Hier ist garantiert niemand raus. Das kann sich sehen lassen. Mrs. Kretschmer? Charity? Chastity? Die Tür ist massiv und verschlossen. Peter, das ist ein Fall für dein Dietrich-Set. Erstens habe ich mein Set nicht dabei. Und zweitens betreibe ich keine Sachbeschädigung im Haus der Kretschmers. Kapier's doch. Da ist niemand drin. Du brauchst gar nicht zu schmollen, Justus Jonas. Du kannst ja zu den kleinen Strollchen zurückgehen. Cole und Paige haben bestimmt Dietrich hier dabei. Ohne Werkzeug ist da nichts zu machen. Ohne Werkzeug ist da nichts zu machen. Ich bin einig, dass ich nicht dabei bin. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Da will wohl jemand, da will wohl, da will, da will wohl jemand beim Servietten, da will wohl jemand beim Servietten Das Versteck kam für, das Versteck kam für die Zwillinge wohl nicht, entweder haben die, entweder, als ich auf, als ich auf, als ich Das Versteck kam für die Zwillinge wohl nicht, das Versteck kam für die Ich kann mir denken, was da an der Scheibe steht Ohne Werkzeug, ohne Werkzeug, ohne Werkzeug ist da nichts zu machen Das Versteck kam für die Zwillinge wohl nicht, das Versteck kam für die Zwillinge wohl nicht, weil ich hier nicht So viele Bücher und so wenig Zeit So viele Bücher und so wenig Zeit Wir sind uns wohl einig, dass... Wenigstens blutet, wenigstens blutet das Bild nicht Obwohl das gut zu Halloween gepasst hätte Wo für die Zwillinge Das kommt nicht von hier oben. Ich bin beschäftigt und rufe bei passender... Ich bin mir nicht sicher, woher das kommt. Ich bin beschäftigt... Ich bin mir nicht sicher, woher das... Ich bin... Ich bin mir nicht sicher... Das klingt nicht so, als käme es aus dem Keller. Ich bin besche- Ein Gerüst, das wie ein Kartenhaus zusammenstürzt? Reife Leistung, Kollegen! Das stille Örtchen macht seinem Namen alle Ehre. Das kommt nicht von hier oben. Ich bin mir nicht sicher, woher das kommt. Ich bin beschäft- Hier ist niemand. Mrs. Kretschmers Handy. Aber keine Mrs. Kretschmer. Keine Sperre. So viel zu Mrs. Kretschmers Sicherheitsfimmel. Seht mal, diese Nachricht vom Vormittag hat etwas Offizielles. Bei den Zwillingen fiel also der Unterricht aus, wie bei uns. Ich ahne die Gründe. Ihre Töchter allein zu Hause aufgrund einer ungewissen Lage. Das ließ Mrs. Kretschmer keine Ruhe. Ja, ich Tanz. Sehr wichtig. Robust wie ein Stemmeisen, wehrhaft wie ein Zahnstocher. Habt ihr das auch gehört? Ist das der dicke Junge? Jetzt habe ich auch etwas gehört. Nein, das ist der dicke Junge. Still jetzt. Sagt mal, ihr Spürnasen, hat das Haus eigentlich einen Dachboden? Ach, so stelle ich mir unser Detektivbüro der Zukunft vor. Stilvoll. Stimmt. Das Haus müsste einen Dachboden haben. Von außen kommen wir nicht ran. Ein Gerüst, ein Gerüst, das wir in Karten... Ihr seid nicht gerade von der schnellen Sorte. Okay. Soll ich nicht. Soll ich mich noch nicht. Soll ich mich noch und ich habe. Soll ich dich schon wieder, wenn du das. Soll ich dich noch nicht? Soll ich dich noch nicht. Das ist doch, wenn ich dich noch nicht. Soll ich mich noch nicht. Na schön, ich beuge mich der Gewalt. Vergebens. Bombenfest. Ist denn das zu fassen? Ihr seid nicht gerade von der schnellen Sorte. Ein Gerüst, das wir in Kartenhaus zusammenstürzt. Das ist ein Gerüst, das wir in Kartenhaus zusammenstürzen. Das ist ein Gerüst, das wir in Kartenhaus zusammenstürzen. Das versteh. Als ich auf der Grundschule war, als ich auf der Grundschule war, da will wohl jemand beim Servietten-Faltwettbewerb gewinnen. Das Versteck kam für die Zwillinge wohl nicht in Frage. Das stille Örtchen macht seinem Namen alle Ehre. Seht ihr auch, was ich sehe? Glaubst du, die Kretschmers sind untergetaucht? Nein, ich meine, wartet mal. Alle Achtung, Bob. Jetzt erkenne ich es. Was denn? Der Griff der Dachluke, Peter. Reist du da ran? Knifflig. Und kommt mir nicht mit eurer Räuberleiter. Sonst sehe ich das Becken Hollywoodreif in Scherben gehen. Gut gemacht, Peter. Das gefällt mir nicht. Mir gefällt das auch nicht. Nur nicht so schüchtern. Sonst müssen wir heraufkommen. Hört auf, wir sind hier, um euch zu helfen. Ihr seid nicht die mit den Masken. Doch, Charity, sei nicht dumm. Die drei haben das gemacht, weil sie Mama nicht leiden können. Und jetzt spielen sie die guten Samarita. Aber Chestercy, sie waren doch zu viert. Einen haben wir eingesperrt. Schon vergessen? Das gehört alles Papa. Stehlen ist eine Sünde. Und Papa ist Anwalt. Das wissen sie doch, Charity. Die denken, dass er nur im Standesamt arbeitet. Aber er kann auch Böse vor Gericht bringen. Und er verteidigt keine Diebe. Ich mag mir gar nicht ausmalen, warum das auf dem Dachboden gelandet ist. Nachher verstecken die Cratchmas hier noch die Bundeslade. Ich mag mir gar nicht ausmalen, warum das auf dem Dachboden gelandet ist. Wen habt ihr eingesperrt? Euren Komplizen. Wir haben ihn überrumpelt, als er ins Haus kam. Wir haben keine Angst vor euch. Genau, wir haben keine Angst. Aber tut uns nichts. Warum sollten wir euch etwas antun? Wir sind die drei Detektive. Das wisst ihr doch. Also, ihr habt einen Bösewicht eingesperrt? Sag nichts, Charity. Papa meint immer, sonst kann das gegen einen verwendet werden. Papa sagt auch, man kann auf Notwehr applaudieren. Oder wie er neulich zu Mama meinte, im Zweifel für den Angeklagten. Wisst ihr, wo eure Mama gerade steckt? Mama arbeitet im Frauenverein. Wenn sie nach Hause kommt, kriegt ihr die Schimpfe eures Lebens. Charity. Mama sagt, wir sollen nicht so garstig sein zu Jungs. Die können nichts dafür, dass sie dümmer sind. Dürfen wir euch etwas zeigen? Gefällt dir das so wenig wie mir? Mir gefällt es noch viel weniger als dir. Dürfen wir euch etwas... Gefällt dir... Mir gefällt es noch... Ihr habt Mamas Handy gestohlen. Stimmt, das ist Mamas Handy. Nun ist aber gut. Da kann man sich ja gleich mit Papageien unterhalten. Das hat gesessen, Justus. Schockstarre. Also, ihr zwei Hübschen, wir wissen, dass die Schule ausfiel. Und eure Mutter wusste das auch. Sie ist spurlos verschwunden. Hast du gehört, Chastity? Mama ist verschwunden. Wir zwei Hübschen. Dann müssen wir alles sagen. Du Kichererbse. Was habt ihr nach der Schule gemacht? Wir sind gleich nach Hause. Papa hatte die Alarmanlage nicht eingeschaltet. Wenn er in Eile ist, fällt ihm nie ein, wie das geht. Mama sagt, wenn sein Kopf nicht angewachsen wäre, würde er den auch noch vergessen. Uns war da gleich klar. Die Garage war auch nicht abgeschlossen. Also sind wir rein ins Haus. Aber dann kamen Fremde. Mit Masken. Ich stieg auf Charities Schultern. Ihre sind breiter als meine. Und wir versteckten uns auf dem Dachboden. Ab und zu wagten wir uns raus. Dann war da einer im Haus. Wir sahen seinen Schatten im Keller. So ein langes Elend mit Perücke. Wumms haben wir die Tür zugeschlagen. Und schwupps haben wir ihn eingeschlossen. Wir also zurück auf den Dachboden. Sicherheit geht vor. Das nächste Mal sahen wir euch. Durchs Fenster. Danach blieben wir hier. Ihr seid tapfer. Das muss man euch lassen. Wir befreien euch von dem Gefangenen. Gebt ihr uns den Kellerschlüssel? Hier habt ihr ihn. Arme Mama. Ob wir sie je wiedersehen. Lasst euch nicht übertölpeln. Der hat bestimmt eine Stinkwut. Ich mag mir gar nicht ausmalen, warum das auf dem Dachboden gelandet ist. Was macht ihr denn hier? Wir haben Schreie gehört. Da wollten wir nachsehen, ob noch alle Gläser und Spiegel heil sind. Alles gut, ihr drei. Das waren die Mädchen. Sie sind etwas schreckhaft, also ärgert sie nicht. Und bleibt jetzt hier. Verstanden? Schöne mal, Bob. Wir geben hier nicht den Kinderschreck. Ja, natürlich. Jetzt gibt die Dame laut. Mrs. Kretschmer? Sind Sie wohl auf? Wir sind es. Justus, Peter und Bob. Meine Engel. Wo sind meine Engel? Ihren Zwillingen geht es gut. Der Angriff ist vorbei. Können wir Ihnen helfen? Ich muss bewusstlos gewesen sein. Jemand hat mich die Treppe hinuntergeschubst und eingesperrt. Ich schlage vor, Sie rufen Ihren Mann persönlich an und geben Entwarnung. Ich hoffe, Ihr hattet den Anstand, mein Handy nicht zu durchstöbern. Mein Mann ist sehr eingespannt. Ich verstehe nicht, warum sich so viele Paare ausgerechnet an Halloween das Jahrwort geben. Sie können ihm später eine Nachricht schicken. In aller Ruhe, mit viel Zeit zum Schreiben. So langsam bekommt Ihr Gesicht wieder Farbe. Fragt sich nur, welche. Bevor wir zu Ihren Töchtern hinaufgehen, was ist geschehen, nachdem Sie eine Nachricht von der Schule bekommen haben? Na, was denkt Ihr? Ich rief in der Schule an. Besetzt. Also gab ich die Eröffnung des Basars ab und stieg gerade ins Auto. Da sah ich schon mal einen komischen Wicht. Ein komischer Wicht? Hatte sich jemand zu Halloween verkleidet? Ein Mann in meiner Größe mit wildem braunen Haar in der Mitte gescheitelt. Ich starrte in grünen Augen. Er glotzte nur. Das war keine Maske. Der Typ sah wirklich aus wie ein Troll. Und der Troll machte genau was? Nichts. Aber ich fühlte mich belästigt. Ich hatte es eilig. Die Mädchen kennen den Code der Alarmanlage nicht. Als ich eintraf, überschlugen sich die Ereignisse. Wir fühlen ganz mit Ihnen, Mrs. Kretschmer. Was also ist geschehen? Überall wuselten Scheusserle. Das Haus beschmiert. Ich wurde mit Eiern beschossen. Die Garage. Ich schloss sie auf und hinter mir zu. Ich schickte meinem Mann eine Nachricht, beeilte mich wegen der Alarmanlage. Die Alarmanlage. Und weiter? Man muss Zahlen angeben, sonst geht sie eine Weile nach Betreten des Hauses los. Aber sie war aus. Ich aktivierte sie und suchte die Mädchen. Den Rest kennt ihr. Und nun, ab mit euch. Ich schaffe das schon. Ihr seht komisch aus. Nein, ihr seht komisch aus. Nein, ihr seht komisch aus. Ihr seht komisch aus. Was ist denn hier los? Wer hat die Polizei gerufen? Na, wir. Wurde aber höchste Zeit, findet ihr nicht? Eins, zwei, drei. Jetzt kommt die Polizei. Eins, zwei, drei. Jetzt kommt die Polizei. Ich schaffe das schon. Kümmert euch um meine Engel. Sie müssen sich zum Tode extinken. Ihr seht komisch aus. Nein. Nein, ihr seht... Was macht ihr hier? Ah. Wahrscheinlich wegen der Scarlet-Kinder. Die haben mich nämlich von einem Anschluss der Kretschmers angerufen und die Vorfälle gemeldet. Die armen Zwillinge. Bei allem Respekt. Das können wir so nicht stehen lassen. Sagen wir, es gab tragische Verwicklungen, deren Faktenlage vollends zu begreifen, wir ganz in ihre Hände legen. Na nun, das klingt so, als wüsstest du mit der Situation nicht umzugehen, Justus Jonas. Keine Sorge. Wir von der Polizei sind geschult. Ich schaue mich nur noch kurz um, bevor mein Team eintrifft. Immer diese Gaffer. Ich habe bei solchen Fällen schon Telefone einkassiert. Neulich fiel einer auf, weil er keines hatte. Er runzelte seine wulstige Stirn und ich dachte, ein echter Troll hat natürlich kein Handy. Immer diese Gaffer. Haben Sie unsere Nachricht erhalten mit der Liste von verdächtigen Profilen aus den sozialen Medien? Ich habe sie an die Experten weitergeleitet. So etwas ist entweder die Spitze eines Eisbergs oder Stochern im Nebel. Schlimm genug, dass im Netz zunehmend Stimmung gemacht wird. Den halten Sie für die Redelsführer bei all diesen Streichen in letzter Zeit. Trolle, die zu Blödsinn anstacheln, da liegt ihr richtig. Aber was gilt als Unfug, was als Straftat? Gestern wurde in einem Kino eine Vorstellung gesprengt, weil Besucher einem Aufruf Folge leisteten. Krass! Ich schlage vor, wir schreiten nun zur Vernehmung ins Haus. Bitte nach mir. Ich schlage vor, wir schreiten nun zur Vernehmung ins Haus. Cotter, ich will aufrichtig sein. Ich weiß, wer die Scarids sind. Und ich ahne die Umstände, weshalb sie sich hier blicken ließen. Ach echt? Dann haben Sie auch den Troll im Verdacht? Er soll unseren großen Brudern führt haben. Bestimmt war es auch der Troll, der Mama die Treppe heruntergeschubst hat. Stimmt, das kann nur dieser Troll gewesen sein. Kinder, beruhigt euch! Charity, Chastity, habt ihr nicht etwas richtig zu stellen? Mama, glaube nicht, was der dicke Junge sagt. Der ist wie der Troll. Er will uns allen was antun. Die komischen Mädchen haben recht. Ich meine, Justus ist harmlos. Aber der Troll hat sich Jaden geschnappt. Wir haben den in Führer sogar mal gesehen. Weißt du noch, Paige? Das ist zwar schon eine Weile her, aber ich weiß, wen du meinst. Dieser einfältige Typ. Als wir Ellen ja ablenken mussten, weil er sie anstarrte. Jetzt weiß ich! Das war ein Troll? Wie sah er noch gleich aus? Kannst du uns helfen, 1. Detektiv Justus Jonas? Na schön, ich spiele mit. Er ist der Detektiv Justus Jonas, du übernimmst. Also eigentlich... Na schön, wir wissen schon einiges über den Fremden. Was fällt uns noch zu ihm ein? So ein Troll gehört mit einem Springseil ans Bett gefesselt. Genau, und er sollte lebenslang Stubenerrest bekommen. Also... Weiß war der Troll nicht. Seine Haut hatte einen eher schmutzigen Teint. Seine Lippen waren voll und blass. Ich dachte schon, er wirft mir einen Kussmund zu. So ein Troll gehört mit einem genauen... Eigentlich haben Trolle eine große Nase. Aber seine war ganz okay. Er hatte ein grünes Hemd an. Das war oben so offen. Und man sah lauter feine Äste. Wie bei einem Baum. Das Hemd drück er über der Hose. Eine mit mehr Taschen als nötig. Sie war braun. Seine Schuhe passten zur Hose. Krasse Boots mit viel zu schnüren. Schau nicht mich an, Justus. Ich habe diesen Troll schon einmal gesehen. Vor dem Gebrauchtwarencenter. Er stand bei den Schaulustigen, die mehr über Tante Mathildas angeblichen Lottogewinner fahren wollten. Ja, jetzt sehe ich ihn genau vor mir. Mrs. Jonas. Sicher wäre ein Phantombild hilfreich. Wartet, ich meine, ich habe sogar eine passende App auf meinem Handy. Ein Phantombild ist im Nu erstellt. Wie sieht das Gesicht des Fremden aus? Wie sieht das Gesicht des Fremden aus? Um Schaul, ich will ihn auch auf vom Sandiond paradigm. Und wenn du weißt da, ich lasse Infaredn開z festen. Wie sieht das Gesicht des Mers in ersten Zeiten. Hey, ich bin weiß, ich bino The M Ook. Ich lücken Psalm Uma, ich kann die Aufdam aus. Ich kann mich posten, pars bareißen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Vielen Dank. Das war's für heute. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Mehr fällt mir nicht ein. Also, weiß war der Troll nicht. Seine Haut hatte einen eher schmutzigen Teint. Ja, seine Lippen waren voll und blass. Ich dachte schon, er wirft mir einen Kussmund zu. Ich habe diesen Troll schon einmal gesehen. Vor dem Gebrauchtwarencenter. Er stand bei den Schaulustigen, die mehr über Tante Mathildas angeblichen Lottogewinner fahren wollten. Ja, jetzt sehe ich ihn genau vor mir. Mrs. Jonas. Sicher wäre ein Phantombild hilfreich. Wartet, ich meine, ich habe sogar eine passende App auf meinem Handy. Ein Phantombild ist im Nu erstellt. Wie sieht das Gesicht des Fremden aus? 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Na bitte. Na bitte. Schade. Bein. Bis zum nächsten Mal. Wir brauchen das, tatsächlich nur noch. Strom funktionieren. Wir brauchen das, wir brauchen das, Das Gelände ist nicht ohne. Hier kann man sich leicht verlaufen. Hier kam ich zum Waggon hinauf. Bloß ohne die Strickleiter scheidet er als Rückweg aus. Da lagen die Hörner drin. Die Truhe hat sich geöffnet, nachdem der Brückentroll grünes Licht gab. Ah, der besagte Herold. Als solcher kannte er sich mit zeremoniellen Belangen aus, wurde als Bote eingesetzt und wusste Interessen zu vertreten. Alles, was heutzutage einen Diplomaten ausmacht. Na, ist der Herr zufrieden? Na? Get checked. Get checked. Dort hinten geht es zum kleinen Volk und seinem Stollen. Wie ich es mir dachte. Das kleine Volk macht noch immer Feierabend. Das kleine Volk macht große Augen. Da muss man sich verfolgt fühlen. Hier ist alles ruhig. Erkennt ihr was? Erkennt ihr was? Wenigstens müssen wir uns keine Gedanken machen, was Kannibalen auftischen. Das kleine Volk scheint eher auf Wurzelgemüse zu stehen. Hier ist alles ruhig. Hier ist alles ruhig. Das kleine Volk scheint eher auf Wurzelgemüse zu stehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier auf direktem Weg in das Depot der Parkeisenbahn geht. Entweder waren hier Stümper am Werk oder respektlose Genies. Entweder... Endstation. Entweder waren... Das Gleis endet im Stollen nebenan. Das habe ich gesehen. Demnach da wären die Wände gewandert. Oder die Schienen. Der Schein trügt. Der Schein trügt. Ja, die Ortung bleibt abgeschaltet. Erkennt ihr was? Ja, die Ortung bleibt abgeschaltet. Als Kind hätte es mir gefallen, mit der Dampflok zu fahren. Nur, dass sie gar nicht dampfte, sondern Strom braucht. Als Kind hätte es mir gefallen, mit der Dampflok zu fahren. Nur, dass sie gar nicht dampfte, sondern Strom braucht. Als Kind hätte es mir gefallen, mit der Dampflok zu fahren. Das Gelände ist nicht ohne. Hier kann man sich leicht verlaufen. Das Gelände ist nicht ohne. Ein Sprung vom schwebenden Waggon? Keine gute Idee. Wenigstens fallen unsere Weggefährten nicht sonderlich auf. Ein Sprung vom schwebenden Waggon? Keine gute Idee. Der Anblick schmerzt. Ich hoffe, der Troll ist... Ich schwöre euch... Hmmmm... ... 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 Wir brauchen das Zweite Wir brauchen das Wir brauchen das Zweite Horn der Kuh 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 Das kleine Volk scheint eher auf Wurzelgemüse zu stehen. Erkennt ihr was? Ja. Erkennt ihr was? Das kleine Volk scheint eher auf Wurzelgemüse zu stehen. Erkennt ihr was? Hier ist alles ruhig. Hier ist alles ruhig. Erkennt ihr was? Erkennt ihr was? Das kleine Volk. Der Scheim trügt. Entweder waren hier Stümper am Werk oder respektlose Genies. Erkennt ihr was? Und ich glaube, es ist alles ruhig. Hier ist alles ruhig. Hier ist alles ruhig. Wenigstens fallen unsere Weggefährten nicht sonderlich auf. Ja, die Ortung bleibt abgeschaltet. Das Gelände ist nicht ohne. Hier kann man sich leicht verlaufen. Hier ist alles ruhig. Hier ist alles ruhig. Erkennt ihr was? Erkennt, erkennt, das kleine Volk scheint eher auf Wurzelgemüse zu. Das kleine Volk scheint eher auf Wurzelgemüse zu. Der Schein, der Schein trügt. Entweder waren hier Stümper am Werk oder respektlose Genies. Bemüht euch nicht. Die bekommen wir nicht mal zu dritt auf. Na, ist der Herr zufrieden? Na, 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 ist der Herr zufrieden? Die ist der Herr zufrieden? Na, 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 na. Zwiebel! Zeitschne bars. Voll Preferent! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Als Kind hätte es mir gefallen, mit der Dampflok zu fahren Nur, dass sie gar nicht dampfte, sondern Strom braucht Jetzt hat die Kuh gar kein Horn mehr Was mut sich, äh, was tut sich da draußen? Das ist doch kein Klingelton, oder? Jetzt hat die Kuh gar kein Horn mehr Niemand weit und breit zu sehen Kein Mensch, keine Kuh Wenigstens fallen unsere Weggefährten Das Gelände ist nicht ohne Bemüht euch nicht Die bekommen wir nicht mal Wenn mir mein Gedächtnis keinen Streich spielt Hat hier jemand Kleinigkeiten verändert? Endstation 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 Es war doch vorher nicht so Hier war jemand dran Es fehlt eine weitere Sicherung Jetzt hat die Kuh gar kein Horn mehr Wusste ich doch, dass wir hier nicht allein sind Wer ist das? Mh, lecker, lecker So festes Fleisch Das gibt ein feines Mal Mh, tuhut Sicher kam er nach uns aufs Gelände Schließlich haben wir den Weg gebahnt Ich schlage vor, wir machen auf uns aufmerksam Genehmigt Vorsicht, Kollegen Er ist bewaffnet Das ist nur ein Pilzmesser, Peter Der Mann ist ein Sammler Aber kommt ihr euch nicht bekannt vor? Guten Tag Guten Tag, Sir Ich bin Justus Jonas und das sind meine Freunde Wir haben uns schon einmal gesehen Gestern beim Gebrauchtwarencenter Erinnern Sie sich? Mrs. Jonas Ist sie deine Mami? So gut wie Sie ist meine Tante Ich lebe in ihrer Obhut Wir wollen Sie aber nicht stören, Mr. Ich heiße Kirk Manzani Ich schneide Pilze und mag Menschen Die Menschen mögen Pilze und schneiden mich Das habe ich klug gesagt, nicht wahr? Ich mag kluge Menschen, Kirk Wie ich sehe, sammelst du Steinpilze Aber wie heißt denn der Lange dazwischen? Ist das ein Kuhhorn? Nicht, dass er giftig ist? Nein, Dummerchen Das ist ein Horn Du weißt schon Muuuuh Zwei Hörner Machen Sinn Kein Horn Macht Sinn Aber ein Hörner Die gibt es gar nicht Jetzt ist die Kuh Ich verrate es dir Ein Kalb Ich unterbreche ungern so kluge Gespräche Aber ich bin neugierig geworden Glaubst du, wir können das auch, Kirk? Pilze sammeln Leiste uns dein Messer Nein, das ist meins Aber ihr dürft mir helfen Denn ich mag euch Und ich bin müde Ein Messer braucht es nicht immer dazu Nur sachte aus dem Boden drehen Mit Muße Der Boden, die Pilze und die Bäume Das sind alles Freunde Das nennt sich Aufgepasst Symbiose Da wäre ich gern dabei Der Boden, die Pilze Ich hoffe, es befindet sich kein gemeiner Gallenröhrling darunter Er sieht dem Steinpilz zum Verwechseln ähnlich Zwar ist er nicht giftig, aber bitter Darf ich nachsehen? Das brauchst du nicht Ich verstehe, was ich tue Meine Granny sagt Kirk, mit Pilzgerichten ist es wie mit einer Connaissance de Vacances Wärme sie nicht auf Connaissance de Vacances? Ah, verstehe Eine Urlaubsbekanntschaft Meine Granny sagt Ich sage es nicht gern Aber der Typ hat die volle Panne Und er sieht aus wie auf dem Phantombild Was sollen wir tun? Die Polizei rufen Er mag beschränkt wirken Aber ich glaube nicht, dass er hinter einer der Aktivitäten steckt Die unseren Fall betreffen Ich bin deiner Meinung, Bob Wir sollten sein Vertrauen gewinnen Und es uns erhalten Dass er gerade einer Mrs. Kretschmer sonderbar, ja, verdächtig vorkommt Ist eine Sache Ihm etwas in die Schuhe zu schieben, eine andere Trotzdem, er hantiert mit einem Messer Denkt an die vermissten Teenager Ich möchte nicht, dass wir als nächstes in einem seiner Körbchen landen Du sprichst uns aus dem Herzen, Peter Mann, die sind ja über Nacht aus dem Boden geschossen wie Pilze Peter, es liegt in ihrer Natur Paige und Cole Scarrett Ihr lasst wohl nie locker Wie habt ihr uns... Ach, Peters Handy, schon klar Wo steckt euer Schwesterlein? Elenja macht sich ausgefallen Ihr wisst schon, Halloween Süßes, sonst gibt's saures Mom wird sie begleiten Warum schließt ihr euch nicht an? Oder haben die Kretschmers euch den Appetit verdorben? Mit den Zwillingen legt sich besser niemand an Wir suchen Jaden Da fragten wir uns Was macht ihr hier schon wieder? Wart ihr das mit der Mauer? Wer treibt sich denn noch auf dem Gelände herum? Ihr bleibt gefährlichst hier Wo es ungefährlich ist Oder macht am besten gleich die Fliege Wir können nämlich auch anders Lass nur, Cole Der kriegt sich wieder ein Vielleicht hat er recht Bald geht die Sonne unter Und nichts ist trauriger Als die drei Fragezeichen Im Dunkeln tappen zu sehen Halt dich fest, Paige Ich glaube, die sammeln Pilze Ein Männlein steht im Walde Ganz still und stumm Ein Männlein steht im Walde Ich habe Zweifel, also nein Das ist definitiv kein Steinpil Ich habe Zweifel, also nein Amen Das ist definitiv kein Steinpilz. Das ist definitiv kein Steinpilz. Das ist definitiv kein Steinpilz. Ich habe mich nicht gesehen. Immer machen sich Kinder über mich lustig. Oder sie haben Angst vor mir. Wir passen auf dich auf. Du musst keine Angst haben. Wir haben dir etwas mitgebracht. Sieh mal, Kirk. Wir sind fündig geworden. Die gehören jetzt alle dir. Grandpa würde sagen, fette Beute. Ihr habt alles richtig gemacht. Kommt, lasst euch drücken. Lieber nicht. Dein Messer. Dann belassen wir es bei einem Gerngeschehen. Wenn die Kinder nach Hause gegangen sind, werde ich auch nach Hause gehen. Ihr solltet auch nach Hause gehen. Wenn die Kinder nach Hause gegangen sind... Ich finde, wir haben eine Belohnung verdient. Was hast du noch alles dabei außer Messer und Pilzen? Lass doch mal sehen. Granny sagt, das ist übelgriffig. Granny sagt, ich soll mich wehren. Granny sagt... Schon gut, Kirk. Deine Granny ist eine weise Frau. Wir treten dir nicht zu nah. Wenn die Kinder nach Hause gegangen sind... Oh nein, sie kommen mich holen. Bleib bei uns, Kirk. Wir kennen Inspektor Kotter. Wir klären das. Kirk? Gib auf ihn acht, Peter. Wir kümmern uns um die Polizei. Er hat es nicht anders gewollt. Bring ihn heil zurück, Peter! Jetzt kommt es ja eine Weißtung. Wir kennen dich zum Beispiel wieder. Er hat es jemanden. Ihr geht zurück. Er hat es nicht anders. Er hat es nicht nach Hause. Er hat er hat er Capehart gegeben. Er hat er nicht mehr compositions. Er hat er nicht mehr kost Räufen. Er hat er nicht mehr so gerichtet. Er hat es nicht anders. Er hat er nicht mehr als das, die Leute locken. Bring ihn heil zurück, Peter! Heil zurück, Peter! Heil zurück! Heil zurück! Wir haben ihn! Er sieht genauso aus wie auf deinem Phantombild, Justus. Gute Arbeit. Was, Inspektor? Wir ziehen unseren Hut vor den drei Fragezeichen. Justus, Peter und Bob haben einen sehr guten Spürsinn. Der Mann kommt zur Vernehmung aufs Revier. Dann sehen wir weiter. Und euch, Kinder, bringt mein Kollege nach Hause. Danke für euren Anruf. Anruf? Ihr habt die Polizei geholt? Ja, meinst du, wir haben kein Handy? Wir wären dann soweit, Inspektor. Und Justus, deine Fürsprache für Mr. Manzani in allen Ehren. Aber nachdem du mir bezüglich der Zwillinge-Informationen vorenthalten hast, befolge ich einzig und allein den Dienstweg. Na ja, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Die beiden glauben doch nicht wirklich, dass Kirk Manzani ihren Bruder auf dem Gewissen hat. Kirk tut mir leid. Er muss uns für Monster halten. Kein leichtes Leben, wenn man ständig gehänselt und missverstanden wird. Na ja, mit seinem Messer hat er nicht gerade einen guten ersten Eindruck gemacht. Und wer weiß, was er damit veranstaltet hätte, wäre ich ihm auf seiner Flucht zu nahe gekommen. Keine Vorverurteilung, Peter. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Vergiss es. Keine Ahnung, warum Kirk diese Sicherung stibitzt hat. Für mich sehen alle gleich aus. Um Himmels Willen, Justus. Um Himmels Willen, Justus. Wartet mal, Kollegen. Inspektor Kotter nimmt in Kauf, dass wir im Grunde Hausfriedensbruch begangen haben. Als wollte er, dass wir weitermachen, wo ein braver Hüter des Gesetzes ohne Beweise keine Befugnis hat. Findest du nicht, dass er zu vertrauensselig ist? Ob man nun durch ein Messer oder ein Horn umkommt. In harten Krimis reicht manchmal eine Büroklammer zum Meucheln. Eben weil Kotter ihm das Horn ließ, hat er signalisiert, dass er Kirk richtig einschätzt. Und die Kinder hat er auch deshalb nach Hause befördert, damit sie uns nicht im Weg sind. Erinnert ihr euch, wer Kirk als erstes wegen Jadens Verschwinden zum Sündenbock gemacht hat? Ich habe noch Mrs. Gerrits Worte im Ohr, als wir nach ihrem Mann fragten. Ja, aber er war schwer zu verstehen. Jenseits der Großstädte ist die Netzabdeckung schlecht. Ich, ich kann euch nichts vormachen. Er ist hinter einem Kerl her, der Jaden, wie solches Ausdrücken, nachgestellt haben soll. Das war die Lüge, gegen die sie sich zunächst gesträubt hatte. Milo's Gerrit hat seine Frau nach langer Ungewissheit informiert, instruiert und uns damit manipuliert. Und ich wette, er hockt hier wie eine Spinne im Netz. Zeit, sie aufzuscheuchen. Das allein reicht nicht. Ich verbuch es mal als Erfolg, dass uns gerade nichts um die Ohren geflogen ist. Und nun? Schaffner oder Schott? Wie sie wohl fuhr? Die Verlegung der Gleise erscheint mir streckenweise absurd. Wie sie wohl fuhr? Die Verlegung der Gleise erscheint mir streckenweise absurd. Fass mal mit an. Wie sie wohl fuhr? Wie sie wohl fuhr? Wie sie wohl fuhr? Die Verlegung der Gleise erscheint mir streckenweise absurd. Wie sie wohl fuhr? Was hat das gebracht? Ihr denkt, der Schaffner bringt jetzt den Zug ins Rollen? Habt ihr euch mal ausgemalt, was dann passieren würde? Wenn besondere Vorkehrungen getroffen werden müssen, sind wir dabei. Justus, was hast du in Gang gebracht? Wir haben es! Er kommt. Das sehen wir uns gleich mal an. Ist das nicht ein klein wenig übertrieben? Ist das nicht ein klein wenig übertrieben? Ist das nicht ein klein wenig übertrieben? Wow, ganz großes Kino. Entweder macht man uns für den Schaden haftbar oder wir gehen als Leinwandhelden in die Geschichte junger Ermittler ein. Bevor du Strafzettel verteilst oder Oscars verleihst, sollten wir machen, dass wir in den Stollen kommen. Beachtet die Kontaktstellen an Schienenwagen und Boden. Die Mulde des Wagens ließe sich kippen. Dazu empfiehlt sich kein Muskelschmalz, sondern eine für den Bergbau des kleinen Volkes spezifische Last. Huldigen wir also dem Volk und helfen ihm beim Abbau von Edelsteinen. Huldigen wir also dem Volk und... Die liegen zu popelig. Zu popelig. Da hinten stand schon das letzte Mal einer. Jetzt sind es drei. Und du bist dir absolut sicher, dass wir uns nicht einfach spiegeln? Ja, die Ortung bleibt abgeschaltet. Zu popelig. Zu popelig. Zu popelig. Huldigen wir also dem Volk. Die Kleinen bringen nichts. Die Kleinen bringen nichts. Der wiegt ja kaum was. Die Kleinen bringen nichts. Zu popelig. Zu popelig. Gut gemacht. Tritt ein, wenn du kannst. Wir haben also einen Gastgeber. Nehmen wir die Einladung an. Welches Rätsel gilt es als nächstes zu lösen? Nun ja, die Zahlen von eins bis neun. Die sido? Ge retrouve auch, glaube ich. Sebelloh tres Kerlen. Dann geht's 뭐arakat. Dann geht's dir integr« – schwer, Dann geht's mir heute heute getrans都율. ~~~ dass wir uns kamen. Und deshalb wüns mich nicht mehr. und nun eine versuchsanordnung wie in einem lernlabor tippen wir die felder zeitig an und zwar in der reihenfolge ihrer verborgenen inhalte los leute ich habe sogar schimpansen so etwas mit bravour lösen sehen ja die zahlen von 1 bis 9 so 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 Zahlen von 1 bis 9, diesmal als römische Ziffern dargestellt. Diesmal große Buchstaben, die Reihenfolge stimmt, aber es werden viele ausgelassen. Die Reihenfolge ist die Reihenfolge, die Reihenfolge ist die Reihenfolge. Eine mathematische Folge, jede Zahl verdoppelt ihren Vorgänger. Die Reihenfolge sind die Reihenfolge. Die Reihenfolge ist die Reihenfolge. Uhrzeiten. Wenn beide Zeiger oben sind, steht das im Rätsel wahrscheinlich für 0 Uhr. Uhrzeiten. Die Farben eines Regenbogens. Ich hoffe, die Reihenfolge ist in Leserichtung. Die Farben eines Regenbogens. Ich hoffe, die Reihenfolge ist in Leserichtung. Die Farben eines Regenbogens. Als sich die letzte Tür geöffnet hat, werden die drei Detektive nach der Tortur im Dunkeln vom Licht eines großen Raums geblendet, in den der Gang mündet. Wie es aussieht, werden sie bereits erwartet. Gleich zwei Gastgeber nehmen Justus, Peter und Bob in Empfang. Kollegen, darf ich vorstellen? Jaden und sein Vater Milo Scarrett. Papps, darf ich vorstellen? Das sind Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Leibhaftig. Nun sieh mal einer an, was die Katze ins Haus geschleppt hat. Willkommen in unserer Trollfabrik. Trollfabrik? Der reale Ort einer verdeckten Organisation, die das Internet in der Regel im Auftrag eines Staates verwendet, um Nutzer gegen unerwünschte Gegner aufzubringen. Allerdings dürfte es sich in diesem Fall um einen privaten, lokal ausgerichteten Feldzug handeln. Wobei die Mittel die gleichen sind. Fehlinformationen und Sockenpuppen. Sockenpuppen? Fingierte Identitäten, Peter. Wir haben uns dieser Methode selber bedient. Allerdings laienhaft und ohne böse Absicht. Sagittarius Maximus und Ernest Jenner Jr. haben recht, Soccer Lady. Ihr seid nun Teil unserer Mission. Zumindest bis zum Morgengrauen. Ich muss euch bitten, mir alles zu überlassen, was in euren Taschen steckt. Seht mal, Kollegen. Diese Arbeit ist nicht von schlechten Eltern. Als wäre das Trollen ein Handwerk mit eigener Zunft. Alle Achtung, Mr. Scarlet. Die Ehre gebührt einem unserer Mitstreiter, der sich aufs Schweißen versteht. Beachtet, dass der Troll von einem Zeichen gestützt wird. Hagalas heißt die Rune. Sie steht für kontrolliertes Chaos. Nicht nur, dass es von diesen Runen mehr gibt, als ich dachte. Die haben alle auch noch Namen. Wir können es auf die sanfte Tour machen oder auf die weniger sanfte. Also? Kann ich euch etwas anbieten? Energydrinks? Wimmelbildspiele? Bessere Schulnoten? Danke. Aber sieht man von unserer fehlenden Freiheit ab, kommen wir in allen Bereichen auf einen guten Schnitt. Ah, sieh mal an, mein Junge. Der Laufzettel für unsere Anwärter ganz banal zu Papier gebracht. Immerhin aus dem Netz gefischt. Aber ich verstehe euch Detektive gut. Vor allem das Zeichnen macht mir mit simplen Mitteln einfach mehr Spaß. Ah, der unselige Rundbrief der Mrs. Kretschmer. Eine noch gemäßigte Version. Dann versteht ihr wohl, warum ich gegen sie einen Groll hege. Der Name gehört der Giftzahn gezogen. Und deswegen mussten auch wir und Mrs. Jonas dafür büßen und die anderen, das nenne ich mal alle über einen Kamm scheren. Da könnt ihr euch bei Eudora Kretschmer bedanken. Ich habe ihrem Kamm bloß ein paar Borsten verpasst und damit ordentlich gegen den Strich gebürstet. Wie drollig. Ich wusste gar nicht, dass so etwas in Kalifornien rechtens ist. Damit werde ich mich bei Gelegenheit genauer befassen. Sorry, aber die muss ich einkassieren. Ich verwahre sie für euch, bis sich unsere Wege trennen. Ihr könnt euch frei bewegen, aber nach Hause dürft ihr erst, wenn wir sämtliche Spuren verwischt haben und das Feld räumen. Ich denke, ihr könnt das nachvollziehen. Meine Herren Detektive, ihr merkt, ihr seid in guten Händen. Man sieht sich. Wir würden uns nie gegenseitig überwachen. Die Räume hier sind tabu. Aber wir nutzen das alte Kamerasystem der Eisenbahn, um auf dem Gelände Neuankömmlinge zu sichten. Unser Hauptscreen switcht nach einem Zufallsfaktor hin und her. So kann jeder auf sich wirken lassen, welche Fortschritte die anderen machen. Das stärkt den Teamgeist. Den Weg mussten alle unsere Anwärter nehmen, um zu uns zu gelangen. Ein Zurück gibt es nicht. Die Zeit läuft. Sie haben mit ihren Rivalen so viele Hühnchen zu rupfen, dass sie gut genutzt sein will. Die Zeit läuft. Die Zeit läuft. Die Zeit läuft. Die Zeit läuft. Sie haben mit... Bleibt locker. Hier will euch keiner was. Bleibt locker. Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht. Wir jedenfalls haben Spaß. Wer einen von uns ärgert, muss halt einstecken können. Das klingt nicht so, als würden Sie sich auf Mrs. Cratchmas Umfeld beschränken. Das kennt ihr doch von Kartoffelchips. Hat man einmal angefangen, kann man nicht mehr aufhören. Das war es so, wenn du aufhören. Ich hoffe, ihr habt... Ich hoffe, ihr habt... Ich hoffe, ihr habt... Nun mal heraus mit der Sprache. Was haltet ihr von unserer Trollfabrik? Wir sammeln noch Eindrücke. Die Box enthält alles, was ich konfiszieren musste. Eure Handys sind bei mir gut aufgehoben. Ihr bekommt sie zurück, wenn wir die Zelte abbrechen. Just. Sieh mal das Kombinationsschloss. Sind das überhaupt Zahlen? Nein, Peter. Das wäre uns zu gewöhnlich. Das Glas ist stabil und die Kombination in meinem Kopf. Da ist sie am besten aufgehoben. Denn wer Informationen auslagert, muss sie gut verteilen und verschlüsseln. Russell Crane hat hier mal gearbeitet? Russell war ein feiner Kerl und für die Wartung der Bahn zuständig. Cole war noch nicht auf der Welt. Russell, ganz werdender Vater, führte mich immer stolz herum. Darum kenne ich mich hier aus. Eines Tages, Cole war geboren, stritt ich mich mit Russell. Wegen Audrey. Er trank einen über den Durst und missachtete auf einer Probefahrt die eigene Sicherheit. Fahrgastunfall inbegriffen, lautete die Schlagzeile. Als unverheiratete Witwe des Mannes, der fahrlässig gehandelt und die Schließung der Anlage verursacht hatte, sah Audrey von keiner Versicherung je einen müden Cent. Das brachte uns wieder näher. Bedingung? Keiner erwähnte mehr den Ort der Tragödie. Was für eine traurige Geschichte. Ich hätte intensiver recherchieren müssen. Als das Familienfoto entstand, war an Ellen ja noch nicht zu denken. Für Mrs. Kretschmer wäre das keine ehrenwerte Konstellation. Niemand darauf war verheiratet und Audrey ein weiteres Mal guter Hoffnung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 All die baulichen Veränderungen, die sie auf dem Gelände vorgenommen haben, Mr. Scarrett, das muss ein Mammutprojekt gewesen sein. Nun, nachdem meine Wahl auf diesen Ort gefallen war und Jaden die ersten Mitstreiter rekrutiert hatte, kannte ihre Begeisterung keine Grenzen. Mit der richtigen Motivation lassen sich Berge versetzen. Wenn man als väterlicher Freund Teenager unterstützt, die Rätsel und Basteleien lieben, laufen sie zur Höchstform auf. Sicher hattet ihr auch schon den ein oder anderen Mentor. Hey, das Kennzeichen gehört zum niegelnagelneuen Wagen von Mr. Rochester, meinem Geschichtslehrer. Dann pass mal auf, was ich mit seinem Nummernschild in Echtzeit mache. Wie jetzt? Der Wagen wurde als gestohlen gemeldet? Digitale Nummernschilder sind die neue Alternative zum herkömmlichen Metallschild, Bob. Mittlerweile sind sie auch in Kalifornien erlaubt. Allerdings haben Datenschützer Bedenken angemeldet. Mit Recht, wie man sieht. Was hat Ihnen mein Lehrer denn getan? Nicht mir, aber wie heißt es so schön? Einer für alle und alle für einen. Ich experimentiere noch. Ein Hacker möchte origineller sein, als nur mit den Möglichkeiten zu spielen, die unser Staat vorsieht. Nun mal heraus mit der Sprache. Was haltet ihr von unserer Trollfabrik? Wir sammeln... Bleibt locker. Hier will euch keiner wach... Und wo geht es da hin? In die Freiheit? Oder erst recht ins Verderben? Beachtet die Kennzeichnung als Notausgang. Beim Öffnen geht ein Alarm los. Dann stehen wir hier auf dem Präsentierteller und werden von Trollen überrannt, noch ehe wir ansatzweise aus dem Gebäude heraus sind. Der Rauchmelder ist nicht gerade vertrauenserweckend. Wenn wegen uns evakuiert würde, sollten wir nicht als Verursacher gelten. Verstehe. Wenn wegen uns evakuiert würde... Da? Die alten Personalräume für den Schichtdienst. Wir haben uns so gut eingerichtet, wie es eben ging. Puh! Wie in der Umkleide unserer Sporthalle. Nur wittere ich diesmal Nerds. Nicht jeder, der an Ringen und Barren scheitert, ist ein Nerd, Peter. Nimm mal Jelena. Jelena hat neulich tatsächlich mit anderen Basketball gespielt. Alle im Rollstuhl. Aber solche Prüfungen, wie sie die Trolle abverlangten, lassen manche Handicaps außen vor. Das ist ihre Vorstellung von Elite. Ganz schön eng. Wie in einem Nachtzug oder einem U-Boot. Das gemeinsame Abenteuer muss die Trolle ganz schön reizen, wenn sie solche Umstände in Kauf nehmen. Oder ihre Eltern. Sieht aus wie eine Sammelkarte. Leider keine von Baseballspielern. Wertvoll ist sie auch nicht. Eher selbstgemacht. An Schlaf ist jetzt wirklich nicht zu denken. An Schlaf ist jetzt wirklich nicht. An Schlaf. An Schlaf ist jetzt. An Schlaf. An Schlaf. An Schlaf. Mit so vielen Ausreißern auf einem Haufen wird jeder Gang zur Toilette zur Tortur. Von der erneuten Bereitstellung von Wasser und Strom müssten die Anbieter Kenntnis haben. Es sei denn, die Kommunikation wurde manipuliert. Die Ausreißer genießen das Privileg, sich keine Gedanken um die eigene Freiheit machen zu müssen. Die Ausreißer genießen das Privileg, vom 21. Die Ausreißer genießen die Frage, nur ein Riesenrearus personen zu machen. So weit, so gut. Glauben Jaden und sein Vater allen Ernstes, wir ließen uns für ihr Vorhaben begeistern? Sie sind freundlich, wir machen gute Miene. Das sollte helfen, um unsere Handys zu holen oder zu fliehen, ohne Aufsehen zu erregen. Hast du dich mal umgesehen? Ein Fehler und alle Augen sind auf uns gerichtet. Und wenn wir vorgeben, mitzumachen und uns Zugang zu fremden Rechnern verschaffen. Die sind doch nicht blöd, Bob. Justus hat recht. Wir bleiben besser unauffällig. Dann ist es entschieden. Wir geben weiterhin ein Dreigestirn der Höflichkeit. Das muss einmal der Personalbereich der Eisenbahner gewesen sein. Klarer Fall, was den Trollen auf Anhieb gefallen haben dürfte. Im Vergleich zum ekelhaften Campinganhänger ist das hier sehr manierlich. Wenn uns alle etwas eint, dann ein großer Energiebedarf. Wenn uns alle etwas eint, dann ein großer Energiebedarf. Im Vergleich zum ekelhaften Campinganhänger ist das hier sehr manierlich. Wenn uns alle etwas eint, dann ein großer Energiebedarf. Da haben aber eine Menge Fußballspieler die rote Karte bekommen. Und das ohne Strafbank. Da haben aber eine Menge Fußballspieler die Abteilung, Spiel und Spaß im Offline-Bereich. Jetzt sind die Trolle im Endspurt. Keine Zeit mehr für Erholung und Zerstreuung. Ich mag Brettspiele, vor allem wenn es sie online gibt. Ich mag Brettspiele, vor allem wenn es sie online gibt. Nicht schlecht. Wer da wohl die Nase vorn hat? Nicht schlecht. Ich mag Brettspiele. Ich mag Brettspiele. Gruselig, wenn man bedenkt, dass die Parkeisenbahn mal sehr beliebt gewesen sein muss und hier sich das Personal traf. Jaden, weißt du eigentlich, wie sehr sich deine Mutter und Ellen ja um dich gesorgt haben? Das brachte uns und sogar die Polizei auf den Plan. Als sich Paps auf die Schliche kam und wir uns verschworen haben, wollten wir den Rest der Familie nicht mit hineinziehen. Seine Abwesenheit ließ sich halbwegs erklären. Meine war unüberlegt. Zu guter Letzt hat Paps schon Mama eingeweiht. Ihr hattet also bald diesen Ort im Sinn. Wie habt ihr eure Mitstreiter gefunden? Ich sprach gezielt Mitschüler an. Sie mussten genial sein, geschickt, begeisterungsfähig und verschwiegen. Krach im Elternhaus machte sie entschlossen. Für das weitere Casting dachte sich der Kernder-Gruppe geheime Bewährungsproben aus. Erstaunlich, dass ihr bisher nicht aufgeflogen seid. Eine Werbetrommel im Geheimen zu rühren ist nicht leicht. Ich habe auf Profis gesetzt und darauf geachtet, dass wir keine kritische Anzahl überschreiten. Die meisten kannte ich vorher nicht. Es ist die Anerkennung, die alle zusammenschweißt. Wenn sich unsere Wege trennen, bewahrt jeder Stillschweigen und ist zur Stelle, falls ein anderer meint, etwas ausplaudern zu müssen. Die Treufabrik war meine Idee. Dachte Mrs. Kretschmerpaps erfährt nicht, wer ihn bei anderen malig gemacht hat. Es war überfällig, dass es bei ihr mal richtig brummte im alten Gemäuer. Als Peter unsere Aufgaben mit Bravour löste, waren wir drauf und dran, ihn willkommen zu heißen. Aber dann brach er ab. Mit Cole und Paige hatte selbst ich nicht gerechnet. Meine Mutter hat uns immer von hier ferngehalten. Unglaublich, was wir auf die Beine gestellt haben. Und möchte nicht jeder jemandem eins auswischen? Paps spannt alle für seine Zwecke ein und lehrt sie im Gegenzug, eigene Ziele zu verfolgen. Eure Leistung ist enorm, das muss ich zugeben. Aber im Umgang mit Menschen seid ihr vergleichsweise kleinlich. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Habt ihr nicht aus niederen Beweggründen Unschuldige mit Kunstblut besudelt, um ihnen eine Lektion zu erteilen? Wir checken, wer sich uns nähert. Diesen Sonderling etwa hatten wir seit Tagen auf dem Schirm. Im Grunde kam auch er wie gerufen. Bei meinen ahnungslosen Geschwistern und dann bei der Polizei ging mir schon ein bisschen die Muffe. Mit den drei Detektiven hatten wir nicht mehr gerechnet, so sehr wie wir euch auf Trab hielten. Dass ihr euch doch noch den Weg zu uns gebahnt habt, wenn auch mit Schmackes. Respekt! Die bleiben aus. Auch Trolle haben ein Recht auf Privatsphäre. Die bleiben aus. Die bleib... Wenn sich unsere Wege trennen, bewahrt jeder Stillschweigen und ist zur Stelle. Die sind alle so konzentriert, dass sie uns nicht wahrnehmen. Ich glaube eher, dass sie uns bewusst ignorieren. Wir werden ihnen nicht ganz geheuer sein. Die sind alle so konzentriert, dass sie uns mögliche Moment haben. Die sind alle so konzentriert, dass sie uns über X- Aaaalien durchklübt werden. Die sind alle so konzentriert. Die sind alles klar und Produkte sind zu mind bagus. Ein weiblicher Troll kommt mir bekannt vor. Ich glaube, es ist Megan aus einer Parallelklasse. Wahnsinnig klug, aber eher schüchtern. Ich wusste nicht, dass sie vermisst wurde. Wir sollten sie nicht gegen uns aufbringen. Wir sollten sie nicht gegen uns aufbringen. Da haben wir sie wieder, die sozialen Medien. Das sieht aus wie ein Best-of aller Aktivitäten der Trollfabrik. Das zieht sich wie reinweise Einspieler vor einer Preisverleihung. Mit Aussicht auf den goldenen Troll. Moment mal. Skinny Norris. War ja klar, dass unser Erzfeind Gewehr bei Fuß stand, als die Trolle anonym gegen uns zu stänkern begann. Ob nun aus Rache oder um uns von der richtigen Fährte abzulenken, Skinny Norris ist blindlings zu jeder Schandtat bereit. Hauptsache, wir sind die Gelackmeierten. Ein Grund mehr, alle auffliegen zu lassen. Schnapp- Vielen Dank. Moment. Skinny Norris. Von dort sind wir gekommen. Nun mal heraus mit der Sprache. Was haltet ihr von unserer Trollfabrik? Wir sammeln noch Eindrücke. Das Glas ist stabil und die Kombination in meinem Kopf. Da ist sie am besten. Wenn man als väterlicher Fr... Ich experimentiere noch. Ein Hacker möchte origineller sein. Wenn wegen, wenn wegen, wenn wegen, wenn wegen... Der Rauch, der Rauchmelder ist nicht gerade ver... Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht, nicht schlecht. Lasst euch nichts erzählen. Wimmelbilder kommen niemals aus der Mode. Lasst euch nichts erzählen. Ich mag Brettspiele. Vor allem, wenn es sie online gibt. Ich mag, ich mag, ich mag Brettspiele. Vor allem nicht, nicht schlecht, nicht. Da haben aber eine Menge Fußballspieler die rote Karte bekommen. Und das ohne Strafbank. Wenn uns alle etwas eint, dann ein großer Energiebedarf. Wenn und wenn uns... Ihr seht, ihr seht nur die Geister der Vergangenheit. ... Wenn sich unsere... Wenn sich unsere Wege trennen, bewahrt jeder Stillschweigen. Und die... Die bleiben... Die bleiben aus. Auch Trolle haben ein Recht auf Privatsphäre. Wir sollten sie nicht gegen uns aufbringen. Wir seht, ihr Seht, ihr señora alt-besdarber. Wir sollten sie nicht ausнаком 33 Uhr Ginnten. Wir wollen sie nicht gegen uns aufdrag. Wie ungemütlich. Warum sitzen nicht alle an Tischen wie in einem Großraumbüro? Weil das hier nicht die Schule ist. Wir mögen es in unserer Zentrale doch auch eher lässig und gemütlich. Ich wette, darunter sind auch welche von Privatschulen. Weil sie Talent haben, reiche Eltern oder beides. Was keine Garantie ist, dass sich Lehrkräfte und Schülerschaft gut verstehen. Sie sondern Kommentare in den sozialen Medien ab. Offenbar lautet ihr Ehrenkodex Gift und Galle statt Viren und Trojaner. Hauptsache nicht die eigenen Hände schmutzig machen. Sie sondern, sie sondern Kommentare, sie sondern, sie sondern Kommentare in den sozialen Medien ab. Offenbar lautet ihr, sie sondern Kommentare. Nun mal heraus mit der Sprache. Was haltet ihr von unserer Trollfabrik? Wir sammeln noch Eindrücke. Mr. Scarrett, wir haben uns davon überzeugen können, dass die Vermissten freiwillig hier sind und dass es ihnen gut geht. Es handelt sich um eine auch aus pädagogischer Sicht reizvolle Einrichtung. Alle entwickeln mit Spaß Ehrgeiz. Nicht nur im Netz. Jaden hält seit Tagen den Rekord am Flipper. Außerdem toben Vater und Sohn sich beim Kickern aus. Das letzte Spiel wartet nach einigen Turbulenzen auf seine Wiederholung. Schön, dass ihr unserer Mission etwas Positives abgewinnt. Aber glaubt nicht, dass ich mich von Schmeicheleien einwickeln lasse. Schön, dass ihr unserer Mission... Vater und Sohn sind mir schon ein paar. Mr. Scarrett tut geradezu so, als wären sie auf einem Angelausflug. Flippern und kickern. Aber wir kennen jetzt ihre Schwachstelle. Die da heißt Ehrgeiz. Wir sollten Jaden und Milo weglocken, damit wir hier ungesehen agieren können. Ungesehen? Die Trolle sind konzentriert, aber nicht blind. Nur keine Scheu, Zweiter. Um an unsere Handys zu gelangen, müssen wir etwas riskieren. Wie gut bist du im Flippern, Peter? Besser als Jaden? Darauf willst du doch hinaus, Justus Jonas. Dann mal los. Da haben aber eine Menge Fußballspieler die rote Karte bekommen. Und das ohne Strafbank. Ich flippe aus, wenn ich Jadens Rekord knacke. Ich flippe aus, wenn ich Jadens Rekord knacke. Ich flippe aus, wenn ich Jadens Rekord knacke. Gut gemacht, Zweiter. Nur zu. Ich flippe aus, wenn ich Jadens Rekord knacke. Ich flippe aus, wenn ich Jadens Rekord knacke. Konzentration 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 Nicht schlapp machen. 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 Wollen wir mal hoffen. Nicht schlapp machen. 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 Und wie kommen wir da. Jetzt dran? Nicht schlapp machen. 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 Malo hat. Nicht schlapp machen. Nicht schlapp machen. Und schlapp machen. Dann bringen wir jetzt. Mal leben in die Bude. Malo hat. einen Gedanken an. Malo hat. ist fertig. keine Angst zu haben. müssen wir noch. Ich bin Cole. Malo hat. 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 Malo hat.